Es steht und fällt alles mit... Boah, warum gibt's mein Kopf jetzt hier so? Mann, ich werd grad noch duschen, die Läuse müssten doch eigentlich weg sein. So. Und damit ein herzliches Hallo und Willkommen hier zurück zu GTA Roleplay. Schön, dass wir wieder eingeschaltet haben. Und zwar in 60 Frames, 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 Frames. Hammer, ne? Hammer geil, Leute. Es ist einfach wirklich ein Up and Down gewesen. Wie gesagt, ich hab leider ein, zwei private Probleme immer noch. Über die ich jetzt aber nicht spreche. Sei es drum. Ich will euch nur schon mal vorwarten, auch im VOD nochmal. Falls man von heute auf morgen kein Knussel mehr kommt, dann liegt es daran, dass da wieder irgendwas eskaliert ist. Brauchen wir jetzt aber nicht drüber reden. Viel wichtiger war, dass der PC gestern kaputt war. Und zwar die Wasserkühlung ist Schrott gegangen. Und das erklärt auch, warum wir in letzter Zeit so viele krasse Lags hatten im Spiel. Ja? Weil die CPU einfach gekocht hat. Durchgehend. Und Gott sei Dank ist nichts an der CPU dran. Jetzt haben wir hier mit einer mit einem schönen Lüfter das Ganze wieder aufgepimpt. Und jetzt läuft das wieder sahnig, wie es nur sein kann. Ich guck mal. Können wir eigentlich noch hier in der Grafik noch weiter hochgehen? Jetzt können wir richtig auf die Scheiße hauen. Hier Grafik. Was heißt das hier alles? FFXAA. Die ganzen Einstellungen habe ich mich schon ewig nicht mehr mit beschäftigt. Sehr hoch. Okay, machen wir mal Schattenqualität. Das ist auch schon sehr hoch. Ich wollte mal hier so. Sehr hoch. Okay. Sehr hoch. Ja, ja. Es ist... Ja, es ist glaube ich schon... Es ist glaube ich schon gut, so wie es ist. Hier ist nur hoch. Ah, es gibt... Es gibt auch noch hoch. Okay, ich habe keine Ahnung, ob das... Vorgeschlagene Begrenzung ignorieren. Ja! Oh. Oh ne, da habe ich jetzt Angst vor. Das lassen wir lieber sein. Erweiterte Grafik. Keine Ahnung, es sieht ja auch nicht so scheiße aus. Also jetzt wollen wir mal... Wollen wir mal jetzt auf dem Boden bleiben. Ne, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich mache die Musik mal einen Ticken leiser, damit wir uns auch verstehen, wenn wir hier miteinander reden. Es gibt ein paar Neuigkeiten. Oh, ja ganz aus. Hallo. Es hat jetzt schon das Minimum an dann... Ja gut, okay. Ist auch egal. Folgendes. Also. Um euch kurz auf den neuesten Stand zu bringen. Ich war gestern drin. Ganz kurz. Fünf Minuten. Weil ich austesten wollte, ob auch alles klappt. Damit wir heute hier ohne Probleme anfangen können. Da habe ich kurz mit der Kate telefoniert. Hab den Knussi krank gemeldet. Und Kate wollte von mir Gewürz haben. Da habe ich ihr quasi 50 Gewürz im Schleimhanzug vor der Tür in der Hand gedrückt. Und dann ist sie quasi wieder abgezogen. Ne? Das ist gestern passiert. Das habt ihr verpasst. Schade. Hätten wir einen ganzen Stream mitfüllen können mit den ganzen RP-Situationen. Der Hammer. Dann weitestgehend. Es gibt ein paar Neuigkeiten zu unserem Mapping. Die zeige ich euch jetzt aber noch nicht. Einfach weil es nur mini, mini, mini Neuigkeiten sind. Zum Beispiel. Über Pattys Laden hängt jetzt Pattys Logo. Ja? Die Absperrung hinten, wo ein Loch im Pier ist, ist zu. Wir haben oben in der Bar eine Doppeltür. Das sind alle so Kleinigkeiten. Die gucken wir uns mal geballt an. Weil jetzt gerade sitzen die beiden Mappers an den externen Büroräumen. Wenn die fertig sind, dann können wir nochmal reingehen. Weil dann gehen wir eigentlich mehr oder weniger auf Suche, wo noch Bugs sind. Die wir beheben können. Ist jetzt am Ende nichts Wildes, was man sich jetzt mal eben schnell noch angucken sollte. Das ist einfach quasi Zeitverschwendung jetzt hier. Das können wir besser nutzen. Dann habe ich gerade mit einer sehr interessanten Kombination auf jeden Fall im Discord gesessen. Und zwar, ich saß mit Enik, also der unser aktuelles Kassensystem gebaut hat. Mit Shoki, einem meiner Moderatoren im Twitch-Chat. Und mit Maxim, der den Yuri im RP spielt. Saß ich zusammen im Discord und wir drei oder wir vier sind wir ja. Aber wir haben über das neue Kassensystem geredet. Denn es wird gerade an einem neuen Kassensystem gewerkelt. Und ich glaube, das wird sehr gut. Gerade auch, da wir sehr viele Kompetenzen aus verschiedenen Bereichen, die alle irgendwie mit Knussi zu tun haben. Also wie gesagt, Enik, der hat ja das alte Kassensystem gebaut. Der hat ja die Grundkenntnis. Shoki ist im Prinzip bei jedem Stream dabei als Zuschauer. Und Maxim spielt ja tatsächlich mit diesem Kassensystem. Deswegen glaube ich auch, dass es eine ziemlich geile Sache wird. Und wir haben einige gute Ideen. Aber das wird natürlich dauern, bis das Ding fertig ist. Wir fahren jetzt erstmal zum PD. Schauen wir mal, wie die Lage ist. Ich habe übrigens keinen Plan mehr, was jetzt heute ansteht und was nicht. Wir werden sehen, würde ich mal sagen. Bis wann musst du das Zeche-Logo gebastelt haben? Gute Frage. Da sollte ich mich am besten morgen mal ransetzen. Das ist... Also sagen wir mal so, wir haben da jetzt keinen Zeitdruck. Wir können das auch im Nachhinein da drauf pappen lassen. Aber schön wäre es, wenn es ja mit auf Anhieb alles dran wäre. Also, dass wir da jetzt nicht noch irgendwie, keine Ahnung, noch ein paar Wochen warten müssen nachher. Weil ich habe ein bisschen Angst, dass die Jungs, nachdem das Mapping auf dem Server ist, plötzlich ganz viel zu tun haben. Was gut passieren kann. Wenn jeder andere auch irgendwie ein Mapping haben möchte. Warum nicht, ne? Aber ja. Wir werden jetzt erstmal schauen, was mit Knussi hier am Start ist. Und das Zeche-Logo, das habe ich auch im Zettel. Morgen ist auch nochmal ein tatsächlichen Meeting. Mit allen Geschäftsführern. Vom Server. Wo wir dann auch nochmal, aber ohne Stream natürlich. Da wird nicht gestreamt. Aber da wird dann nochmal über diverse Themen geredet. Wie zum Beispiel diese 24-7-Problematik und so. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Wie es jetzt weitergeht. Es ist alles sich irgendwie gerade am Bewegen. Und, äh, ja. Nur Knussi muss gerade die Füße stillhalten, gefühlt. Ich weiß auch nicht. Aber du warst der Erste. Das kann dir keiner mehr nehmen. Ja, warte mal ab. Vielleicht wird parallel gerade daran gearbeitet, dass jemand schneller ist als ich. Und dann wird der Pier ganz schnell besetzt. Mit irgendeinem anderen Mapping. Das wäre echt bescheuert. Das wäre wirklich sehr, sehr bescheuert. Ach, Gott sei Dank. Jetzt läuft endlich mal. Wenn jetzt noch das Auto nicht die ganze Zeit wegspawnt. Ähm. Wäre das der Knaller. Ich habe tatsächlich einen kleinen Tipp bekommen. Per Privatnachricht. Wie man theoretisch das verhindern kann. Ob es der Fall ist, weiß ich nicht. Aber scheinbar scheint das bei anderen Spielern zu funktionieren. Deswegen parke ich jetzt erstmal hier. So, ich mache mal hier. So. Dann. Kurz warten. Aussteigen. Einsteigen. Dann Auto nochmal zurückfahren. Dann nochmal hinfahren. Ausmachen. Fertig. Angeblich sollte das jetzt helfen. Ob das hilft, weiß der Geier. Oder weiß er auch nicht. Keine Ahnung. Ich liebe dich. Kuss geht raus. So. Ich bin echt gespannt, wie alle darauf reagieren. Wenn es da ist. Ich auch. Ich auch. Ich habe da. Ich habe richtig Bock. Also ich fände es geil, wenn alle so ähnlich reagieren wie ihr. Weil ihr habt. Ihr habt schon sehr. Also ihr wart schon sehr happy alle. Natürlich wird nicht jeder so reagieren. Weil die auch wahrscheinlich entweder Hass in sich spüren werden. Also ich gehe mal davon aus, dass mindestens eine Person irgendwie neidisch ist und keinen Bock mehr hat irgendwie mit mir zu kommunizieren, weil er sich, er oder sie sich falsch behandelt fühlt. Ich kann euch das nicht sagen. Aber irgendwas wird passieren. Ich bin da feste Überzeugung von. Ist mir, kann mir aber auch egal sein. Weil ganz ehrlich. Er hält keinen davon ab, das auch zu machen. Wir haben ja jetzt hier keine Vorteile gegenüber anderen oder so. Sondern wir haben uns einfach hingesetzt und gesagt, wir machen das jetzt. Und ich habe ja auch selber viel Arbeit reingesteckt. Deswegen, wir haben genug Argumente, die dafür sprechen dementsprechend. Passt das schon einfach. So. Gucken wir mal, ob jemand im Wurstkartell ist. Nee. In der Tat ist gerade keiner da. Vielleicht aber auch in der Küche oder so. Das ist ein ziemlich abgefucktes. Guten Tag. Dirk. Hallöchen. 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 Ich lebe jetzt. Ich lebe ja. Sie ist so viel besser aus als gestern. Dankeschön. Ja, gut. Und auch nicht mehr im Schlammerzuch. Ja, ich habe bis gewalt an Tabletten genommen und mich wieder hingereicht. Dann ging das auch wieder weg. Also alles wunderbar. Sehr gut. Naja. Ja, was habe ich verpasst? Bring mir auf den neuesten Stand. Ich sehe Antonio ist wieder im Hemd hier. Hat das, hat das, äh... Machst du das jetzt auf eigene Faust, oder? Äh, jo. Okay. Na gut. Ja, gestern war es ganz gut, dass er hier war. Ja, ich habe ein bisschen ausgeholfen dann, wenn hier keiner da war, nur Kate, und dass er nicht ganz alleine hier alles machen muss, ne? Okay, okay. Ne, gut, das ist ja wunderbar dann. Aber passt bloß auf dich auf. Ja, hundertprozentig. Okay, okay. Ansonsten nichts passiert, oder was? War langweilig. Kartbahn war ja auf, ne? Die Kartbahn war offen. Gestern war halt von uns keiner da. Weil ich dachte ja erst, ich bin hier alleine, dann kam Antonio. Und Lilly hatte keinen von uns Bescheid gesagt, dass wir halt hin sollen. Also, ne? Haben wir ja gestern schon drüber gesprochen. Ja. Ja, wie gesagt, ich lasse sie da jetzt erstmal auflaufen, muss ich sagen. Also, beziehungsweise, ich werde ihr sagen, dass ich das nicht gut fand. Und dann mal gucken, was wir machen. Weil am Ende muss sie halt selber proaktiv werden. Das ist ja ihr Aufgabenbereich am Ende. Ja. Wenn sie da keinen Ersatz für solch, dann muss ich mir da Gedanken darüber machen, ob das überhaupt für die Zukunft eine gute Idee ist, das so weiterhin zu handhaben, ne? Hm. Ähm, für heute hat sie sich abgemeldet. Aber auch wirklich nur abgemeldet und auch nicht gesagt hier wegen Kartbahn. Wobei ich von Daniels mittlerweile weiß, dass die Kartbahn heute geschlossen ist. Ist also kein Problem. Okay, ja. Hm. Ich gehe gerade durch die Lager, ähm, wegen Bestellung und so. Wir müssen uns mal überlegen, ob wir eventuell in Zukunft, ähm, unser Gemüse nicht vielleicht doch vom Wilzen beziehen. Weil bei Union Grain gibt's da anscheinend Schwierigkeiten. Aber haben die denn halt selbe Sortiment? Die haben doch teilweise Dinge gar nicht, ne? Zum größten Teil. Ja, zum größten Teil. Also die Kartoffeln und die Lauchzwiebeln, die ich jetzt dringend gebraucht habe, damit ich den Kartoffelsalat herstellen kann, ähm, die habe ich bei Wilson abgeholt. Okay. Und der eigene Mitarbeiter von Union Grain hat mir empfohlen, rufen sie doch mal bei Wilson an, der hat das auch. Nicht im Ernst jetzt. Doch. Oh mein Gott. Die einzige Krux ist halt, dass die Kartoffeln etwas teurer ist, äh, als bei Union Grain. Also bei Union Grain zahlen wir 90 Cent pro Kartoffel und bei Wilson zahlen wir 1,45 Dollar. Ach du Heilige. Ja. Es ist halt schon einiges teurer. Ähm. Und der Lauch kostet uns, glaube ich, bei Union Grain 1,10 und bei Wilson 1,20. Ich habe dem Wilson schon den Hint gedroppt, also habe gesagt, ja, die Kartoffeln sind bei Union Grain sehr viel günstiger. Ja. Aber es hat halt keinen Mehrwert, weil ich brauchte spontan Kartoffeln und das war früher nie ein Problem. Dann rufe ich da an und sagt er, ja, ich habe das alles da, ich darf es Ihnen aber nicht geben. Und dann meine ich so, warum nicht? Ja, es muss ja über E-Mail bestellt werden. Ich sehe, das schreibe ich Ihnen auch gleich, das ist kein Problem, aber ich möchte dann bitte direkt die Ware abholen können. Ne, das geht nicht. Hä? Äh, die können, die Mitarbeiter können keine Bestellungen ins RDP einpflegen. Kann nur noch der Klaes. Jetzt haben wir den Klaes und habe ich jetzt seit Monaten gefühlt noch mehr gesehen. Ne, ist es auch noch da? Den gibt es noch, der ist aber nur vormittags da. Vormittags sind wir nicht da. Wie sollen wir also dann, ne? Das ist kein schlaues System. Das ist wirklich nicht schlau. Und man muss da auch irgendwelche Verantwortlichkeiten mal abdrücken, ne? Das kann ja nicht so an. Ja gut, das ist aber dann für sein Geschäft halt mehr schädig, ne? Und dann müssen wir jetzt halt auf die teuren Kartoffeln erstmal umsteigen. Und ich sage, dann, das tragen wir dann jetzt aber erstmal nicht. Wobei, müssen wir eigentlich, oh, da müssen wir ja alles umändern. Scheiße. Dann stimmen die Preise ja, die EK-Preise ja gar nicht mehr. Hm. Ah. Okay. Und wir müssten halt, das wollte ich dir überlassen, ob wir das vielleicht mal beim DOL anprangern, dass der nicht zeitig mehr liefern kann, weil er irgendwie, keine Ahnung, weil wir sind anscheinend nicht die Einzigen, die sich da beschwert haben. Ich habe mich jetzt nicht großartig beschwert. Ich habe halt nur gesagt, dass das ein scheiß System ist und habe halt mir Sorgen gemacht, wie ich jetzt an meine Kartoffeln komme, die ich dringend brauche. Ja. Und dann meinte der Mitarbeiter, ja, es läuft halt schon seit Wochen kacke. Der Chef ist immer nur morgens da und beantwortet dann wohl auch nicht alle E-Mails. Ja, gut. Und es gibt Leute, es gibt andere Läden. Also wir sind noch gut dran, Dirk. Andere Läden warten seit zehn Tagen auf ihre Bestellung. Ich sage mal, das ist doch nicht wahr. Ja, gut, aber ganz ehrlich, wie soll ich dir jetzt am Schluss denn einmal sagen? Ich glaube, dass die UL weiß das. Okay, gut. Ich denke, dass die UL weiß sowas. Dementsprechend, wir brauchen da jetzt, glaube ich, nicht proaktiv dann nochmal jemand anschwärzen. Nee, anschwärzen will ich den auch nicht. Ich meine, ich weiß ja, dass er jetzt im letzten Monat eine schlechte Zeit durchgemacht hat. Oder nur für ihn persönlich schlimme Zeit mit dem Tod seines Vaters und so weiter. Und er hat wohl irgendwie eine Firma zusätzlich geerbt und hat jetzt doppelt Kaka am Stecken. Aber ja, es ist halt für mich als Kunden oder für uns als Kunden ist das erst mal zweitrangig. Wir wollen die Ware, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Also im Prinzip, das, was ich vom UL so gesagt bekommen habe, ist, am besten macht man halt jemanden, damit die Redundanz da ist, hat man halt einen stellvertretenden Geschäftsführer reinnimmt. Ähm, dass dann quasi das Geschäft auch ohne den Geschäftsführer weiterlaufen kann. Und wenn das nicht der Fall ist, wird das die UL irgendwann Hand anlegen, sag ich mal. Nee, also dann irgendwann sagt das die UL dann, okay, jetzt reicht das, so funktioniert das nicht. Und dann, äh, dann greift das die UL da ein und bestimmt dann jemand Neues. Vielleicht aus dem Unternehmen, wer auch immer. Keine Ahnung, kein Schimmer. Aber wie gesagt, da brauchen wir, glaube ich, nichts, nicht wirklich was machen. Dann müssen wir einfach nur schauen, ob wir unsere Sachen woanders herkriegen. Dann lasst uns einfach mal die Preise alle auf Wildsinfarm ändern. Ja. Und dann beziehen wir jetzt da die Sachen. Antonio, siehst du da irgendein Problem für die Abrechnung? Nee, nee. Bö, an sich nicht. Im ersten Moment ist es jetzt ja auch nichts, wo dann sich 100 Dollar oder sowas pro Artikel ändern. Ja, Preise anpassen kann ich ja auch in der Kasse, ne? Ja, kann ich, okay. Jetzt in der Kasse oder in der RDP? Nee, ich meine in der Kasse, in der RDP sowieso. Aber ich sehe es gerade in der Kasse könnte ich auch. Ja, ja, ja. Das heißt, das kann ich dann auch... Ja, also... Die Preise ist eh schon auf 1,45. Wir haben tatsächlich auch in einem Kassensystem jetzt irgendwie die Möglichkeit reinbekommen... Guten Tag. Hallo. Du bist Chloe? Chloe, genau. Ach ja, ja, stimmt. Dann viel Spaß. Warte, ich mache kurz Lager zu, dann mit da nichts... So, ähm, wo waren wir? Also im Kassensystem haben wir ja auch die Möglichkeit, da Kunde bzw. Lieferantin einzutragen. Alles gut. Vielleicht machen wir das dann einfach so mit den Lieferanten und den Kunden im Kassensystem. Ähm, ich kann mich da gleich mal kurz reinfuchsen. Ich habe das nämlich bisher noch nicht gemeint. Ich habe damals diese Funktion angefordert, aber dann nie genutzt tatsächlich. Ähm, das wird dann vielleicht darüber erstmal lösen. Da weiß ich aber dann nicht, wie der Export dann aussieht von dem, äh, von den Dateien. Dann hast du das jetzt eigentlich mittlerweile auf die Kette gekriegt, da, oder? Wie, ich? Ja. Warum? Also, äh, ich habe nochmal nachgefragt. Du musst im Prinzip, bevor du exportierst, in der Organisationsseite noch einmal aktualisieren. Mhm. Und dir dann erst den Export ziehen, ne? Ja, ja, das hast du mir schon vor einer Woche oder so, oder vor zwei sogar erzählt. Ne, gut, weil die Katie, ich glaube, du warst dann... Die Ansicht. Ja, die Ansicht, das ist ja, das ist ja bekannt, dass das nicht wirklich klappt. Ja. Also, pass auf, ich kann euch jetzt folgendermaßen eine Sache sagen. Ich habe vorhin auch nochmal telefoniert, ähm, mit meinem Cousin, der da das Kassensystem gemacht hat. Und der baut gerade schon an einem Neuen, ja? Also, das wird quasi jetzt nicht mehr das sein, was wir haben, sondern wir kriegen komplett Neues, überarbeitet mit allen Sachen, die wir brauchen. Das heißt, im Prinzip, ähm, sind die Daten, wenn ihr was braucht, einmal kurz reingucken, dann zieht euch die Daten einfach aus dieser Datei daraus, die man dann da bekommt, ne? Hm. Dann, äh, ich weiß jetzt nicht, in welchem Umfang du da jetzt alte Bestellungen nochmal einsehen wolltest, Kate, aber... Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht vielleicht vergessen habe, an einem Tag irgendwie 145 Dollar, ähm, einzuzahlen. Und das war, glaube ich, der 8. Erste. Ja. Ähm, ähm, ich weiß es einfach nicht mehr. Das, ähm, das wollte ich nachgucken, dann ging es schon nicht mehr. Ja, ja, das ist ein bisschen kacke. Ja, das stimmt, das stimmt. Nee, aber wie gesagt, wenn ihr da irgendwelche, ja, Punkte habt, die wir unbedingt noch einarbeiten müssen, wir haben auf jeden Fall schon eine ganz lange Liste ausgearbeitet, ne? Wo wir dann, äh, diverse Dinge mit, ähm, mit aufgeschrieben haben, die wir auch schon so besprochen haben, das wird alles mit beachtet, aber das dauert halt jetzt halt einen Moment, bis das Ding fertig ist, na, genauso wie halt mit dem Umbau. Also, wenn wir Glück haben, dann haben wir beides, ähm, gleichzeitig, ja, für gleichzeitig in das neue Gebäude ziehen und dann das neue Kassensystem haben, ne? Aber sicher sein kann ich mir da jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, wie lange sich so weit hinziehen, ne? Ich hab da jetzt ja persönlich auch nicht so wirklich Ahnung von, dann am Ende, ne? Mhm. Dementsprechend. Dann lass uns erst mal, ähm, ich guck gleich mal mit diesen Lieferantinnenoptionen da bei uns im Kassensystem, vielleicht kann man das so lösen, mit mit Wilson Farm und Union Graein dann. Genau, und dann, wenn nicht, dann stellen wir für die Preise um und dann, dann ist das halt so, ne? Okay, dann würde ich erst mal mit der Bestellung weitermachen und, ähm, Antonio hältst du dann so lange vor eine Wache? Ja, gar mal. Okay, alles klar. Standest du eigentlich auch, als ich gerade gekommen bin vorne? Nee, nee, ich hab gerade noch ein Posting gemacht. Also, okay, wunderbar. Ja, sehr gut. Ähm, die letzten zwölf Bratäpfel, äh, hauen wir heute raus für acht Dollar. Zusammen, oder? Nee. Nee, nichts. Nein, nein, für acht Dollar pro Stück, also das wäre ja der Rabattpreis, ne? Ja, ja, ja. Und dann hab ich mir gedacht, da sind nur noch zwölf, die stehen halt im Lager und bevor sie komplett vergammeln, äh... Ja, ich so, wenn auch immer einer einen will, dann machen wir nochmal eine Runde, aber dann... Ja, ja, ja. Ich glaub, da gibt's keinen Bedarf mehr nach, ne? Nee, die schreiben alle nach Gulasch-Choppe. Ja, die kommt ja auch wieder, so ist es nicht. Ja, ja. So ist es nicht, ne? Na gut. Dann, äh, machen wir so, ich setz dich kurz an Kassensystem, du machst vorne und du machst Bestellung und dann treffen wir uns gleich einfach irgendwo wieder, ne? Ja. Alles klar. Wunderbar. So, erstmal braucht Gnose was zu essen. Ähm, wir müssen unter vier Augen reden. Oh, okay. Was hast du denn? Ähm, der, äh, Sören hat mich gestern angesprochen. Okay, ja, okay. Und hat mich nach einer Liste unserer Mitarbeiter gefragt. Dann hab ich ihm die gegeben. Und dann hat er mich abends nochmal unter vier Augen, also quasi vertraulich angesprochen, was denn so alles los war mit Antonio und blablabla und, äh, und so weiter. Und jetzt will er ganz, ganz, ganz dringend mit dir reden. Okay. Okay. Warum? Hör mal von deinem Popi da, dann rufe ich dir mal einfach mal an. Die müsstest du doch haben. Oder habe ich die? Ich meine, ihr hattet euch schon. Ja, warte mal. Doch, ich habe ihn. Okay, dann rufe ich mal kurz an. Ich glaube, er ist noch nicht wach, aber versuche einfach mal. Äh, dafür, da brauchen wir nicht drüber reden, dass das selber für dich gilt wie für den Jens, ne? Sprech mit mir mit, so weit mit mir vorher ab, ja. Ja, deswegen spreche ich dich ja darauf an. Er hat mich gefragt, ob du Zeit hast. Ja, aber jetzt auch nichts von Mitarbeitern und diese ganzen Geschichten, das, äh, wäre mir auch lieb, das hat dann für alle gilt, ne? Weil sonst wäre das echt unfair. Ja, nee, das ist kein Problem, darin habe ich jetzt, äh, ähm, kein, äh, keine Schwierigkeiten gesehen. Ja, nee. Okay, der geht an Telefon, ist er noch nicht wach? Dann pennt er wahrscheinlich noch, ja. Na gut, da warten wir, der andere hat ja gesehen wir nicht. Okay, dann weiß ich ja Bescheid, danke auf jeden Fall. Dann, ähm, würde ich sagen, gucken wir jetzt, machen wir mal so wie geplant, jetzt gerade, ne? Da mach ich jetzt erstmal, kasten-Systeme eben. Und dann, äh, oder musst du noch irgendwas sagen? Nee, das war's. okay wunderbar heute hat mir die lili geschrieben mit wir sollen nur beim daniels anrufen ob der jemand für die kartbahn raus brauche geht es nicht so gut sie kommt motor ist wieder okay dann telefon ich gleich noch mal mit den nils also heute ist die kartbahn zu wäre dann wahrscheinlich für morgen und morgen haben wir montag stehen drin du ich und eventuell juli ok ja und will die halter nicht so wie gesagt sie ist dann da dann gehe ich mal davon aus dass sie auch kommt wenn sie bis montag krank ist ist sie sonntag nicht da ach sonntag ach so ich dachte du bist schon beim montag also ich habe jetzt eben bin ich halt oder erinnern soll ja 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 sagen wir antonio klammern wir mal aus aus der geschichte der soll verkommen wenn er sich danach fühlen wenn er sich für sicher fühlt hat den jetzt da jetzt großartig mit ein zu planen die für schwachsinnig und dann kann man halt mal anrufen wenn man not an mann ist oder so weiß man machen wir dann ein bisschen so ich setze mir ein kassel nicht so das erste mal erst mal die rechte für unsere neue moderatorin daraus zu hauen dann kass system würde ich sagen machen wir zusammen oder machen einfach so schön da euch da gar nicht so also wir haben jetzt hier wie geht denn das wir haben die möglichkeit organisation ich glaube da müssen wir hier ja lieferanten da haben wir jetzt einfach mal hier wilson farm und union grein so speichern dann gehen wir hier auf zutaten gehen auf kartoffeln die preise hier sind auch falsch muss ich dann jetzt im prinzip union grein und hat sie seit 90 cent ne so und dann den hier noch mal anlegen oder wie wahrscheinlich dann ne wahrscheinlich dann ne 2 5 wird keiner nichts für ich kann nichts für ne das halte ich für bescheuert das halte ich in dem system noch für bescheuert da müssen wir wirklich eine bessere lösung für finden aber wie das ding ist halt das problem was wir jetzt haben ist das system zieht sich ja die ek preise also jetzt zum beispiel eine kartoffel für 11 5 40 aber und und nicht aber und berechnen und berechnet daraus quasi den kompletten eka preis für zum beispiel eine portion kartoffelsalat jetzt im prinzip müsste ich bei allen rezepten kartoffel verwenden müssten wir dann jetzt per hand juni wilson farm preis ein das macht jetzt aktuell überhaupt keinen sinn das macht wirklich kein sondern macht einfach mehr sinn den den preis hier um zu ändern okay ich bin dann wieder weg für sie dankeschön so haben wir nämlich jetzt hier einfach 1 45 sagen so zack und dann mache ich hier willst du fahren wir mal was aber so weil dann wird automatisch der eka für den kartoffelsalat einmal höhe da rechne ich jetzt mal ehrlich gesagt also wichtig ist für mich dass sie jetzt die preise deswegen anpassen das besprechen jetzt über 50 cent scheiß drauf ja in der masse ist doch schon ein bisschen was an geld war mal 50 cent weniger gewinn erstmal da jetzt aber die preise anzupassen für blödsinn aber wichtig ist nachher für antonio für den export es ist einfach wichtig für den export dass wir da da müssen wir halt die preise immer anpassen wie was sie gerade beziehen ist halt einfach so ist es noch nicht perfekt aber wenn jetzt antonio sich die sachen aus januar zieht dann hat er ja mein eka preis und ein vk preis und dann verrechnet hat und hat dann den gewinn berechnet und die fallen die zahlen sind halt fehlerhaft wenn wir nicht den richtigen eka preis da stehen haben das ist gerade einfach das problem aber gut so hier wird zwar in der kasse geguckt ich halte dafür blöd sie mit diesen liefern dingen zu arbeiten am besten machen wir das jetzt erstmal so bis uns was besseres einfällt dass wir immer nur die die eka preise von von den sachen ändern naja also eigentlich im prinzip immer nur die wenn wenn die kartoffel jetzt 1 540 kostet statt 90 cent eintragen wird es denn historisch aufgezeigt also historisch erfasst oder ändert sich dann rückwirkend alles nein da ändert sich nichts rückwirkend also das heißt die bestellung in dem moment wo du auf speichern drückt sind die bestellung so eingetragen wenn sich der preis eine sekunde später ändert dann gilt das nicht mehr für die genau mir war jetzt so wichtig hat der antonio nicht nachher mit irgendwelchen blödsinnigen zahlen arbeitet die dann am ende verfälscht sind wenn jetzt aber da müssen wir halt jetzt immer darauf achten dass im kassensystem alles aktuell bleibt an preisen ich habe jetzt gerade nur die kartoffel geändert ich wusste jetzt nicht was du jetzt noch das war jetzt was noch die den die lauchzwiebeln lauchzwiebeln 120 die sind hier als 1 30 sogar drin also da stimmt sowieso irgendwas nicht da müssen wir echt noch mal drüber schauen wenn die jetzt alle regelmäßig ihre preise ändern dann würde ich nur noch preise korrigieren ja es ist ja jetzt gerade nicht eigentlich nur geändert weil der lieferant sich ändert aber 1 30 scheint ja wohl auch schon immer aktuell gewesen sein bei juni greene na gut dann dann ja entweder sagst du mir bescheid wenn 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 irgendetwas neues beziehst und sich die preise an ändern oder du änderst hat eben selber schnell um naja aber dann denkt er nur mit dran einfach das würde dann auch machen ja so wir können auch weiterhin bei union grain bestellen nur dauert das dann halt immer entsprechend für dieses mal gemacht weil ich dringend was braucht ja ne lasse die schon das hat schon richtig gemacht deswegen lassen wir das mal so so machen und dann gucken wir mal okay gut dann man steht dann noch ein haben wir noch ihr weil ich rufe den ternius mal an wegen dem das ist auch nicht wach Der Jens hat eigentlich noch irgendwas gesagt zu der ganzen Diskussionsgeschichte Ich war gestern ein bisschen Outlaw fahren mit Jens weil er sich spätabends noch meldete als ich hier Feierabend gemacht habe und da meint er nur er möchte gerne die Wogen glätten und hat dann halt nur zu mir gesagt was er schon gesagt hatte dass er sich halt jetzt komplett raushält egal was passiert und halt auch drauf schaut dass er seinen eigenen Pelz rettet und ja so ähnlich genervt hab ich dann auch gestöhnt aber hab dann nichts weiter dazu gesagt weil keine Ahnung Ja muss er selber wissen ich sag halt so aber dann wissen wir das schön dass er da zumindest mit offenen Karten spielt der hätte auch das andere was anderes behaupten können dann am Ende quasi uns anlügen und dann stehen wir danach Ja und quasi im selben fast im selben Moment also irgendwie fünf Minuten später oder so hab ich dann halt die SMS von Poppy bekommen und ja Na gut bin mal gespannt ja ich bin jetzt ja ich bin auch ein bisschen nervös was der da jetzt von mir möchte ne nicht dass der mir da jetzt erzählt hat da irgendwie keine Ahnung ich hab ne Ahnung in welche Richtung das geht aber ihr solltet wirklich miteinander sprechen und er hatte uns ja sowieso Hilfe angeboten ich hatte ja damals als das losging äh das Antonio Thema hatte ich mich ja bei ihm und bei Santi erkundigt was man machen kann seitens der Polizei wenn jemand verfolgt wird wo die dann beide sagten ja wir können erst was tun wenn was passiert ist aber so wirklich mehr hab ich dann auch nicht erzählt dann hat er halt mitbekommen dass wir Streit mit Jens hatten aber so richtig halt auch nicht und ja und jetzt kam er halt von sich aus bei mir an und das macht mich halt stutzig das heißt irgendwas ist ist der DTU oder der Polizei aufgefallen und das gefällt mir grad nicht Nö da hast du absolut recht und das macht mich halt wie gesagt mit nervös ne also es kann gar nicht sein aber er hat halt eine Andeutung und Andeutung gemacht die sich er hat auch einen Namen gedroppt ob ich den kenne und dann habe ich jetzt grad hin und her überlegt ob ich Antonio mal nach diesem nach dieser Person fragen soll aber ich mach das lieber nicht wer denn ähm warte äh Luca weil ich seit so weit wie Sting und Ziel er hatte nur ein Name oder keine Ahnung kennst du einen Luca wurde ich gefragt Luca ich kenne nur Antonio das könnte ja jetzt ein Vor- und Nachname sein ne ich glaube es ist ein Vorname sowas wie Lucas oder so nur halt die italienische Version ähm ähm und ähm dann ging meinte er ja es ging es kann sein dass es um den Pier geht irgendwie so in die Richtung und ja wenn man wenn man da mal ein bisschen äh Hirnschmalz rein tut dann äh es wäre halt schon ein guter Standort für Leute die Dinge in die Stadt bringen wollen die da nichts zu suchen haben toll das ist ja ein guter Start aber die werden da wohl vielleicht mal mit aufhören wenn wir da sind ist ja jetzt vielleicht dann vielleicht gerade nur weil das irgendwie sehr unauf äh also hat dann einfach ja mein Verdacht wäre halt dass unser ähm unangeschränktes Nutzungsrecht das uns ja dann auch ein Hausrecht verleiht also dass wir dann Hausverbote aussprechen dürfen die wir mit Hilfe der Polizei dann auch durchsetzen dürfen dass das das Problem ist wenn es weiterhin öffentlicher Grund wäre würde sich wahrscheinlich niemand drum scheren aber wenn wir den Leuten verbieten dürfen ähm darum zu laufen ja dann haben wir halt die Kontrolle über diesen Teil des Peers weißt du ja ja aber das ist ja eigentlich ein positiver Aspekt oder nicht für uns ja für Leute die da Dinge tun wollen eventuell nicht so sehr also ich sag mal so aber das ist nur eine Vermutung also ja aber ich sag aber mal so wenn ich jetzt wirklich von Übersee da irgendwie andocken unten ist ja da so eine kleine Pierplattform vielleicht ist das der Punkt und dann irgendwie sagen schmuggeln oder weiß der Geier aber da gibt es doch wohl in dieser Stadt oder auf der Insel gibt es doch wohl noch mehr Anhaltspunkte wo man hingehen kann die sogar noch unauffälliger sind als der Blödsinn den wir da jetzt haben oder nicht ja aber man kann halt auf dem Pier ein Betrieb hinsetzen ein Restaurant eine Bar oder sonst irgendwas und wenn es so eine Wäscherei ist die man dann als Umschlagplatz benutzen könnte weißt du Lagermöglichkeiten was so weiter ach so und du meinst sie kommen dafür dafür dann auf uns zu oder was ich weiß es nicht vielleicht ist das schon zu kompliziert und zu weit gedacht aber wenn es um diesen Standort geht und zwar nur um den Standort dann ist es möglich dass in diese Richtung gedacht wird okay das ist tatsächlich gar nicht mehr so so unwahr ich glaube da ist und die Tatsache dass dann dass er mich dann erst nach einer Mitarbeiterliste gefragt hat und dann nochmal nach dem Vorfall mit Antonio es geht schon wieder in eine Richtung wo ich mir denke finde ich gerade ein bisschen scheiße wo sich die Lage bei uns wieder so beruhigt hat weißt du das ist aber nur die Ruhe vom Sturm ich glaube da ehrlich gesagt nicht daran dass das Thema schon durch ist nee also dass es durch ist daran habe ich auch nicht gedacht ich habe auch weiterhin ein aufmerksames Auge bei Antonio aber das ist schon ziemlich kompliziert und umständlich aufgezogen und Dinge die umständlich und kompliziert aufgezogen sind vor allem hier in der Stadt dann ist es den Leuten richtig ernst und dann sitzen da halt auch Leute mit Grips hinterher ja aber gut ich meine wie gesagt mit Erpressung da rechnen wir ja sowieso schon mit ob das jetzt Schutzgeld ist oder eben Blödsinn dass die wir unser Gelände nutzen wollen für ihn scheiß ähm ich wenn wir uns da nur gut drauf vorbereiten sollte das ja wohl nicht das Problem dann schält sich jetzt einfach mal also ich jetzt um meine Sicht der Dinge ich kenne nicht kenne da halt nicht wie die arbeiten da weiß er ja der Sören wahrscheinlich mehr was los ist und deswegen würde ich auch sehr gerne mit ihm gerade sprechen aber was war nicht selber so wach weißt du das das ist unterschiedlich ich glaube heute wollte er später aufstehen er hatte aber auch wieder ein bisschen Rücken äh wer zu sagen hat wenn er sich bei mir meldet kann ich ja nochmal Bescheid sagen ja ok ich gucke jetzt erstmal das Thema hier mal da richtig okay dachte ich mir schon alles klar so ok dann Arbeitsverträge sind wohl schon durch ich habe gerade die Rechnung gekriegt dann schicke ich dann einmal das Geld raus und dann kann ich mich da auch mal darauf vorbereiten schon mal bis gleich ok also das bedeutet er hat uns den fertigen Arbeitsvertrag geschrieben den würde ich einfach kopieren dann nochmal in Word aufbereiten mit euch zusammen damit wir denen dann auch schöner verschicken können eine Unterschrift runter von dir oder einscannen und so eine Geschichten und dann wird schon sexy kleines Tor in den Anleger machen da ist ja im Prinzip ein Tor das ist ja der Witz also ne ich meine rauslaufen können sie halt immer aber schon schwierig jetzt die Situation ich weiß doch nicht was da passiert da kann natürlich von Waffenschmuggel über illegale Einreise und Co kann da ja alles sein da bin ich halt gerade nicht so ganz aber ich meine wenn die Polizisten wissen dass da was ist warum nehmen die die nicht hops das verstehe ich wiederum nicht das ist ja wohl in Leichtigkeit wenn die wissen dass die da anlegen weil hä auf frischer Tat Etappen ist doch wohl das Beste der beste Beweis den es gibt oder nicht keine Ahnung ich bin gespannt was Sören dazu zu sagen hat keine Kapazitäten also wenn alle bei der Einreise eine Manta-Platte kaufen ist alles gut großartig da kommen die illegal Eingereisten erstmal und setzen sich in die Wurstpumpe und gönnen sich erstmal leckeres was zu essen natürlich mit Aufpreis weil naja das ist natürlich schon ein Risiko was der Knussi da angeht aber das wäre ein krasser Einstieg für Crime-RP oder weil wir könnten die wir könnten die umgekehrt erpressen weil wir haben halt die Überhand wenn die ankommen und sagen ähm hier Waffe an den Kopf so äh wir machen das jetzt hier weiter und du willst keinen Ton sagen dann sag ich jo ich bin einfach dafür ihr bezahlt mir einfach Geld ihr könnt das weiterhin machen und da falle ich die Fresse was haltet ihr denn davon aber nein 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 das äh nein nein das ist leider nicht knussi das ist nicht das was wir machen wollen wäre eine geile Sache aber nicht für knussi wobei es halt auch dämlich wäre das zu machen wenn die polizei schon weiß dass da was ist ne also es wäre halt richtig dumm das war richtig dumm wir sind sie gerade noch in Rechnung und überweisen zu uns ich hab da alles gut alles gut dann konnte ich nicht mehr weggucken und hätte ich es alle die völlig in Ordnung ne sind sie nicht schon fertig so zwar selbst mal fertig ich bin fertig okay ja ne ich bin fertig wunderbar dann mach ich jetzt ne dankeschön ja machen sie so jubi 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 da ist es Geld überweisen So. Ähm, Konton nochmal da. So, können Sie, wenn du ein bisschen beeilen? Ja, guter Herr, ich mache gerade eine Überweisung fertig. Ich bin sofort fertig. Okay, ich habe es nämlich einig. Ja, ich auch. So, fertig. Ich stehe auch nicht, weil ich Spaß habe, ne? Okay, das ist natürlich was anderes, wenn er das Geld uns geben möchte. Dann kann er sich dann, dann mache ich natürlich sehr gerne Platz dafür. Was den Spasselacken her. Aber er hat es doch eilig. Oh, ja, dann bringe ich sofort alles ab. Hupsi. Ach, Mann, ey. So, jetzt ruhe ich mal eben den Schalom an. Wohl brauche ich gar nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Okay, dann tun wir jetzt vorne alleine. Dann helfe ich da mal mit. Kommst du klar soweit? Joa, eine Bestellung jetzt mal hin. Ja, aber wenn du was gekocht haben musst, dann sagst du uns Bescheid, ne? Ja, ja, habe ich immer gemacht. Okay, ne, weil ich jetzt gerade gesehen habe, die Katie ist hinten zu Gange mit der Bestellung. Und ich bin jetzt gerade auch noch so mit diversen Themen. Ich mache jetzt mal kurz die Arbeitsverträge fertig. Naja, dann, wenn jemand ist dann, dann schrei einfach, ne? Ja, ich habe eh schon mal versucht, einmal hier Brötchen zu backen. Das wird nicht. Ich habe einfach nicht die Möglichkeit. Ich habe die einmal verbrennen lassen, einmal ging sie gut. Aber dann habe ich gesagt, Kate, das hat keinen Sinn. Ich wäre es ja nicht unnötig verbrauchen. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen knifflig mit dem Kochen, ne? Da muss man halt schon ein Hähnchen für haben, ne? So ist das nicht. Ne, wunderbar. Also, ich glaube, ich glaube, der Jensee ist da auch gerade gekommen, wenn ich richtig hier sehen habe. Dementsprechend bis auch gleiche mehr alleine, ne? Okay, alles klar. Gut, bis dann. Bis dann. Ich mache dir ein PC einfach. So. Dann würde ich sagen, mache ich schmal, mache ich schmal Wörter auf, die Wörter wird. What? Und dann formatieren wir den Spaß einfach mal. Aber ich schätze mal, wir müssen eh gleich nochmal kurz mit mir ansprechen. Deswegen bleibe ich jetzt erstmal hier. Und dann gucken wir gleich mal. Und sonst? Gut bei euch oder nicht? Ich kann eigentlich mal in der Zeit einfach mal hier, wir checken mal Venture, Wurstkartell Venture. Ich habe ja mal ein anderes auf dem Browser, auf dem Rechner. So, es geht noch hinten. Ja, die ist im Lager. Und wegen der Pommes-Kate-Shop. Boah, weil ich sehe mit der Pommes-Kate-Shop. Ja, möchtet ihr? Ach, Jens geht auch. Ach so, jetzt hätte ich das eben gemacht, ne? Jensi. Ja, habe ich schon, habe ich schon, habe ich schon. Ja, ich wollte mal fragen, Pommes-Kate-Shop möchte her. Pommes-Kate-Shop? Ja. Nur Pommes-Kate-Shop. Nur Pommes-Kate-Shop. Ja, alles kann man schwierig. Aber ich glaube, Pommes-Kate-Shop solltest du auch hinkriegen. Musst du mal probieren. Ach so, ja, ja, probiere ich später jetzt, jetzt beim Kunden vielleicht schlecht. Ja, nee, ja, das kriege ich das nicht hin. Mach ich da vorne, eine fällig, ne? Ja, Lüchen, Jensi. Ja. Okay. Wer soll da jetzt doch nicht machen? Macht, macht wie ja wohl. Ich wollte ihm nur sagen, da hat man, oder probiert einfach, wenn es daneben geht. Ja, wollte ich gerade sagen, mach doch einfach mal. Na ja, kann man schon mal wieder neben gehen. Na ja, Jensi macht ja einfach die Pommes-Kate-Shop und die Kette-Mario machst du da selber drauf oder so, ne? Hat er das noch nicht? Hält. Weißer, dann wieder einen Grill anzuschalten hat. Da ist er jetzt nicht seit Dach. Dach 1 macht er doch jetzt hier nichts ohne Grill, oder? Das weiß ich nicht. Ich glaube schon, eigentlich bisher, da glaube ich nur hier im Service gearbeitet, ne? Und das ist jetzt, wenn die Pommes fettig werden von vorher schon, dann kann er die Majo da selber drauf machen, ne? Scheiße, es ist immer so kompliziert mit diesem... Wir wollen das Kochen ja richtig ausspielen und zwar, je, er sei egal, sei wurscht. Die machen das schon. Weißt du da? Ja, ich bin gerade an Arbeitsverträge dran, ne? Aber jetzt, was für Arbeitsverträge? Ja, wir haben jetzt bald Arbeitsverträge und die muss ich einmal vorbereiten, damit ich dir euch auch dann geben kann. Wir haben jetzt, kriegen jetzt sogar Arbeitsverträge. Ja, natürlich. Ist sogar vorgeschrieben richtig mittlerweile. Ach du Scho... Deswegen, da steht, deswegen haben wir ja die Aufgabenbereiche fettig gemacht, damit er den eure Verträge drin steht, ne? Ja, ja... Und ich habe dann mit dem Anwalt zusammen, habe ich da die Verträgevorlagen gemacht, ne? Und jetzt muss ich die nur noch einmal schön machen, unterschreiben und dann können wir dann gucken, dass wir da alle mal... Muss ja jetzt nicht sofort passieren, aber ich will das einmal fertig haben, weißt du? Okay. Also wenn ihr mal ist, dann komm gerne her. Naja, sonst klicke ich mich jetzt erst mal hier kurz aus. Ja, weiß ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob du mich immer noch da auf dem Posten siehst. Nochmal im letzten Gespräch war ich mir da jetzt nicht mehr so sicher. Ja, bisher hat sich da nichts geändert, aber das Ding ist halt, Jensen, wir vertrauen, ich sei schon ein bisschen eingebrochen, ne? Ja, du, das habe ich dir auch gesagt. Ich habe dir dazu was gesagt, dazu stehe ich. Ich mache da kein... nichts mehr. Also selbst wenn... Selbst... Also ich habe das sogar noch ein bisschen erweitert. Ich habe sogar zu Kate, wir sind ja gestern noch Outlaw gefahren, gestern Abend. Wir hatten uns mal ausgesprochen, haben mal die Situation quasi mal so ein bisschen genutzt. Ja. Wollte mal ein bisschen die Bogen glätten. Ich glaube, das war genug Aufregung jetzt die letzten Wochen. Ja, das stimmt. Und ich hatte mit Kate herumgesprochen und ich habe gesagt, Selbst wenn jetzt irgendeiner auf mich zukommen würde und würde mich darum bitten, irgendwas zu tun, werde ich das nicht mehr tun, Dirk. Ich will dich nicht verlieren als guten Freund. Und wenn du der Meinung bist, du kannst diese Situation so meistern, wie du sie eben meistern willst, dann mach das bitte in Zukunft ohne mich. Ich bitte dich sogar darum, mich nicht dahin zuzuziehen. Nein, Dirk, ich möchte meinen besten Freund nicht verlieren. Was hat er denn damit zu tun? Du weißt, warum ich sauer auf dich war? Ich möchte einfach nichts mehr damit zu tun haben, Dirk. Das ist, wie gesagt, ich kann es immer noch nicht nachvollziehen. Meiner Meinung nach habe ich für meine Verhältnisse richtig gehandelt. Und ich möchte es aber, ich möchte auch nicht mehr darüber reden, Dirk. Ich möchte einfach nur, dass du definitiv weißt, dass mir meine Freundschaft und alles, was damit zusammenhängt, auch mit dem Geschäft, mit allem, mit allem drum und dran, mir tausendmal wichtiger ist, wie irgendwelche Sachen, die ich mir vielleicht irgendwann mal in den Kopf gesetzt habe. Das Ding ist halt nur, Jens, wenn du diesen Posten hast, den du ja jetzt hast, dann wirst du in solche Sachen natürlich mit integriert. Weil, wenn wir jetzt erpresst werden von irgendjemand, soll ich dann sagen, Dann wofen die Polizei, Dirk. Ja, bestimmt. Das ist deine, das ist jetzt deine Lösung. Ich möchte meinen besten Freund nicht verlieren. Was ist daran nicht zu verstehen? Wofür verlierst du mich? Weil ich, wenn ich, ich habe Angst, wenn ich irgendwas mache, dann würde das nicht gefallen. Ja, aber deswegen, es ging doch darum, dass wir genau in solchen Situationen einfach miteinander reden. Ja, aber dann, ich möchte, ich möchte dann nicht mal mit, eigentlich, ich kann das nicht, Dirk. Ich kann nicht raus aus meiner Haut. Bitte akzeptiere meine Entscheidung, dass ich dann definitiv sage, ich möchte in solche Prozesse einfach nicht mit eingebunden werden. Weil, wenn ich dazu komme, dann wird es hässlich, Dirk. Das willst du nicht. Das akzeptiere ich, dann akzeptiere aber auch bitte meine Entscheidung, dass ich dann definitiv sage, ich möchte in so einer Entscheidungsprozesse nicht mit eingebunden werden, weil ich meinen besten Freund einfach nicht verlieren will. Okay, ja gut, dann muss ich mir da mal Gedanken drüber machen, weil ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie wir jetzt weitermachen, ne? Wieso denn? Naja, nehmen wir jetzt mal, wir werden wirklich auf Schutzgeld erpresst. So, da möchte ich ein Team um mich haben, mit dem ich darüber sprechen kann und Input sammeln, was wir jetzt machen. Weil zur Polizei rennen ist nicht in jeder Situation die beste Lösung. Das weißt du genauso gut wie ich. Ja, aber du hast Lilly, du hast Kate, du hast Poppy von der DTU, du hast so viele Leute, die dir damit Rat und Tat zur Seite stehen können, die auch deine Denkweise haben, was das angeht. Und du musst ganz ehrlich sagen, als du mich das letzte Mal in irgendwas eingeweiht bist, was diese Sache tatsächlich angegangen ist, habe ich mich nicht gerade in deinen Augen mit Ruhm bekleckert. Das musst du jetzt mal so sehen. In allen anderen Belangen bin ich immer an deiner Seite. Und es soll sich, also das heißt jetzt nicht, ne? Also es soll sich immer noch einer wagen, dich anzufassen. Glaub mir, dann boxe ich dich da raus, egal was mich da kostet. Und wenn es mich mein eigenes Leben kostet. Also dich packt keine an. Kate packt auch keine an. Lilly packt auch keine an. Das ist definitiv so. Das ist für mich Ehrensache. Ihr seid für mich Familie. Das ist definitiv so. Aber gerade deswegen kann ich nicht verstehen, dass wenn wir mal in so eine Situation kommen, dass du dann, wenn du einen Plan hast, wie man das lösen kann, dass du nicht mal sagst, was wir machen könnten, dass du dich einfach komplett ausziehst. Wie man das tatsächlich lösen kann. Aber diese Pläne, die werden dir nicht gefallen. Das ist nicht deine Denkweise. Das ist nicht deine Art. Ja, aber warum sagst du das denn? Dann kann man ja drüber reden, ob man das macht oder nicht. So, weißt du, darum geht es auch einfach. Das ist deine Art und Weise, wie du darüber nachdenkst. Ja, das ist ja wohl nicht immer... Das gibt ja wohl noch ein bisschen was zwischen... Wir gehen zur Polizei und wir bringen jemanden um. Da ist ja wohl noch Spielraum zwischen. Darum geht er doch einfach. Da ist auch eine Menge Spielraum zwischen... Wir packen jemanden ein. Wir verstümmeln jemanden. Wir machen jemanden Angst. Wir holen jemanden, der noch größer da ist, in dem Geschäft, der dem vielleicht Angst macht und Druck macht. Ja, da ist eine Menge Sachen zwischen. Aber das wird dir alles nicht gefallen, Dirk. Und bitte verstehe das doch einfach. Dass ich da Angst... Ich habe wirklich, ohne Scheiß, ich hatte noch nie wirklich Angst, dass ich den besten Freund verliere. Und das ist... Naja, so gesehen ist das ja nicht wahr. Ich habe ja schon mal einen sehr, sehr guten Freund verloren, tatsächlich damals. Aber es ist tatsächlich definitiv so. Ich möchte dich einfach nicht verlieren. Punkt. Aber nehmen wir jetzt mal eine andere Situation. Ja. Wieder dasselbe. Wir werden auf Schutzgeld erpresst. Keiner von uns weiß, wer das ist. Du aber schon. Ja. Das ist ja dann kein Vorgehen, was du tun, sondern einfach Informationen. Du kannst uns sagen, wer das ist, was der macht und was der in der Hinterhand hat. Da kann man noch mit arbeiten. Das würde ja am Ende schon reichen. Du weißt aber schon, dass ich mich damit in Gefahr übergebe, ne? Ja, aber gibst du dich ja so oder so. Wenn wir mit dem... Nehmen wir mal an, du weißt, wer das ist, sagst du uns das aber nicht. Und wir gehen mit der Polizei vor seine Tür. Dann bist du da wohl der Erste, wo die ansprechen. Aha, der Jens hat wohl geplaudert. Ich würde noch mal fünf Würste mehr nehmen. Also sieben insgesamt. Gerne. Mit oder ohne Schafe-Soße. Ich sehe schon... Das ist ein schwieriges Thema. Ich... Ich muss mir das einfach durch den Kopf gehen lassen. Ich weiß nicht, wie ich da reagieren soll und muss. Und ich habe einfach nur im Moment halt einfach so ein Ding. Weißt du? Ich meine, du weißt, ich bin ein Hitzkopf. Wir sprechen halt immer über Eventualitäten. Wenn wir jetzt einfach mal auf die Situation abwarten und du einfach nur die Türen offen lässt, das wäre mir einfach lieb, dass du dich jetzt nicht einfach komplett verschließt und einfach vor jeder Situation, die uns erwartet, einfach sagst, ich bin raus. Keine Ahnung, was da ist. Ist mir egal. Ich bin raus. Ich ziehe mich da raus. Mach den Scheiß alleine. Das möchte ich einfach nicht. Ich möchte einfach nur... Ich hatte gedacht, das wäre in deinem Sinn. Ja. Der Herr will dich kaufen. Ja, sag ihm, ich bin zu teuer. Ich bin sofort bei ihm. Ach was? Ja, ist der Helmut. Gehen wir einfach nur darum, dass ich mich trotzdem irgendwie... dass ich irgendwie einen Rücken... den Rücken von dir gestärkt bekommen weiterhin. Weil das klingt jetzt halt momentan, so als würdest du deinen Job machen, bis zu dem Punkt wo du musst und alles weitere ist bis halt wieder raus, weißt du? Ganz kurze Frage. Ja. Brauchen wir noch für was anderes außer Kartoffelsalat unseren Zucker? Äh... War da nicht noch irgendwie in den saisonalen Produkten vielleicht was? Ich brate Apfel. Ich brate Apfel. Brat Apfel auf jeden Fall. Kartoffelsalat? Also für später brauchen wir ich brauche mir Zucker. Aber jetzt gerade Kartoffelsalat, der Brat Apfel. Ich glaube ansonsten erst mal nix. Okay, weil wir haben noch 35. Ich würde da nur ein bisschen nachbestellen. 20 oder so. Genau. Ja, mach mal ein bisschen Watte und ansonsten... Ich glaube, dann passt das schon. Guck mal. Okay, alles klar. Da war ich an der Bestellung gar nicht mal in meinem... Ich hab mal mitgelebt in dem Kopf, ne? Ich hatte jetzt... Ich hätte jetzt aus dem Kopf raus gesagt 15. Wie bist du? Nicht schlecht. Die schlecht. Siebt doch vorbereitet er jetzt. Ja, aber die, äh... Sie schicken uns ja nie halbe Packungen, deswegen muss ich 20 bestellen. Ja gut, da wusste ich jetzt nicht, wie groß die Packung ist. Aber ich hätte aus dem Kopf raus gesagt 15. Siehst du mal? Ja. Tomaten haben wir noch ganz viel. Ich glaube, du müsstest dann noch mal, ähm, einen Kessel, äh, Curry-Curry-Soße machen. Sie schon... Ich hab doch letztens jetzt 100 Stück gemein. Siehst du schon wieder leer, oder wat? Ja, wir haben ja jetzt die Wurstpumpe, ähm, bestückt für die Kartbahn. Ach so, ja, gut. Und die Küche, ne? Na gut. Ja. Na gut, dann weiß ich. Ja, dann mach ich dann nachher nochmal was für dich, ne? Ne, erinnere mich aber gerne nochmal dran, ne? Na klar. Wunderbar, ja. Ja, dann geh du mal zur Helmut. Wir haben immer noch genügend Zeit darüber zu sprechen. Aber ich muss mir das echt durch den Kopf... Ja, lass ja. Das ist ja auch nicht von heute auf morgen. Nur wie gesagt, ich hab halt Probleme, wenn ich mit denen ich über alles reden kann, dann ist der Posten einfach nicht geeignet, weißt du? Das ist nicht, weil du mal nicht dir das aufzuschauen. Ich würde auch, wenn du, wenn du sagst, du kannst mir diesen Posten nicht geben, weil du mit mir diese Dinge nicht gehen kannst, dann gibst du mir halt nicht diesen Posten. Das heißt aber nicht, dass ich das Unternehmen im Stich lassen will. Ich muss, ich muss ja genauso drüber nachdenken, wie du. So, gucke jetzt mal, dass die da die Gäste irgendwie bedient. Chris, ich rede mal kurz mit dem Helmut, ne? Bis gleich. Helmut! Grüß Sie! Alles gut? Ja, wie ist sie? Ja, genau. Ja, die zwei letzten Teile, ordentlich Kopfschmerzen. Mittlerweile geht ich wieder. Und bei dir... Ja, angenehm, angenehm. Ja, schön, schön, schön. Hast du ein Anliegen, oder wolltest du mal vorbeischnuppern nur? Nö, ich wollte nur mal so vorbeischnuppern. Ich kenne die Stadt ja normalerweise samstags nicht so, ne? Ach so! Dann ist immer mein, ich fummle an mir rumtach, aber heute habe ich keinen Bock. Ja, das... Ich war nämlich noch nicht duschen. Und die Hand wollte ich noch für was anderes benutzen. Okay, ja. Was hältst du denn davon, wenn du mal duschen gehst heute? Susi? Hm, ja, ja. Keine Sorge, ich bin recht. Ach, mein... Ja, gut, ne. Aber wenigstens hast du dein Samstag mit was zu tun, ne? Ja. Willst du was machen heute, oder was... Ja, für mich ist das egal. Hör mal, ich hab Neuigkeiten. Oh, was denn? Rate. Äh, dein Auto ist kaputt. Du hast ein neues Auto, du möchtest dein Auto verkaufen, oder irgendwas anders mit deinem Auto. Ich werde vielleicht wieder Pilot. Wat? Ja, bei Los Santos Aviation Airline... Los Santos LSR. Warte, du willst fliegen? Sie, fliegen. Bitte, du kannst auch fliegen? Ich hab ne... Was bist du für ein Freund? Ja, das hast du mir nie erzählt. Wirklich? Das hab ich dir nie... Also, Helmut, du hast mir nie erzählt, dass du Pilot warst. Du bist ganz anders, seitdem du unten den Laden hast. Alle sagen das. Wie? Hab ich noch gar nicht. Ja, scheiße. Ist ja gerade... Verdammt. Äh, nee, das hab ich dir doch mal erzählt. Vom Pilot zu Maurer. Also, Maurer weiß ich noch, weil ich war ja auch Maurer ne Zeit lang. Aber... Ja. Aber Pilot, das ist mir tatsächlich neu. Ja, gut. Ich bin mit meinem Flugzeug in den Hangar gestürzt und konnte den neu aufmaurern. Fertig. Und danach hat die Flugschule... Das ist aber nur das Geschäftsmodell. ...die Flugdingens dazu gemacht und fertig. Nee, danach wurde ich Maurer. Nicht schlecht, Herr Spich. Ja, gut. Naja, aber warum hast du denn das Fliegen an den Nagel gegangen? Hast du Angst gehabt, oder wie? Nee. Nee. Ich hab mir immer Felder bewässert. Hab ich dir doch mal erzählt mit Pestiziden? Immer schön Pestizide rauszuhren. Emut, wann hast du mir das erzählt? Jetzt erzähl doch kein Blödsinn hier. Das hast du... Wahrscheinlich bei jedem Kegelabend oder so. Dann ist es aber auch okay, dass ich das vergessen habe. Okay, das kann natürlich sein. Das weiß ich auch nicht mehr, ne? Ja. Nee, gut. Aber du bist aber doch... Du bist aber doch... Also, du passt schon auf, ne? Beim Fliegen, oder? Das würde ich noch mal in so einen Hangar reinbretterst, weil ich glaube, das zweite Mal... So viel Glück wirst du denn hier noch mal haben, glaube ich. Weißt du, was das Gute ist? Am Himmel... Das sind keine Ampeln oder so, ne? Nee, ja, genau. Erstens, da treibt sich auf Pimmel und zweitens, da steht nichts im Weg. Ja, doch. Also, wenn... Kommt drauf an, wo du fliegst, ne? Wenn du in die Stadt hier fliegst, hast du manchmal auch große Häuser und so, ne? Weil, da krieg ich hin. Ja? Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich... Also, ich finde ja schon immer abenteuerlich, mit dir Auto zu fahren, wenn wir am Kegelabend unterwegs sind, ne? Ich flieg besser, als ich fahr. Vor allem, wenn ich einen drin hab, ey. Oh Gott, deswegen. Hast du mal diesen einen Alien-Film geguckt, wo die Aliens kamen und so ein riesiges Haus... ...kaputt machen und die Erde übernehmen wollten? Da ist auch so der Pilot. Der ist immer so ein bisschen betrunken. Ja. Ist das dein Vorbild? Ich kenne den Film nicht, keine Ahnung. Ja, der ist mein Vorbild. Ach so, ja, okay. Der hat dann die Welt gerettet. Der ist dann später mit so einem F-18-Superfighter in das Ufo reingebrettert. Das willst du jetzt aber nicht auch machen, oder? Ja, kommt drauf an. Wenn hier ein Ufo auftaucht, dann weiß ich auch nicht, ey. Ey, Helmut, du musst jetzt hier nicht dann, also... Der Kamikaze-Flieger machen, der muss ja jetzt auch nicht sein, ne? Ja, nee, vielleicht. Ja, aber dann müssen wir mal gucken, wenn ihr dann wirklich... Also, wie sicher ist das denn? Hast du schon ein Bewerbungsgespräch geschafft, oder was? Ja, da haben noch ein paar Leute noch hier Bewerbung und so, ne? Ja. Und dann gibt es hier Auswahlverfahren und Testflug. Und wenn ich da bestehe, dann gibt das Tier Rambazamba in das Himmel drinne rein, ne? Ja, guck mal, das ist doch super immer. Ja. Jetzt den Glückwunsch. Also, so halb erstmal, noch hast du ja nicht sicher, aber... Aber die haben auch irgendwann von wegen Buchhaltung erzählt. Wenn das so weit ist, dann klaue ich einfach nur das Flugzeug und mache mir ein schönes Leben auf irgendeiner umliegenden Insel. Warte, du musst dann die Buchhaltung machen? Ja, für die Flüge. Ja, aber in welchem Umfang denn? Keine Ahnung. Musst du da jetzt die Gewinne ausrechnen, oder was? Ne, das glaube ich nicht. Ich glaube, ich muss einfach nur reinschreiben, weil ich geflogen bin und wann nicht. Ja, aber ich sage, wo ist es jetzt kein Aufwand, oder? Dann muss ich mal gucken. Na gut. Wenn der Hilfe braucht, sagt Bescheid. Da habe ich ja mittlerweile die Beilung, ne? Ja. Dann lass ich mal nicht den Job davon, von Mies machen. Das ist doch eine schöne Sache, immer. Was verdienst du da? Weißt du das schon? Ne, keine Ahnung. Auch nicht. Also tatsächlich mehr nach Leidenschaft, als nach Kohle gegangen. Das ist ja nicht schön. Das ist ja toll. Das ist auch mal was Feines. Ne, das tut mir. Ne, schön. Dann sag mal Bescheid, wenn du da losfliegst, ne? Ich gucke mir das vielleicht erst mal vom Boden an, aber... Ja, pass auf, obwohl ich hinaus wollte drauf. Ja. Andersrum, obwohl ich hinaus wollte, unten, wenn du den Laden neu machst, du brauchst eine Landebahn. Wenn ich spontan da oben bin und habe Hunger und ich habe zufälligerweise kein Wasserflugzeug mit Kufen, da muss ich ja irgendwo hinkommen können. Also Wasserflugzeug wäre am einfachsten, weil wir haben unten Anleger, ne? Oh. Die haben da eins stehen. Wie, die haben da einen? Achso, eben in dem Laden habt ihr einen stehen, nicht an dem Anleger. Ne, ne. Also. Bei der Flugschule, das ist in Grape Seat da oben, ne? Ja, dann versuchte ich den einmal zu schnappen, da kannst du immer vorbei, komm, leckern Sauerbraten essen oder so, weißt du? Das ist ja zack, zack, da hat ein... Sauerbraten. Hast du auch Haxe und so? Und Kassler und so was? Ne, aber andere schöne Sachen. So, Haxe ist halt schwer... Pass auf, das Problem, wir haben ja keinen Metzger hier in der Stadt, ne? Ich muss die ganze Scheiß importieren und je mehr ich da verrückt werde, desto mehr muss ich importieren und das so, weißt du, wenn wir immer mal einen Metzger in der Stadt haben, dann sieht die Sache schon mal anders aus, da kann man ja immer drüber nachdenken, ne? Ja, gut. Aber Schnitzel wird's geben, oder? Schnitzel wird es geben, da hat ein Fuß. Aber da bin ich doch der Mann für, eh. Definitiv, ne? Also, wie gesagt, dann lenkt das Gespräch nachher dahin, dass du derjenige bist mit dem Wasserflugzeug. Ansonsten nimmst du einfach den Pier als Landezone, hast ja genug zum Ausrollen, ne? Ja, aber ich glaube, Bügelspannweite, das passt nicht. Ah, dann musst du halt Kleines nehmen. Oder habt ihr nur die großen Jumbo-Schätzer, oder wie? Nee, ach, hör mal, das ist ein kleines Airfield da, das ist hier Chestnut und so, ne? Ja, ja, ja. Und kleine A1, wo ist diese alten Antonovs? Doppeldecker mit Bewässerungsanlagen und so. Ja, weiß ich, was du meinst, auf jeden Fall. Irgendwann mit Wasser. Wasseranlage. Also, das innen drin nicht brennt, oder wat? Wat? Nein. Hier, hier Felder bewässert. Ach, sowas mit? Feldrückst Knopf und weg. Aber dafür gehen Leute, also sowas. Kann man das nicht besser mit dem Gartenschlauch machen? Wat? Da ist auch viel zu teuer, Helmut. Wat? Da ist auch viel zu teuer mit dem Flugzeug, die Felder zu bewässern. Ah, das ist aber lieb von dir. Dankeschön. Ja, ich hab dir direkt im Schiff gegeben, ne? Ich vertraue deinen Mitarbeitern nicht. Oh, hier. Ich geb das mal weiter. Alles klar, perfekt. Aber... Pommes. Geil. Aber das und dein schön eiskaltes Bier. Danke, Tiptop. Lass es dir schmecken. Ja, gerne. Äh, danke. Was? Weißt du, was du eigentlich für den Chef hier hast? Kate, du musst das auch hören. Wisst ihr, was ihr hier für den Chef habt? Hallo, Helmut. Hallo. Pass auf, ich sag, ich krieg vielleicht einen Job hier von wegen, mit einem Flugzeug fliegen und Felder bewässern. Er sagt, der ist doch viel zu teuer. Geht das nicht mit dem Gartenschlauch. So ein Chef habt ihr. Ja, ich denke mal, nur praktisch ein Fall. Das wäre doch, ist doch viel zu teuer, da ich mal viel Kerosin und die Flugzeuge mit in die Luft zu bringen. Aber dann hätte der Helmut keinen Job. Du musst dann auch denken. Ja, eben. Ich glaube, immer so. Aber die machen dort aber der großen Felder mit dem Schlauch ist doch mühselig. Kostet doch mehr, als wenn Helmut einmal rüberzischt. Ja, gut. Dann andere Argument. Regen. Ja, ich hier noch sehr selten. Ja, kenne ich nicht. Was ist das? Regen, wenn Wasser vom Himmel fällt. Da braucht man dann auch kein Geld für ausgeben. Aber Regen kommt nicht genau dann, wenn das Gemüse das braucht. Geh doch mal zu den Bauern, wenn die mal wieder eine Erntepleite haben und sag doch ja, einfach auf Regen setzen. Ja, warum auch nicht? Das ist ein Geschenk Gottes, wenn das funktioniert. Ich gebe mal kurz ein Telefon, bin sofort wieder da. Grüß, Mann. Ja, Hallöchen, hier ist Herr Daniels. Hallöchen, Herr Daniels, wie is it? Ja, gut. Lang nix gehört. Ja, ich war zwei Tage im Bett, ne? Aber muss auch mal sein. Im Bett? Ja, er hatte Kopfschmerzen und den ganzen Spaß. Oh, grüß dich mal ganz schön auf. Kältert, was wichtig ist. Ich kann nicht ganz schön auflegen. Was soll der Blödsinn hier? Mach mal schnell. Ich kriege gerade in Ordnung. Gleich zurückrufen, oder? Ne, 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 pass auf. Ich wollte einfach nur fragen, wie ist das mit der Kartbahn jetzt, das Wochenende, weil die Lili ist nicht da. Da müssen wir einen Satz finden, ne? Ja, wir machen am Sonntag auf um 20 Uhr. Sonder 20 Uhr sollen wir dann wieder mit der Pumpe kommen, oder wie ist der geplant? Ja, würde ich machen. Ach, ich muss noch mit Geld fragen, wie den Umbauarbeiten. Gut, dass du es sagst, wo ich denke nochmal an. Okay, ne gut, dann planen wir jetzt erstmal für Sonntag da jemanden an der Wurstpumpe, ne? Und dann guck du, wo wir das hinstellen, ob dann schon der neue Platz da ist, oder... Was ist denn mit Lili? Die ist krank, der geht's nicht gut. Die kommen runter erst wieder. Ah, verstehe mir. Gute Besserung, ne? Alles klar. Und was ist bei euch noch so los heute? Äh, sieht nach nix aus erstmal, ne? Ist ruhig weit, ne? Du, es mal steht vor der Ohre. Ja, ist ruhig, Helmut. Du, es mal ist... Was? Ich merke, wie ruhig das bei dir ist. Ja, ja, da ist... Kann ich jetzt weiter? Bist du im Kartell? Ja, ich bin Kartell. Ja, ich komme gleich noch. Alles klar, bis später, ne? Tschüss. Und man steht auf dem Flur. Helmut! Ja? Mensch, ich war am Telefonieren. Ja, weiß ich. Ja, warum singst du da? Ich hab... Ich hab nicht verstanden jetzt. Ist auch egal. Was hat Gethin gesagt? Was war so wichtig? Ich hab absolut keine Ahnung. Ich glaub, die hat gar nix. Wollte ich nur nerven, Knussi. Ach, du bist eine Pflaume, ey. Weißt du, man sich auf Knussi reimt? Äh, Tussi. Kussi. Ja, oder Kussi. Ja, komm her. Wir sehen uns später, mein Freund. Oh, noch nicht auf den Mund, ey. Ich dachte, du gibst mir jetzt hier so ne Umarmung, ne schöne. Oh Gott, das will... Hey, dann riech ich. Okay. Ja, hallöchen. Alles okay bei dir, Dirk? Ja, so halb, ne? Ich fuhr gerade ein bisschen... Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Entschuldigung. Können wir ganz kurz unter vier Augen reden? Ja, das ist wahrscheinlich. Komm Sie mit. Ja, das ist nichts Großes, so. So, weil haben Sie den? Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie auch aktuell das Problem haben mit Onion Grain. Ja. Und zwar, ich hatte gestern ein ausgiebiges Gespräch mit den Mitarbeitern dort oben. Ja. Und die sind alle auch sehr unzufrieden, derzeit auch mit dem Chef, die Lage, die ist das. Und... Jetzt soll ich ja überlegen. Ich komme von Taco Libre. Ah, so, ja. Und wir haben uns auch schon beschwert beim DOL. Allerdings meint es, dass DOL es bringt halt nichts, wenn ein Gastro sich nur beschwert. Okay. Ich denke, es ist halt, theoretisch müssen die Mitarbeiter auch da hochgehen und sich beschweren. Ja. Das macht er halt aktuell noch nicht, weil er halt seinen Job da nicht irgendwie riskieren will. Aber ich habe gesagt, es bleibt safe bestimmt, anonym. Mir geht es einfach nur darum, ob ihr aktuell auch das Problem habt mit der Lieferung von Onion Grain. Ja, tatsächlich. Also, wir sind jetzt aber einfach auf Wilzen ein bisschen rumgestiegen. Natürlich haben die nicht alle, was Onion Grain auch hat. Ne, das ist klar. Aber ja, sie haben da schon recht. Aber ich hatte fast dasselbe Gespräch vorhin mit meiner Mitarbeiterin. Die hat mir das auch so halb vorgeschlagen. Da habe ich aber nur gesagt, dass ich so gesagt habe, gut, DOL, das wird schon... Ich weiß denn, in welchem Moment sie vielleicht die Geschäftsführung jemandem anderen übergeben. Aber wenn das jetzt wirklich so akut ist, dann sind wir da jetzt auch schon... Also, was ich weiß vom DOL ist, die machen seitens, wenn wir uns jetzt beschweren, nicht wirklich allzu viel. Die nehmen das halt in Kenntnis. Bloß, man muss halt dazu bringen, der eine Mitarbeiter, ich weiß jetzt seinen Namen gerade nicht, ich habe aber seine Nummer, der... Goli, das war ganz kurz jetzt Gespräch platzen. Weil ich bin jetzt gleich wieder weg. Ja, ja, pass auf, brauchst du so einen Jolf-Verschnitt, so einen Club, 4.500, so ein Auto. Was für ein Ding? So ein Golf, so ein Jolf-1-Verschnitt, so ein Club. Ne, 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 ich will ja so einen Käfer haben. Okay, cool. Ja, okay, Entschuldigung. Alles cool, alles cool. Und die meinten halt, das müssen sich schon mehrere Gastos beschweren. Aktuell sind wir wohl die einzige Gastronomie, die sich darüber beschwert. Ich meine, das kann ja nicht sein, wenn die uns versprechen, dass wir auf dem Samstag unsere Ware bekommen. Per E-Mail sogar. Und ich sie schon den ganzen Tag versuche zu erreichen. Und eine E-Mail heißt, dass es am Nachmittag möglich ist. Ich meine, durch den läuft unser Geschäft jetzt aktuell nicht, ja. Das ist extrem ärgerlich. Okay, ne, das geht gar nicht, das geht gar nicht. Das stimmt, ja. Deswegen wollte ich jetzt einfach nochmal fragen, ob es vielleicht von eurer Seite auch möglich wäre, euch einfach mal beim DOL Klammern auszukotzen über das Union Drain, weil die Mitarbeiter da oben sind, wie gesagt, ja auch nicht zufrieden. Ich kriege es noch dazu, dass der Mitarbeiter, der mich angerufen hat, privat, sich auch beschwert. Also da muss definitiv was passieren. Okay. Ja gut, ich kann, mit wem haben Sie ja gesprochen, in dem DOL? Die Namen weiß ich leider nicht, aber die haben es wohl vermerkt in der Akte. Okay. In Ihrer Akte oder in deren Akte? Nee, in Union Drain, glaube ich. In der Akte direkt. Okay. Ja gut, ich werde da mal ansprechen. Ich habe da ja auch so meine Kontakte hin. Vielleicht kann man da irgendwas bewegen. Ich werde da vielleicht jetzt weniger auskotzen, sondern einfach mal anmerken, dass das immer schwierig ist. Schwieriger wird, mit Union Drain zusammenzuarbeiten. Und vielleicht hilft ja schon. Bist du denn das bei euch? So müsst ihr eure Ware jetzt auch schon selber abholen oder liefern die euch das? Boah, gute Frage. Also ich bin leider, ich habe das ein bisschen aus der Hand gegeben mittlerweile, weil wir auch andere Themen anfallen. Aber bisher haben sie das, glaube ich, immer geliefert. Also ich kann mich nicht daran erinnern, außer jetzt mal in Ausnahmefällen. Aber die letzte Lieferung ist auch schon eine Weile her. Wir haben ja, wie gesagt, wir haben ja Cypress, Wilson Farm und Union Drain, wo wir die Sachen aufgeteilt haben. Deswegen haben wir da ein bisschen. Aber sie haben recht, absolut. Ich bin eigentlich nur hergekommen, weil der Mitarbeiter von Union Drain meinte, dass sie sich auch schon beschwert haben über das Verhalten da oben, also beziehungsweise wegen der Lieferung. Und wir müssen jetzt, also wir müssen von Taco Liebe schon zusehen, dass wir unsere Ware hinterherrennen, dass wir hinterher telefonieren. Zusehen müssen, dass wir die abholen müssen und das ist halt schon ziemlich stressig und nervig. Okay, nee, dann rufe ich jetzt mal im DOL an. Wollen Sie mir Ihre Nummer auch einmal geben, dann sind wir auch schon mal in Kontakt, ne? Sonst ready? Jawohl. Also Vorwahl und dann 329. Also dreimal 5 auch, ne? Ja, richtig genau. 5, 5, 5, 5, 5, 5, ja, noch weiter. 329. 329, ja. Und dann 199. 1,99, 9, 9, okay. Wie ist Ihr Name? Joshua Monteiro. Joshua Monteiro von Taco Libre. Sind Sie die Chef da, oder? Nee, ich bin Cosio. Cosio, dann schreib ich das dabei, weil ich das auch sofort. Wunderbar. Alles klar, ich rufe Sie kurz an. Jawohl. Jawohl klingelt. Alles klar. Dann haben Sie meine Nummer auch, ne? Wie darf ich Sie einspeichern? Dirk Knussmann und ich bin der CEO von Knussmann Korb und darunter fehlt jetzt die Wurstkartell und die Wurstpumpe erstmal. Ah ja, wunderbar. Aber ich weiß nicht Bescheid. Gut, wunderbar, da weiß ich Bescheid. Dann erstmal vielen Dank für die paar Minuten. Ja, gar kein Problem. Wenn Sie sowas haben, dann kommen Sie einfach zu mir, ne? Dann kann man doch kurz drüber quatschen. Ich gucke mal, was ich tun kann, wegen Union Grain. Da muss der Klee es aber doch auch selber einsehen. Wenn er das nicht mehr hinkriegt, dann muss er da halt jemandem mal die Rechte geben, dass das funktioniert. Ja, definitiv. Ich meine, die ganzen, was ich noch weiß, so die 24-7 warten der ganze Zeit auf diesen ACE-Drink. Und das Rezept weiß nur der Klee es selber und wohl die Co-CEO, wenn mich nicht alles täuscht so. Ach, die produzieren den ACE selber, oder was? Genau, es gibt zwei Leute und ich meine, warum gibt man das Rezept dann nicht wenigstens an den Mitarbeitern weiter? Ja, oder alleine so eine RDP-Zugriff, weißt du? Ja, die haben ja noch nicht mal Zugriff auf die E-Mails. Also die können auch nicht mal Bestellungen abarbeiten, wenn der Chef nicht da ist. Ja, das geht nicht, das kann man nicht machen. Das ist total Schwachsinn. Nee, gut. Dann sind wir bei einer Wellenlänge. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gut, dann rede ich mal kurz mit der Frau Berry vom DOL und guck mal, was ich machen kann. Wunderbar, alles klar. Vielen Dank, Herr Knussmann. Sehr gerne. Wenn Sie übrigens irgendwie haben, Sie irgendwie Notstand, brauchen Sie irgendwelche Sachen, dann vielleicht kann ich Ihnen aus dem Lager noch irgendwas geben. Also, ich glaube, ich brauche ganz, ganz dringend Knoblauch 10. Haben wir noch da, ich hole ihn wird. Was wollen Sie dann dafür? Ja, ich gebe Ihnen das so. Nee, 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 nee. Ich muss ja so aufbezahlen. Ach, blöd, ja, nehmen Sie den, ja, bei der Knoblauch habe ich glaube ich nicht. Ich glaube irgendwie 540 oder so habe ich noch da. Ah, okay, gut. Ich glaube, ich hole ihn das erst mal kurz. Okay, alles klar. Schön, schön die Freundschaften aufbauen. La, 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 la. Ich gebe dem Herrn vom Taco Libre mal unser Knoblauch, den brauchen wir ja eh noch für die Gulaschluppe. Okay. Das sind dann können wir, weil die haben gerade Not, über 40 Stück da brauchen. Oh, ich habe auch noch was für den Herrn von Taco Libre, da muss ich aber unter vier Augen mit ihm sprechen dann gleich. Fuck, dat hin. Die haben was Privates in der Wurstpumpe vergessen auf dem Weihnachtsmarkt und das habe ich rausgenommen und das ist bei mir im Wagen. Okay, sag ich denen, sag ich denen. Eine Sache noch, Dirk. Ja. Wie viele Lauchzwiebeln hast du aus dem externen Lager geholt? Ich glaube, da sind noch 10 drin. 10 sind noch drin, okay. Also ich glaube, 30 sind normal drin und 10 sind dann normal, meine ich, wenn ich mich alles täusche. 10 hast du raus. Das ist okay, brauchen wir dann noch Tomaten? Für die Lager nicht, für hier, was halt fehlt. Denkt dran, ich brauche knapp. Kartoffeln sind keine mehr im Lager, ne? Ne, habe ich komplett rausgenommen. Auch 100 Stück nachbestellen für, ne? 100, okay. Und Tomaten? Ja, wie gesagt, also ich brauche für eine 50er Portion, äh, Soße bräuchte ich 10 Tomaten. Planer mal 100 mit einem, also nicht 100 Tomaten, sondern irgendwie 20 Tomaten, die wir dann sofort verbrauchen wieder und dann, dass wir quasi Lager trotzdem weiterhin voll haben dann, ne? Okay, dann gucke ich mal. Ähm, Tomaten gibt's halt nur bei Union Grain, ne? Ja, also das kann sein, dass es eine Weile dauert, aber wir haben ja, eben, aktuell haben wir ja erstmal noch welche. Okay, ja gut, dann bestell mal, vielleicht kriegen wir das ja dann irgendwie hin, wenn er jetzt alle drückmachen, ne? Ja, ja, okay. So, ich hab noch 40 mal Knoblauch da. Ja, oh, das ist ja. So, na, danke. Passt schon, nehmensatz, somit hier, da brauchen wir aktuell nicht, haben wir nur für ein saisonales Produkt gebraucht. Ja, okay. Können Sie mir ja irgendwann wieder zurückgeben, wenn, wenn da mal wieder alles läuft, dann bringen Sie mir 40 Knoblauch zurück und dann passt das schon. Ähm, die, die Frau Kayn, die hat mir gesagt, die, sie hatten ja die Wurstpumpe, glaube ich, also unseren Foodtrag über den Weihnachtsmarkt, da lag noch irgendwas Privates von Ihnen drin, die hat das bei sich gesichert. Ne, dann geht es aber zu der Dame, die da vorne steht, ähm, und die gibt Ihnen dann quasi die Sachen nochmal raus, ne? Alles klar, vielen, vielen Dank, Knussmann, ja. Sehr, sehr gerne. Wenn, ja, dies melden Sie sich, ich ruf mal bei die UL, ne? Sie, genau so. Dankeschön, bis jeden. Ciao. Ach, ich liebe das, ich liebe das. Entschuldigung, das ist einfach ein geiles Gefühl, wenn ich zu mir komme, weil es was brauchen. Das ist halt so, das ist halt total weird, weil, was habe ich, was... Ich meine, der wird auch noch zu anderen Gastronomen laufen, damit, der mit dem, wegen dem Duel sprechen, aber ist schon. Schon irgendwie cool, dass Knussmann so einen Stand hat, dass man einfach zu ihm hinkommen kann, so, weißt du? Das finde ich einfach geil, das mag ich, das mag ich sehr gerne und so sollte der Charakter sich auch entwickeln. Ähm, Berrios. Die Frau Lotti. Die Frau Lotti. Aber gefühlt ist heute wieder keiner da, oder? Kein Popmeier, gut, der Daniels war jetzt dann, hat dann zurückgerufen, wenigstens. Ja, alles erklärt. Ja, 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 ging um Julien Crane, ne? Achso, ja, wieder wegen der, wegen der verzögerten Bestellung da. Ja, ja, dass die da momentan wirklich nicht schön arbeiten, ne? Das gehört, dass ich da nochmal vielleicht nochmal auch nochmal mit dem Duel spreche, so, dass dann so ein paar andere Gastronomen sich damit einsetzen, so, finde ich auch nicht, äh, nicht nur nicht so ganz falsch. Das war da mal, ich will jetzt im Gläser nicht sein, seinen Laden absprechen, aber dann sollte jeder, normalding, eine Geschäftsführer reagieren, wenn, wenn man merkt, man hat das nicht mehr unter Kontrolle. Kann ja nicht sein, dass keiner da Mail-Zugriff oder RDP-Zugriff in der Firma hat und wir dann hier auf unsere Bestellung warten, ne? Ach, da ist die Frau Berry. Okay. Knussmann? Ja, hallo. Hallöchen, ach, Frau Berry. Ja, ähm, kurze, kurze Angelegenheit. Ähm, ich hatte hier gerade jemand vom Taco Libre, der mir tatsächlich ein bisschen aus der Seele gesprochen hat. Und zwar, die haben genauso Probleme wie wir mit dem Union Crane aktuell, ne? Da sind sie nicht die einzigen, das ist ein ganz wildes Thema aktuell, wir sind da dran. Ihr seid da dran, okay, wunderbar, weil dann, ich wollte mich auch nochmal einmal melden, dazu, damit sie wissen, dass das nicht nur bei einer oder zwei Parteien ist, sondern auch bei uns natürlich. Aber wenn sie da hinterher sind, dann weiß ich Bescheid. Dann sage ich, ich habe die auch gerade vor 20 Minuten SMS geschrieben oder so. Wat? Ja. Ja, 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 ich habe gesehen, brauche ich ehrlich gesagt, nicht mehr. Ich habe mich da mittlerweile selber gut reingefuchst. Okay, aber vielleicht eine deiner Mitarbeiter oder so? Ich glaube, die sind, ja, ich kann den Antonio mal vorbeischicken. weil der muss hat ja ich frage ich frage mal ob er braucht weil im prinzip wir haben wir benutzen tatsächlich so gut wie alle fitos von den von der rdp app dementsprechend sind wir da tagtäglich mit zu tun aber wenn der wenn der antonio vielleicht noch mal sich das anhören möchte dann schicke ich den einfach vorbei alles klar dankeschön bis dann tschüssi antonio ja wie gut schätzt du dich ein im thema rdp app auch ganz gut ich habe jetzt eigentlich alles benutzt was ich so gerne gehen konnte mit diesen karten aber die karten macht kann ich ja oder soll ich auch erst mal nicht machen also das einzige was noch nicht gesehen habe ist dieses card management sonst nichts das habe ich schon alles benutzen probiert wieso ok weil die frau berriert hat noch mal gesagt ob einer von uns gerne zu diesem rdp schulungsding beim duel kommen möchte würdest du dir das angucken einmal ich weiß nicht ob da was neues für uns bei ist aber dann kannst du im prinzip der hat einmal da reinziehen und wenn da was neues für uns auch dabei ist dann kannst du uns auf den neuesten stand bringen weiß ich glaube du hast mit und von uns allen am wenigsten erst mal mitgearbeitet vielleicht wenn du sagst du soll da hin du musst du musst jetzt nicht dahin wie gesagt hat ist wenn du das möchtest dann gehen wenn wenn ich dann bleib hier dann ist mir im prinzip wurscht aber auch du wenn du jetzt also das ist so eine schulung für rdp für unternehmen irgendwie im duel hat die frau berri grad gefahrt ob wir dahin wollen ich persönlich kenne mich mittlerweile mit dem ding ganz gut aus wenn ihr aber sagt ihr würdet euch ja mal gerne anhören einen vater ruhig hin das ist ganz ganz lieb aber das meiste finde ich jetzt ist das ist ein sehr intuitives und wenn ich da fragen habe frage ich dich und was du nicht weiß was auf jeden fall denn jetzt also ich glaube ich bin doch schon ganz gut an der quelle ich wollte ich noch mal vorschlagen falls sagen wie noch bedarf da ist weil ihr werdet ja dann doch des öfteren mal benutzen weiß nicht ob ich den jens noch mal fragen aber ich glaube der jens ist ja ja auch mittlerweile ganz gut macht ja auch die bestimmen für die deswegen ich eigentlich keine sorgen ist ja nicht so wie beim beim bei union trainiert hat nur ich hinzugehen da haben wir ja schon ganz gut wie einschränkend das wäre wenn du rdp machen können gottes will nicht da haben wir da habe ich relativ schnell schon gerafft hat bescheuert ist aber gut ich habe auch gerade noch mal also wie gesagt der herr vom tako libre der war bei mir um auch wegen der union grain geschichte noch mal zu quatschen und hat gefragt ob ich mich auch noch mal beim duo irgendwie melden kann habe ich mit der frau berry telefoniert und die meint schon ja wir sind da hinterher wir haben dort auf den zettel und wir arbeiten dann schon dran deswegen wird sich da wohl irgendwas ändern in naher zukunft ja das wäre gut ja gut immerhin der vor allem der hat der hat da einen echt netten mitarbeiter der ericsson das ist so ein super engagierter weiße wenn du dem einfach rdp erklärt dann macht er das deswegen also ich verstehe auch nicht warum das also selbst wenn der ist ja dann wohl nicht komplett verschwunden sondern wenn er zwischendurch mal morgens da ist da wird er aber doch wohl merken dass jeder die die bestellung sich da häufen oder nicht ich meine wann haben wir die unsere letzte bestellung von ihm gekriegt dadurch kann er noch nicht lange sein dass das so ein chaos sei es oder vor ein paar tagen also fünf oder sechs tage nach bestellung und da habe ich ihn gefragt was los ist ne meinte er ist nur morgens da und blablabla ja aber das war sonst war das nie ein problem weil die queenie mckina hat das ja auch immer mitgemacht stimmt die war ja auch noch daher die diskusie bei ihm aber die ist ja auch schon seit also der erics ne ich nicht der ericsson sondern der andere typ den ich am telefon hatte ich weiß leider nicht mehr wie das war ich glaube ellen oder jake jacobs glaube ich heißt ja der meinte irgendwie ja die hätte er wohl seit einer woche oder so nicht mehr gesehen ja ich weiß nicht also wie gesagt wenn er die ul wie die die haben hat ja auf dem zettel wenn sowas nicht läuft und da bleiben wir dann am ende also wie tako lieber jetzt zum beispiel haben große probleme da jetzt an irgendwas zu kommen auch wenn die jetzt sagen wird mich jetzt wundert er hatte jetzt am meisten notstand mit knoblauch aber knoblauch kriegen wir doch bei bei wilson oder nicht ja und das geht nun wirklich super schnell okay dann habe ich weiß ich nicht vielleicht ist hat auch ich weiß auch nicht wie die arbeit ist mir auch egal ich habe jetzt mal angerufen habe mir auch noch mal meinen senf dazu gegeben und dann sollte das ja hoffentlich bald mal erledigt sein das thema und im schlimmsten weil kann man ja auch immer noch bei bei cyprus die sachen bestellen wenn wir juni nix ist es war wieder teurer aber sein bris hat ja alles verfügbar tatsächlich die können die siegelie die holen sich ja da auch von der von der bauer die sachen ja ich gucke noch mal hinten nach den zwiebeln und die bestellung fertig also du willst jetzt auch nicht zur rdp schulung da okay mir das bisher ist er war erklärt und ab und zu market gefragt gut dann weiß ich bescheid und wie ging es die letzten tage man kennt man nur hat es ein bisschen erkältung ja ja kopfschmerzen haben ohne ende nahe und was kann man tun hier oder geben mir kommen etwas zum essen holen ich kenne sich ihre karte noch gar nicht noch gar nicht ach dann legt man los also wir bieten hier hauptsächlich deutsche spezialitäten an aber ich glaube ich muss ein bisschen ich habe mich ein genuschelt also bieten in erster linie deutsche spezialitäten an der von der bratwurst über der currywurst bis hin zu frikadelle kartoffelsalat haben wir alle da wir haben getränke da wir haben aber auch so ja wenn sie wenn sie eher so frühstücks fans sind können wir ihnen stramm max auf dem grill hauen wir haben noch da aber ich habe schon so lange die karten das ist genau er das ist quasi ein brötchen aufgeschnitten butter drauf und dann wird ein leckeres spiegelei angebraten und dann mit schinken quasi auf das brötchen gelegt ne okay das ist ganz lecker dann haben wir noch bockwurst da wie gesagt die frikadellen was habe ich vergessen ich weiß meine eigene gerichte nicht mehr schon so lange nicht mehr vorgelesen kann ich ihn auch in verschiedenen schärfen an fertigen das war dann wenn sie das mit schärfer mögen haben wir da zwei stufen die wir noch da oben drauf gehen und ja das ist im prinzip soweit ne okay wunderbar dann würde ich einmal den stramm max nehmen ja also weil die ihn auch ans herzlichen kann wird wird jetzt gerade ein ausläufer ist bei uns dann ist ein saisonales produkt der bratapfel den haben wir heute ein angebot für 8 dollar wenn sie da noch einen mitnehmen möchten mit oder ohne vanille okay ja dann nehme ich doch ein stramm max und brater für bitte ja wunderbar mit alles fertig hey gucken kostet was gruppen kostet gucken kostet gehen habe ich die augen zu beim kochen ne brauchen kostet okay dann dann tue ich das auf meine eigene rechnung ne okay macht das ist ja schon wieder bei vorne oder was ja da ist gerade jemand also der der antonio ich stand jetzt gerade daneben und deswegen mache ich eben die bestellung fertig nein jetzt würde ich mir so ein bisschen wünschen würde was wünschte dir so schützen ja also wie gesagt lili und kate die sind ja eh schon dran mit der arbeitskleiner hat mir wird bisher noch nicht so wirklich zugesagt ich weiß nicht du wolltest ja auch noch mal gucken wenn er hat finde es wird ja absolut nicht zu sagen okay von lili und kate fand ich schon sehr bieder ja das war das war auch nicht so diese westen also irgendwie es ist halt echt schwierig mit dem zu arbeiten was man hier quasi so an der hand gekriegt von von dem das ding ist was ich mir wünschen würde wäre tatsächlich weißt du wenn du so eine boutique hättest die einmal alle kleidungsstücke die die boutique bestellen konnte so als probemuster da hätte naja das würde so vieles einfacher machen aber wie gesagt die 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 lili und die kate die haben von mir einen katalog hinein gekriegt wo du dir das so in so einer ich mag ich weiß ich habe das ich habe hier ich habe von diesem von einem anderen katalog ja ich glaube der fing irgendwie mit pl an oder so da habe ich mir tatsächlich kleines stück aber durch ohne scheiß wenn du wenn dir das schon nicht zusagt was was lili und was kate also ne ich also was lili du musst übrigens mal das bleibt jetzt auch unter uns das war steht jetzt nicht als angestellter das sage ich dir als freund wenn du wenn du da irgendwie so auf die idee kommst du mich da irgendwie zu erwähnen werde ich alles gnadenlos abstreiten weil wir eine heiße kartoffel ja wird wurde ich sehen also die lili fühlt sich sehr zurückgesetzt zurückgesetzt die befehlen ja also das problem an der ganzen sache ist halt auch noch mal so ein ding ich will ich wollte das eigentlich gar nicht machen aber ich mache das jetzt einfach das ding ist halt einfach allein schon das thema arbeitskleidung die ist sehr jung zitat von ihr war sie möchte sich nicht kleiden wie eine omi ja dann habe ich mit ihr auch schon besprochen nur die kann er nicht in den hotpain ziehen alle mitarbeiter reinstecken das ist das ist ja auch nicht das ding aber es ist immer noch event bereich und das ist schon viel über optik deswegen also ich bin ich bin ja auch ganz bei lili wie gesagt wenn ihr mir was auf den tisch schlägt was gut aussieht ich nähe das einzige was ein bisschen zugeknöpft wird das restaurant die bar und der event bereich die können ruhig ein bisschen lockerer sein oder ding ist halt es hat mir noch nicht einfach noch nichts zugesagt und diese hotpains die sie mir da gezeigt hat das ist halt nicht das können wir nicht machen das ist ein bisschen zu viel ich will ja jetzt aber auch kein wie zwingend immer aufzudrücken dementsprechend event bereich und in der bar bin ich doch ein bisschen lockerer mit meiner meinung abend nach nachdem du da zu hause bist dann vielleicht noch ein bisschen zeit das vielleicht kann ich dir ja da mal so meine ideen mal zukommen lassen was ich einmal da so gedacht habe oben für den barbereich ja macht das gerne macht das gerne können wir auch gerne hier besprechen würde sind nicht wenn du dann aber ich könnte gerne etwas offener darüber reden tatsächlich okay ohne das ganze jetzt immer andauernd umschreiben zu müssen ja ja okay okay alles gut ich bin mal eben das essen raus und sonst der kunde hat so glück im unglück genau klicken und dann wird einmal hier den strammen max und den bratapfel wunderbar vielen lieben dank guten appetit wünsche ich ich habe eine kurze frage und zwar wie ist das beliefern sie eigentlich auch das mt ja tatsächlich ja aber halt nur mit ja so sagen wie mit brötchen bütterkinn und ich glaube bockwurst aber bei ihnen da im regal ne okay wie oft kommen sie da um es zu beliefern wie wir kommen täglich einen tag kommen wir immer zum kontrollieren ob dann noch alle da ist und füllen auf und im zweiten tag tauschen wir meistens aus weil dann da auch die brötchen nicht mehr so schön sind damit das kann da jetzt auch nicht da gelangen da in dem regal natürlich deswegen gucken wir immer dass die sein frisch sind diese da kaufen aber da sind wir eigentlich so gut wie jeden tag dann einmal kurz im md okay haben sie mir vielleicht eine e mail adresse wie man sie vielleicht geschäftlich erreichen kann einfach wurst kartell bei ventur ne okay wunderbar genau weil ich bin der neue ausbildungsleiter md ja ja dann sind ausbildungsveranstaltungen die haben ab und zu auch ein bisschen größer ausfallen wenn natürlich seine abcatering immer gar nicht so ja dieser können sie uns aber auch anrufen sechs mal die fünf ist unsere hotline sechs mal die fünf zuschrechen doch gerade einmal auf genau da rufen sie einfach an oder können wir ihnen sofort liefern da wird das ist eigentlich sogar noch schneller erreichbar als über ventur melder gucken wir zwischendurch noch mal eine okay wunderbar das doch mal einfach dann einen tag vorher oder so oder zwei tage vorher oder das sind ein bisschen vorlaufzeit haben wir kommen auch wenn wir also wenn sie da jetzt richtige event catering wollen für für 50 plus irgendwie dann ist dann sollten sie das kurz vorher anmelden aber wenn wir jetzt so keine ahnung wenn sie jetzt erzählen leute vor sich haben und jeder möchte was essen da kriegen wir schon hin auf die schnelle nicht okay wunderbar das machen wir schon alles klar war dann vielen dank und schön dann noch sehr gerne ihn auch ein guter appetit tschüss geht's so wunderbar ja dann lasst uns nachher mal gucken mit dem mit der arbeitskleidung ne da so ist die poste so wie es dir passt ach so ja 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 hier wieder so zickig direkt hier aber nein ich musste gerade aufstoßen ach so haben wir noch was auf den zettel hier ja ich bin jetzt hier mit dem ja herr pop meyer wäre schönes rp geworden heute muss ich sagen habe ich schon bock darauf gerade ich will wissen was da passiert wir sind nicht klein wie eine omi sucht aber um die klamotten aus ich glaube das war tatsächlich eher wie ein knussmann ich glaube jetzt die komplett freie hand wird die sich da sonst was zusammenstellen auf github gibt es jetzt die organisation knussmann kommt ist ein github noch mal ich sag da wo man die die also so auf quellcodes öffentlich stellen kann und so ein scheiß bin ich mir nicht mehr sicher war damit poppy ja er hat kate gesagt er möchte mit mir unter vier augen springen wegen dem pierne ja ich war ich jetzt arbeitsverträge waren wir dran arbeitsverträge wollten wir vor 100 jahren mal machen dann machen wir das doch jetzt einfach mal so jetzt ein bisschen trocken wieder aber wird jetzt auch nicht lange dauern ja so das ist jetzt der arbeitsvertrag den müssen wir ein bisschen blablabla so da macht man seitenumbruch ein und ich allgemein mal die schriftfarbe auf schwarz und auf schriftgröße 12 machen wir mal die paragrafen dick wie gesagt ist jetzt tatsächlich nur ein bisschen anpassen tätigkeiten so viel ist arbeitszeit arbeitsvergütung betriebliche verpflichtungen des arbeitsvertrags urlaub krankmeldung verschwiegenheitspflicht weiter vereinbaren am on seitenumbruch hin kündigung sonderkündigungsrecht das ist echt schon ein bisschen gruselig dass wir jetzt hier einen arbeitsvertrag für ein fiktives unternehmen haben waren wir jetzt unsicher ein bisschen angst gehabt jetzt immer so dieser thrill ne so dann machen wir hier so dieser vertrag wurde ausgängig erläutern beschrieben los santos den das ist ja mittlerweile 2021 unterschrift so ja schon mal besser aus hier dann machen wir dann mittig so den ersten satz am besten nicht bei der arbeitsvertrag wie besprochen so arbeitsvertrag machen wir größer wie gesagt den ganzen teil hier zack zwischen knussmannkorb nachfolgend arbeitgeber genannt und so hier kommt auch noch 21 ich speichere das ganze schon mal ab hier ein bisschen schiss gerade wir haben wir noch nicht dokumentet kommt bei gta rp rein arbeitsvertrag vorlage knussmannkorb so ich schätze mal hier können wir eigentlich auch direkt einen seitenumbruch rein machen wir die tätigkeiten kommen wir hier noch zu dann haben wir das direkt schön so Dann machen wir hier einen Seitenumbruch rein. Dann machen wir den Seitenumbruch weg. Dann machen wir den Seitenumbruch weg. Dann machen wir den Seitenumbruch weg. So, nebenabreden. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ja. Liegt am Zahlenabstand. Ja, wie gesagt, das ist jetzt auch im Prinzip wurscht. Das soll ja jetzt auch hier nicht... Ein paar Rechtsstaatfälle sind aber doch... Aber haftet wird doch... Das ist doch ein Verb. Ein Tu-Wort. Haftet der Arbeitnehmer persönlich für alle Schäden, die während seiner Arbeitszeit durch ihn verursacht werden. Das ist hier unter anderem Versuch von Schlüsselkarten des Unternehmens. Warum ist denn... Ja, okay, sind ein paar Rechtsstaatfälle drin. Das kann man nur ausmerzen, das ist ja nicht. Aber Fakt ist erstmal... Machen wir mal eben... Folgendet. Ich nehme mal ein Blatt Papier... Und mache jetzt mal einmal eine Knussmann-Unterschrift. Jetzt muss ich ein bisschen trainieren. Ich mache mal ein paar Unterschriften und suchen uns die schönste aus. Ja, wie würde Knussmann unterschreiben. Der hat da so eine Schnörkel-Unterschrift wahrscheinlich. Also Knussmann... So in der... In der Art... So... Hm... Das Ding ist halt, der Name ist sehr lang. Wir können auch einfach nur Druckbuchstaben nehmen. Aber jetzt glaube ich nicht. Ich komme... Es tendiert immer weiter. Ich sehe das jetzt gerade nicht, aber ich scanne das gleich an. Dann könnt ihr das sehen, ne? So... Äh... Jens kann so eine Lieferung ins MD machen. Da hat gerade jemand bestellt. Geh mal schnell. Warte, ich gebe dir mal den Rucksack. Ich habe nämlich schon alles eingepackt. 12 Bratäpfel und 12 Bratwürste. Und zwar müsstest du dich bitte an die Leitstelle wenden und nach Dr. Fabian Vogel fragen. Und der Mann bezahlt 192 Dollar. Wie bezahlt der Bar? Hm... Du fragst an der Leitstelle nach Dr. Fabian Vogel. So... Sekunden... Und er muss 192 Dollar bezahlen. Die Bestellung ist auch im RDP hinterlegt. Äh... Und in die Kommentare habe ich nochmal seinen Namen reingeschrieben. Ich hoffe, ich spreche jetzt nicht in dem Moment einer an, wo ich den... Wohl den Scan-Status hier... Das sind Worte drickig. 192 Dollar. Scannen. Ja. Pssst. Ja, bis später. Okay, will keiner was von mir. Das unterschreibt mit einem Kreuz. Yes. Scan is da. Okay, ARP... So... Okay. Gucken wir mal gerade. Ich habe keinen Scan gehört. Sehr gut. Dann ist alles richtig gelaufen, ne? Dirk? Ja? Ja. Als wir das letzte Mal, ähm... über das Genkis gesprochen haben und den Schuhner in Tau... Ja. Hattest du mir da gesagt, der will 200 neue Brötchen haben? Ja, 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 ja. Wann war das? Das war an dem Tag, wo ich jetzt mal da war. So vor drei Tagen, glaube ich. Okay, da habe ich den kurz noch nicht wieder gemeldet. Und ich habe im Genkis vorhin niemanden erreicht. Soll ich nochmal versuchen anzurufen? Weil dann sollten wir die gleich mal produzieren und dann sollte ich das in der Bestellung berücksichtigen. Das definitiv. Aber ich hatte mir im letzten Telefon hat gesagt, 200 Brötchen für Genkis einmal. Aber der bestellt auch immer früh genug Dateis. Ein Wunder voll der Glässemann. Hallöchen Herr Schuhner. Ich habe nochmal eine kurze Frage. Sie hatten letztes Mal, es wird gesprochen haben, haben sie 200 Brötchen bestellt. Ist das korrekt? Genau. Wunderbar. Nee, dann ist das noch aktuell. Wir waren uns jetzt immer sicher, weil ich war die letzten zwei Tage krank, ne? Deswegen... Ja, ja, geht's gut, ne? Nur dann macht die Kollegin Ihnen die Brötchen jetzt eben fertig. Oder haben wir nichts mehr da dafür? Ähm, wir müssten eigentlich alles haben, bis wann braucht er es? Ja, heute ist sowieso schwierig bei mir. Ich hab nämlich jetzt geschlossen, ich hab jetzt für eine Stunde auf. Äh, ich hab jetzt mal ein bisschen privat was. Ich weiß nicht, ob da auch meine Angestellten jemand Zeit hätte, um nachher die abzuholen. Nee, gut, nee, dann aber bis wann brauchen Sie die denn? Also morgen, morgen wäre schon gut. Äh, morgen oder Montag. Okay, morgen oder Montag. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, ne? Alles klar. Okay, das ist wunderbar. Danke schön. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Ja, morgen oder Montag reicht. Okay, dann mach ich die Bestellung jetzt mal direkt, bevor ich es oder vergesse. Ja. Morgen oder Montag, das schaffen wir, aber ich glaube, wir haben noch 58 Backpulver oder so. Das geht. Ja, wunderbar. Ähm... Gut, ich mach mal weiter, ne? Ja, mach mal. Ich sag Bescheid. So. Öffne ich hier mal gerade kurz die... Das heißt jetzt wahrscheinlich nur Scan, ne? Oder wie hat der das genannt? Scheiße. Da ist die Datei. Da ist die Datei. Wie so das? Ja. Gut, dann öffnen wir das einmal im Photoshop. Und da haben wir das. So hab ich jetzt einfach mal irgendwie improvisiert, ne Knussmann-Unterschrift hingekriegt. Da müssen wir uns jetzt eine von aussuchen. Die passt. Also ich find tatsächlich, ich nehm mal hier so ein Markier-Tool, damit ihr wisst, was ich meine. Nicht schlecht. Also die hier, das ist, das kann man zu deutlich lesen, find ich. Weil ich... Das Ding ist halt, was ihr jetzt natürlich nicht habt, ist das Gefühl, was man beim Schreiben hat. Wenn man eine Unterschrift macht, also zumindest bei mir so, dann möchte man das aus einer Schrift mal eben schnell drunter machen, ne? Dass das schnell geht. Wenn die erste Unterschrift wirklich... K-N-U-S-S-M-A-N-N. Da ist ein bisschen schmiererisch den Namen nochmal aufgeschrieben. Vierte von rechts, find ich geil. Eins, zwei, drei, vier... Also die hier. Das Ding ist halt, ich bin so nach oben gegangen irgendwann, ne? Also die find ich schon sehr gut. Die mag ich eigentlich sehr gerne. Und hier sagt die, äh, die hier, ne? Das sieht halt aus wie so eine ganz stinknormale Unterschrift, ne? Ist auch nur ein Gimmick. Das sehen auch am Ende wirklich nur die Spieler. Aber es ist schon irgendwie... Also wir machen jetzt mal, wir machen jetzt mal Auswahlkriterien. So, also die... Ähm... Die mag ich. Ups. Ich hab gesagt, die vierte von rechts. Eins, zwei, drei, vier. Also die hier. Mein Gott, was ist denn los mit mir hier? So. Die dritte von unten in der rechten Spalte. Eins, zwei, drei. Die hier. Okay, das sind... Ich muss echt sagen, am meisten Unterschrift ist das hier, ne? Weil ihr müsst bedenken, hier ist normalerweise ein Strich drunter. Und dann fliegt das halt so. Huiiii. Also ich bin tatsächlich eher hierfür. Was sagt er? Wir können das ja mal, wir können das ja mal theoretisch ausprobieren. Welche war das? Dabei müsste die sein hier, ne? So, das geht ja. So. Weil der Hintergrund ist ja... Hoppala. Der Hintergrund ist ja trotzdem weiß. Naja, deswegen kann man das machen. Ich speichere das einfach mal ab. Nein! Fuck, verklickt! So. PNG. Ich guck mal, wie das aussieht, wenn wir das hier reinmachen. Hmmm. . Das war's. So, quasi. Finde ich nicht schlimm. Oder? Ist gut, ne? Können wir noch ein bisschen größer, finde ich. Das war ja auch so wirklich so aussehen, als hätte er dann unterschrieben. Das muss ja nicht perfekt dann sein. Und dann haben wir hier eine Knussmann-Unterschrift. Aber bitte, erwartet jetzt nicht von mir, dass wenn wir mal irgendwann wieder auf die Games kommen können, ihr dieses Autogramm auf irgendein T-Shirt oder so haben wollt, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, das werde ich nicht hinbekommen. Also setzt mich nicht darauf fest. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Doch! Ne. Auf keinen Fall. So, das bedeutet im Prinzip, der Arbeitsvertrag ist soweit fertig. Gut, nicht ganz. Hier und da brauchen wir noch ein paar... Ich gucke da einmal grob drüber, ob die Abstände... Hier ist der Abstand auch scheiße. Ich will da auch nicht zu viel Arbeit reinstecken, aber es soll ja schon aussehen wie ein Arbeitsvertrag, ne? Ja, Shift-Enter weiß ich, weiß ich, weiß ich, weiß ich. Darüber informiert kein. Verpflichtet ist auch ein Tu-Wort. Kann ja passieren. Wie gesagt, wir machen ja RP, das ist ja kein echter Anwalt, den wir da jetzt engagiert haben. Sollen wir einmal kurz den Arbeitsvertrag durchgehen? Ich weiß, das ist ein bisschen trocken, aber dann habt ihr den einmal in der Gänze gesehen und wir können dann einmal final durchsprechen, ob da noch Fehler sind. Also, Arbeitsvertrag zwischen Knussmannkorb, nachfolgend Arbeitgeber genannt und Herrfrau XXX, wohnhaft in Los Santos, nachfolgend Arbeitnehmer genannt, wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen. Paragraf 1, Beginn des Arbeitsverhältnisses, das Arbeitsverhältnis beginnt am Blablabla, ist okay. 2, Paragraf 2, Probezeit. 1. Das Arbeitsverhältnis wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten 28 Tage gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis frieren und ohne Angaben von Gunden beleidigt gekündigt werden. Paragraf 3, Tätigkeitsbeschreibung. Der Arbeitnehmer wird als Mitarbeiter für folgende Tätigkeit eingestellt. Achso, ja, da machen wir hier als Überschrift, den ich habe gerade überlegt, wie wir noch den Namen von der Tätigkeit damit reinbringen, aber passt schon. Dann packen wir da die Tätigkeit an. Der Arbeitnehmer ist im Rahmen seiner Tätigkeit verpflichtet, dieser auch an anderen Orten als zum Beispiel, als dem Laden. Machen wir es so. Der Arbeitnehmer ist im Rahmen seiner Tätigkeit verpflichtet, diese auch an anderen Orten als dem Geschäftssitz auszuführen. Das Komma kann weg. Ich will nicht gerade wieder 2 Komma, sondern gar kein Komma. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, im ständigen Informationsaustausch mit seinen Kollegen und Vorgesetzten zu sein. Arbeitszeit. Diese regelmäßige wöchentliche, nee, nicht diese. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ist flexibel, da die Bezahlung auf Stundenbasis erfolgt. Eine Mindeststandanzahl von ca. 8 Stunden pro Woche sollte gegeben sein. Die Arbeitszeit ist in der Zeit von 12 bis 24 Uhr. Machen wir mal 0 Uhr draus. 0 Uhr anzutreten. Nee, machen wir sogar 2. Wir haben 1 Uhr. Die Bar ist bis 1 Uhr. Aber da kann man immer noch anpassen. Aus medizinischen Gründen verpflichtet sich der Arbeitnehmer, selbstständig auf Erholungs- und Ruhepausen zu achten. Arbeitsvergütung. Erstens. Der Arbeitnehmer hat eine stündliche Vergütung. Das interne Angestelltensystem regelt den jeweiligen Stundensatz. Der Arbeitnehmer wird im Vorfeld darüber informiert. Zweitens. Es gilt der im Arbeitsvertrag angegebene Mitarbeiter als bezugsberechtigte Person für die Arbeitsvergütung. Diese Welt hat täglich ausgezahlt. Dazu muss der Mitarbeiter seine Kontonummer beim Arbeitgeber hinterlegen. Ja, § 6 betriebliche Betriebsverpflichtung des Arbeitnehmers. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, sämtliche ihm übertragene Aufgaben nach bestem Wissen zu übernehmen. Dazu zählen vor allen Dingen ein gewissenhafter Umgang mit den internen Informationen. ZG, § 7. Keine Ahnung. Was ist denn ZG? Ist das tatsächlich aus dem Gesetzbuch von Los Santos jetzt? Was könnte denn Z sein? Ich habe keine Ahnung. Der betriebsfördernde Umgang mit Kunden, ein gepflichtes Erscheinungsbild, ein angemessener Umgangston zu Kollegen, Vorgesetzten und Kunden. Dass der Ruf der Firma Knussmannkorb keinen Schaden, dass dem Ruf der Firma... Das Konsumieren von Alkohol und Drogen in der Arbeitszeit ist strengstens untersagt. Urlaub. Der Mitarbeiter hat Urlaubanspruch auf Urlaub nach Ermessen. Ermessen, Ermessen, Ermessen. Ist Ermessen auch ein Zivilgesetz? Ach, gibt es Zivilgesetz? Ja, klar. Dämlich. Ähm. Das Ermessen nach... Ja, nach Ermessen. Müsste passen, ne? Muss diesen jedoch anmelden. Ein Urlaub von mehr als drei Tagen muss angemeldet werden, da der Arbeitgeber sonst Sonderkündigungsrecht hat. Jawohl. Paragraf 8. Krankenmeldung. Krankenmeldung sind dem Arbeitgeber unverzüglichen. Okay, Verschwiegenheitspflicht. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie allen sonstigen vertraulichen Angelegenheiten des Arbeitgebers, sowohl während des Dienstleistungsverhältnisses als auch dauerhaft nach der Beendigung stillschweigend zu bewahren. Kenntnisse, die jemandem zugänglich sind, sind nicht von der Verschwiegen... Die jedermann zugänglich sind, sind nicht von der Verschwiegenheitspflicht betroffen. Okay, für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen diese Verpflichtung wird eine Vertragsstrafe in Höhe von 10.000 Dollar fällig. Die Geldentmachung eines weiteren Staats bleibt dem Arbeitgeber vorbehalten. Paragraf 10. Weitere Vereinbarungen. Erstens. Der Arbeitnehmer darf die ihm übergebenen Firmenfahrzeuge nicht privat fahren, nutzen oder anders als vorgesehen verwenden. Zweitens. Für die Nutzung der Fahrzeuge, die eine Lizenz voraussetzen, ist der Arbeitnehmer verpflichtet, diese stets mit sich zu führen und bei Kontrollen vorzulegen. Hoppala, Entschuldigung. Drittens. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, selbstständig den Arbeitgeber stets über den Status seiner Fahrzeuglizenzen zu informieren. Der Arbeitgeber versichert sich den Arbeitnehmer, sofern verfügbar bei der Augury Insurance Krankenversicherung. Dieser Arbeitsvertrag ersetzt alle vorigen Arbeitsvertragungen und wird mit Unterschrift gültig. Gültig ist doch auch klein. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich monatlich unaufgefordert ein Führungszeugnis vorzulegen. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich eingenommene Umsätze umgehend spätestens täglich auf das Geschäftskonto einzuzahlen. Paragraf 11. Kündigung. Die Frist für eine Kündigung beträgt eine Woche. Zweitens. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Drittens. Bei Verstoß gegen ein oder mehreren im Vertrag benannten Paragrafen hat der Arbeitgeber die Möglichkeit... Was soll das? Komma da. Beim Verstoß gegen ein oder mehreren im Vertrag benannten Paragrafen, hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch zu machen. Ein Sonderkündigungsrecht besteht dann, wenn aus einem wichtigen Grund die Zusammenarbeit nicht mehr tragbar ist. Das Beispiel ein Verstoß gegen ein oder mehrere Paragrafen des Arbeitsvertrags oder die Straffälligkeit oder in bestimmten Fällen auch ein Verfahren wegen einem mehreren Ordnungswidrigkeiten des Arbeitnehmers. Sonderkündigungsrecht. Ein Sonderkündigungsrecht besteht unter bestimmten Voraussetzungen aus dem Vertrag. Aus diesem Vertrag. Dies ermöglicht dann die sofortige fristlose Aufhebung. Fristlos ist auch... Oder? Eine fristlose Aufhebung ist doch... Ist halt doch ein Adjektiv, oder nicht? Ich meine doch. Ja. Paragrafen hat es in Haftung. Während der Arbeitszeit haftet der Arbeitnehmer für den unsachgemäßen Gebrauch der Fahrzeuge. Zweitens. Bei Fahrlässigkeit haftet der Arbeitnehmer persönlich für alle Schäden, die während seiner Arbeitszeit durch ihn verursacht werden. Ja. Ist jetzt die Frage, also... Was jetzt hier natürlich fehlt, sind halt diese... Ich weiß nicht, wie man das Wort dafür heißt. Diese Geschlechterform, ne? Für ihn, Schrägstrich sie, wie auch immer, ne? Ähm, aber ich glaube dadurch, dass am Anfang gesagt wird, dass er, Herr oder Frau, ähm, nachfolgend Arbeitnehmer genannt wird. Und da das ein, äh... Ja, halt ein männliches... Wo sind wir denn jetzt hier gewesen? Scheiße. Ähm... Das hatten wir schon. Da. Dadurch, ich glaube, deswegen passt das schon, ne? Hat er ja ganz unten erklärt mit den Geschlechtsformen. Okay, ja gut, dann. Dazu zählen unter anderem der Verlust von Schlüsselkarten des Unternehmens und Gelder, die nicht auf das Geschäftskonto eingezahlt wurden. Mhm. Bei Dienstgelegenen ist der Arbeitnehmer, die ihm zur Verfügung gestellten Fahrzeuge auf Schäden prüfen. Ist der Arbeitnehmer, die... Auf Schäden prüfen und diese, falls vorhanden, dokumentieren und vor Fahrtbeginn neu melden. Beweiswichtig bei Arbeitnehmer. Weitere rechtliche Ansprüche seitens des Arbeitgebers bleiben hiervon unberührt. Nebenabreden, salvatorische Klausel. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, der Wirkung der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. Änderungen bzw. Ergänzungen dieses Vertrages bis einschließlich seiner Anlagen bedürfende Schriftform. Dies gilt auch für die Beseitigung des Schriftformerfordernisses selbst. Dieser Vertrag wurde ausgehändigt und erläutert und unterschrieben. Aus Gründen der einfachen Lesbarkeit wird in dem gesamten Schriftstücken nur die grammatikalisch-männliche Form genutzt. Aha. Umfasst in jedem Fall Personen jeglichen Geschlechtes und individueller Identifikation im Sinne der vielfältigen Lebensform. Okay. Okay. Passt. Finde ich. Ich finde zwar, wie gesagt, den Abteil hier oben sehr kompliziert, weil er im Prinzip nur bedeutet hat, einzelne Dinge des Vertrags unwirksam oder undurchführbar werden. Also das heißt, wenn irgendwas davon wegfällt, weil das nicht mehr funktioniert, dann ist der Rest des Vertrags davon aber nicht berührt. Der Barkeeper muss nüchtern bleiben. Ist doch normal, dass er mal einen mitdrinkt. Ja, wie gesagt, es ist ein Vertrag im Sinne von, was dort Absprachen angeht. Man kann auch bei den Barkeepers vielleicht mal den Absatz rausnehmen, aber dann dürften die ja, wenn das nicht da drinsteht, dürften die im Prinzip ja auch einfach so sich einfach betrinken. Das sieht ja wieder anders aus, ne? So. Gut. Finde ich gut. Kann man so machen. Hoppala, falsch. Das war definitiv falsch. Das ist richtig. Gut. Das heißt, im Prinzip könnten wir damit jetzt die ersten Leute einstellen. Machen wir aber nicht. Machen wir aber nicht. So. Na. Verträge fertig. Also die Vorlage vorbereitet. Müssen wir die dann eigentlich jetzt auch schon unterschreiben? Machen wir das dann, wenn wir sozusagen unsere richtigen Stellen alle bekommen. Das machen wir, das machen wir später. Da muss jetzt nichts sein, finde ich. Also können wir mal bei Gelegenheit, können wir da mal anstoßen, aber da ja dann eh nur, also mit dir könnte ich da zum Beispiel sofort machen. Mit den anderen dann später, weil die ja dann wahrscheinlich nochmal ein anderes Gehalt dann da reingeschrieben bekommen. Wenn man dann blöd sind, dann jedes Mal einen neuen Verdacht da aufzusetzen. Okay. Äh. 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 Also, ich hatte, das hatte Jens irgendwann auch schon mal gemacht, ähm, weil ich mal ab und zu im Hellhausen und auch im Yellowjacken was getrunken habe. Ja. Ähm. Ähm, kam dann irgendwann zur Sprache, weil da viele immer hungrig sind und, ähm, dann meinte auch schon der in Yellowjack, ja, der, der Herr Müller, der war auch schon mal da, der hat das angeboten, dass wir da mal irgendwie mit einem Auto oder einer Pumpe vorbeikommen und uns da sozusagen hinstellen, abends was verkaufen. So meinte ich, an sich eine nette Idee, das muss man halt nur absprechen, ne, mit den jeweiligen, ähm, Mitarbeitern oder den Chefs, die dann da sind, ähm, und an sich ist das dann möglich, wenn wir immer ein paar mehr sind. So, fertig damit dein Geld ausgegeben. Oh Gott, der schreckt mich doch nicht so. Mein Gott hier. Buh. Entschuldigung. Geld ausgegeben. Heißt du, hast du jetzt die Bestellung rausgehauen, oder was? Ja, ja, ich hab bestellt. Okay, super. Bei René, bei Union Grain, bei Wilson und Cypress. Wunderbar. Alles, einmal alles. Okay. Nicht scharf. Weil, weißt du, soweit fertig, Antonio? Ja, das war so, das war das. Genau. Ja, genau, da gibt's am besten einmal an die Lilly weiter da, ne? Jo, Klocken. Und dann, weil da kann sie sich da drum gemacht, also ich meine, die Pumpe kann ja dann am Ende dann da stehen, äh, da stehen, wenn, wenn mal bei Halligalli ist, ne, jetzt so normaler Betrieb, ist halt vielleicht ein bisschen, bisschen verschenkte Arbeitsmühe, weil wenn dann nachher dann zehn Leute da sind und davon zwei Watt essen, ist er auch dann, aber ja, das habe ich auch gemeint, das kann man halt nur machen, wenn wir wirklich wissen, da ist viel los, ne? Es lohnt sich halt nicht, da hochzutacheln. Wir können halt immer, wenn die da sitzen und Bier trinken, dann können die auch einfach den Lieferservice anrufen, dann bringen wir den dann auch einfach hoch, aber da wollen wir uns ja nicht dann mit dem ganzen Foodtruck da hinstellen am Ende, ne? Ne, 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 ging ja auch da drum, dass, das halt, wenn dann mal einer vorbeikommt mit vielleicht einer größeren Menge und so, da habe ich halt auch gesagt, ja, müssen wir da mal halt gucken, ne? Bisher hat halt wirklich kaum jemand diesen Service an liefertechnischen Gründen nicht genutzt. Wollen wir mal eine kleine Liefergebühr für Fahrten in den Norden uns überlegen? Ja, ja, das würde ich auch noch machen. Den 15 Dollar oder so? Ja, das Ding ist halt, ich hatte, am Anfang hatten wir da ja auch schon mitgearbeitet, als der Lieferservice neu war, ähm, da habe ich dann gesagt, dass wir dann bei den ersten fünf Malen nix berechnen und ab dann jede Meile zwei Dollar oder sowas. Aber das ist halt einfach, das ist ein extremer Aufwand für die Fahrer, ne? Die müssen dann immer mit hin und her rechnen, wie viel sind sie jetzt gefahren? Ähm, weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, ne? Wenn du dir das Navi einstellst, siehst du doch, wie weit du fährst. Ja, ja, klar. Aber ich weiß halt nicht, äh, ja, also im Prinzip, ja, also wenn ich das jetzt machen würde, wäre das wahrscheinlich kein Problem. Ich weiß halt nur nicht, ob das nicht, äh, weiß ich nicht. Da müssten wir vielleicht im Kassensystem dann nochmal irgendwie sowas für die Lieferung dann damit einbauen, ne? Oder wenn man das nicht macht, dann sozusagen auf irgendwelche Produkte halt Preisaufschlag, ne? Wie bei den, äh, hier so Soßen Upgrade oder sowas, dass man dann einfach da so einen Punkt hat, wo man dann sagt, hey, Lieferung 5 Dollar oder 10 Dollar oder sowas. Ja, ich hab jetzt halt überlegen, ne? Ja, so, äh, müssen da jetzt aber auch nicht übertreiben. Mir ist halt wichtig, dass wir dann vielleicht den Sprit da wieder von reinkriegen, die wir verfahren haben. Ne, das hat am Ende die dann einfach nur den Sprit zahlen für den Bereich, äh, wo wir dann da, genau, aber bisher ist das noch nicht passiert, ne? Also wenn die jetzt, keine Ahnung, für 20 Personen wahnsinnig viel bestellen, dann ist es ja egal, dann fahren wir auch so. Aber, ähm, wenn die jetzt nur zwei Currywürste oder so bestellen, dann müssen wir halt schon eine Liefergebühr für nehmen. Ja. Weil das lohnt sich sonst gar nicht. Ja, aber wir sagen einfach, ab 30 Dollar ist das, ist die Lieferung aufs Haus und darunter einfach 5 Dollar Liefergebühr oder so. Das könnte man halt machen, ne? Oder 50 machen. Naja, gut, oder 50 mal gut 30 ist relativ schnell, hast du da, ne? Ja, dann ab 50 und darunter 5 Dollar Liefergebühr und dann dafür aber in der ganzen Insel hier, ne? Okay. Hat eigentlich Jens irgendwas gegen mich? Der hat gegen alle was, dann nehme ich halt nicht persönlich. Ja, sonst standen wir immer hier in der Mitte, jetzt war er die ganze Zeit irgendwo da an der Mülltonne, stand da. Ist ein genereller Menschenfeind. Hm. An der Mülltonne, was für eine Mülltonne, da drüben, oder was? Ja, da, da stand er die ganze Zeit und ich stand halt in der Mitte, sonst standen wir halt immer hier so ein bisschen gequatscht und stand, ja. Ach, der ist auch nicht so gut drauf. Ne, der ist aktuell nicht gut drauf, ich weiß auch nicht, was der hat. So, naja. Geine Tage. Na gut, aber wie gesagt, ich habe jetzt die Arbeitsverträge soweit fertig, ne? Also, die Vorlagen, aber jetzt mit dem Anwalt fällig gemacht, kann ich nochmal schön gemacht, unterschrieben, und dann können wir da im Prinzip jetzt, sobald es losgeht, neue Arbeitsverträge da vereinbaren, ne? Müssen wir jetzt nur die, wenn wir jetzt einen so Servicekräfte oder irgendwas, müssen wir da nur Aufgabenbereich fertig machen, dass wir die da reinschreiben in den Vertrag. Ich habe mal ins RDP die Liefergebühr 5 Dollar eingepflegt. Okay. Liefergebühr inselweit ab 50. Ola. Na, ist aber die Frage, also, nehmen wir jetzt mal an, hier jetzt, im M.D. möchte jemand für 20 Dollar zu essen haben, aber wollen wir jetzt keine 5 Dollar Liefergebühr für geben, weißt du? Hm. Deswegen ist es aber noch ein bisschen schwierig zu formulieren, alle da, am Ende, ne? Bis 50 Dollar, so. So. Ist es M.D. alles frisch, alles fit? Was? M.D. alles frisch und fit, oder? Ja. Wunderbar. Man hat jetzt vorhin, weil der neue Ausbildungsleiter aus dem M.D. da. Der Vogel. Der Vogel. Der komische Vogel. Ich habe keine Ahnung, wo er leide ich jetzt. Fabian Vogel. Ja, gut, keine Ahnung, er hat sich bei mir nicht namentlich vorgelegt, aber er ist ein neuer Ausbildungsleiter oder hat er gesagt, er hat er wohl, wenn er mal der Ausbildung dann stattfindet, er da bei uns anruft und dann nochmal Essen bestellt für die, für die Herrschaften. Hat er direkt gemacht, er hat die letzten Bratäpfel gekauft, damit wir haben jetzt offiziell keine Bratäpfel mehr. Ja, guck mal, also können wir jetzt ja so kommunizieren, wenn noch mal einer kommt und was haben möchte, dann fragst du nach wie viele und dass wir dann extra welche herstellen müssen, ne, dann machen wir die dann ganz, 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 ganz frisch und dauert das auch einen Moment, ne? Herr Desils! Wie lang sind Sie noch heute auf den Beinen? Das kommt ganz drauf an, was ich heute noch zu tun habe, ne? Ich würde gerne gleich einen Termin mit Ihnen machen. Ja, dann können wir auch sofort einen Termin machen, ich bin so weit durch, ne? Da müssen noch ein paar Leute hinzu für den Termin. Ja, dann ja, klar, sagen Sie bescheuert, ich bin nur da, ne? Ja, also Sie sind noch da, okay, dann komme ich gleich nochmal. Klar, nix Schlimmes, nix Schlimmes. Aber auch, nix Schlimmes wäre jetzt auch nicht so schlimm, ne? Also, ja, das stimmt. Weil dann hätte ich mal wieder was zu tun, weißt du? Ich habe gerade so eine Sache abgehakt, dann kommt die nächste einfach wieder. Dann bleibt man frisch und jung. Ja, ich habe gerade eine tolle Sache, es gibt keine Akten mehr bei mich. Alles ist gelöscht, ich exerziere nicht mehr. Ja, jetzt herzlichen Glückwunsch. Wollen Sie dann beim Wurstkartell anfangen? Ja, mein Name ist Paul Schmidt, schönen guten Tag. Paul Schmidt, ja, komm, so. Beweilen Sie, ich bin scheißegal. Kommen Sie hier, sind angesteckt, Geschäftsführerposition. Los geht's. Was? Ach, Blödsinn. Wird man eher den Kack der da jetzt hin, oder was? Oh Gott. Oh. Ach, das ist auch der Jens. Tipptopp vorbereitet. Mein Name ist der Jens. Ach so. Mein Name ist der Jens. Der Jens. Das gibt's halt nicht mehr. Mein Name ist der Nachname Jens. Jens, 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 Jens. Pack das weg, pack das weg. Vergiss nicht, wir sind... Ey, sag mal. Hast du jetzt auch einen ausgepackt? Ich musste meine Hose hochziehen, die rutscht manchmal ein bisschen runter. Ja, sag mal, ich bin ja der Einzige, der keinen Holzhacken geht nach der Arbeit, oder was? Ja. Ja, scheinbar, ne? Ja. Schnitzen kannst du aber auch. Was schnitzen? Ja. Ja, dann nehme ich lieber meinen Schweizer Taschenmesser, ne? Hier schnitzen, weißt du? Äh, da ist das mal, ey, Alter, weiß ich ja wohl. Hallo, was sind das? Wurstkartell. Ihr seid alle, Verbrecher seid ihr alle, alle, wie ihr da seid. Ich bin der Einzige ohne Waffe hier, oder was? Ihr könnt mich jetzt einmal niederknüppeln und aufschlitzen. Ich stehe schon in der perfekten Position hier. Oder wollte mir, ist das die Sache, die Sie mit mir besprechen wollen, Herr Daniels? Nee. Oder Herr Schmid, oder wer auch immer, Sie jetzt sehen, ich weiß es ja nicht. Ich bin doch jetzt, Jens. Zeige mal Ihre Finger her. Haben Sie Ihre Fingerabdrücke auch schon weggeschmiergelt, oder was? Ja, klar. Nee, da hat er sich versteckt. Ja. Wir haben überhaupt nicht gesehen, was die gemacht haben, was ist passiert. Ja, ich bin ein Künstler. Ich trete auch bald mit meiner Soloshow auf. Wie heißt sie? Daniels Magic Happens. Follow me, Herr Schmid. Genau. Er tritt einfach mit seinem Solo-Programm auf, Gurkereien, glücklich sein. Das Programm klaue ich dir nicht, alles gut. Apropos Programm, nee, wann sehen wir dich eigentlich mal live jetzt? Richtig. Ich kann mal eine Darbietung tatsächlich. Ja, los geht's. Zeit überbrücken hier. Ja, los geht's. Wie, Zeit überbrücken. Ja, Impro. Los geht's. Also, pass auf, wir gehen jetzt alle hinter den Tresen und du machst jetzt hier Comedy-Show. Nee, nicht Comedy. Oh, Antonio macht anscheinend mit. Wieden Double Feature, glaube ich. Ich kann nur ernst zu Themen. Ein Double Feature mit Antonio? Oh Gott, nein. Kann nicht kommen und ich kann nur ernste Themen. Ja, dann los. Los geht's. Die ernsten Themen, solange ich lachen muss. Komödiantisch aufarbeiten. Ernste Themen kann ich nicht komödiantisch aufarbeiten. Ich bin enttäuscht, ich will mein Geld zurück. Wieso? Du hast nicht gesagt, dass du eine Comedy-Show gebucht hast. Wieso? Ich aber. Ernste Themen, soll ich mal, soll ich ernste Themen machen? Ja, mach mal ernste. Ja, mach mal irgendwas jetzt hier. Okay, gut. Jetzt hat er schon angefangen? Lässt, lässt. Jetzt soll ich mal den Entruck haben noch nicht. Ach so, okay. Herzlich willkommen zur Ernsten-Show mit Jens. Yeah. Juhu. Okay. Eine Interpretation über... Stille. Also ich sag noch dazu was, aber das Ding heißt Stille. Sand. Überall Sand. Ich liege im Graben um mich herum. Knallt es, blitzt es, fliegt es. Sand. Rechts und links neben mir schreien sie. Mein Bein, mein Bein, mein Arm. Blut überall. Gedärme. Ich gehe nach vorne, gucke durchs Zielfernrohr. Es ist Sand, es ist überall. Es ist in meinen Lungen, in meinen Augen. Es brennt. Was ist das? Ein Schatten. Ich drücke ab und es ist Stille. Stille. Um mich herum nur Stille. Laut und dröhnend überall. Der Schatten fällt um nach meinem Knall. Und es ist Stille. Das war auch gut. Das war in Ordnung. Also ich muss sagen, ich habe den Witz ja jetzt nicht so ganz verstanden. Also ich habe ja nicht gesagt, dass ich komme. Ich bin sehr bereit. Ernst zu Themen. Okay. Sand. Hast du einen Witz über Sand? Ich habe einen Witz. Kommt zum anderen. Ich dachte, ihr wollt was Ernstes hören. Das ist eine Menge mehr. Ich dachte, du hast jetzt mal so einen Witz über Sand oder komm nur am Ende so ein... Ich weiß nicht, dass das irgendwie so... War es ja schon sehr düster. Ja, ich habe auch gesagt, ich mache nur Ernst. Wie wäre es mit einem Flachwitzen? Flachwitzen. So flach wie eine Brüste. Boah, das war ja... Oh, Jens, ey. Das war jetzt aber... Das war ganz schön gemein. Nein, du hast keine flache Brüste. Die sind schon groß und prall. Das wird ganz schön unangenehm, Jens. Muss ich mal sagen. Also dein Programm, da will ich nochmal drüber gehen mit dem Korrektur. Du schliefst, ne? Mit dem Schleifpapier. Ja, vielleicht dann auch. Vielleicht hat ich... Ist dann sogar ein bisschen besser. Das Ganze nicht so hügelig wird. Ja. Ein bisschen, ein bisschen geschliffener. Schlafen wir auch in meiner Schwester. Ja, alles in der Familie. Wow. Oh Gott, deswegen. Okay, ich beende das jetzt hier. Das war interessant. Voll, Junge. Voll, Junge. Ja. Ja, und so. Ja. Also, ich habe gesagt, ich mache nur die ernsten Themen. Aber so hast du jetzt aber noch nicht vor den Quizabend zu moderieren, oder? Den Quizabend zu moderieren ist... Bei etwas moderieren ist ja wohl etwas anderes, wie etwas zu improvisieren auf einer Bühne und eine Darbietung darzustellen. Ja, ja. Im Prinzip improvisierst du hier. Du liest ja auch keinen Text vor, wenn du auf der Bühne stehst und dich moderierst. Ja, aber es ist doch tatsächlich so... Moderation ist doch etwas anderes, sondern solche... Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind heute bei den Quizabend zusammen mit Jens Müller. Und hier haben wir unseren fantastischen Känner. Einmal hier die fantastische Kate Kane. Einmal hier den Dirk Müller. Yay. Einmal den tollen Antony Müller. Habt ihr geheiratet? Ich habe auch... Ich bin da auch ein bisschen überrascht. Ich war gerne in der Wanne. Nee, nichts. Alles gut. Ich wusste ja nicht. Also, es ist ja süß. Hätte ich Glückwunsch. Also, ich möchte mich da erstmal raushalten aus dem Thema, ne? Metallraten? Achso, nee. Habe ich jetzt Dirk Müller gesagt? Ja, ja. Ja, gut. Dann hat der Dirk Knussmann. Hey, super. Und der... Und hier ist unser Special Guest Antonio Valentini. Uua. Valentini. Yay. Und was ist das? Kommt er etwa da durch die Tür? Ja, meine Damen und Herren. Es ist Jesus. The one and only. Hey. Auf den Kriegen, weiß ich nicht, ne? Das ist ein bisschen schwierig mit dem Jesus immer. Hier. Da kommen wir nun zu unserer ersten Frage. Welches hier besitzt die größeren Kräfte? Das ist ja was ganz anderes. Das ist ja Moderation. Das kann ich ja aus dem Steg greifen. Moderation ist ja nicht schwer. Okay. Nee, gut. Ich hatte nur ein bisschen Sorge, ne? Ja, aber du hast ja gerade gesehen. Also die Interpretationsgeschichte meiner schauspielerischen Fähigkeiten über ernste Themen, fandet ihr die eigentlich schlecht oder gut? Das war sehr interessant, aber sehr überraschend. Äh, düster. Äh, düster. Ja, hat mich schon so ein bisschen traurig gemacht, ne? Ja. Manchmal verwende ich reale Erlebnisse. Oh. Kannst du nicht mal über die Wurst irgendwas schreiben? Wie du eine Wurst gegessen hast? Currywurst. Ja. Und Currywurst-Medley oder so. Currywurst-Medley, ja. So in etwa. Ja. Finde ich gut. Ja. Currywurst, Currywurst. Kannst du auch das Lied von den Grönemeyer mit einbauen, ne? Ja, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei? Nee, das ist, äh, ich glaube, das ist Klaus und Klaus, was du meinst. Ah, okay. Der Grönemeyer, der hat doch mal ein Currywurst-Lied gemacht, ne? Oder gecovert. Ich weiß gar nicht, von wem das jetzt genau, aber ich meine, das ist von denen. Das kannst du ja mit einem Glück, der Daniels, ne? Die ist so niedlich. Oh, bist verliebt, wie der? Nein, nicht. Deine Freundin war übrigens vorhin da, ne? Die Chloe. Ja, du meinst, Chloe? Ja. Das ist nicht meine Freundin, das ist einfach nur eine Putzfrau, die Bulle werden will. Ja, aber warum bist du noch nicht deine Freundin, Jens? Ja, keine Ahnung, ich gehöre mit Collins aus, ne? Was? Ja. Du hast ja jetzt auch den Kopf geschnappt. Ey, du musst nicht alle mal alle nahe machen, was die machen, ne? Was die machen? Was? Ja, deine Sorge, Dirk. Also, mit der Frau kannst du eh nur vögeln. Ich halte mich da jetzt raus. Die haben mir schon noch nachgefangen. Ich habe mich schon nachgefangen. Oh, mein Gott, es will ihn. Warte, der Jens geht mit der Collins aus. Hä? Hä? Der redet doch jetzt so scheiße, oder? Der redet doch Blödsinn jetzt. Keine Sorge, Dirk, wir haben sie nur beim Kacken gehört. Warte, jetzt die beiden zusammen, oder? Nein, die Collins alleine. Warte, wo war die denn? Bitte kacken, dass ihr das gehört habt. Wenn man, wenn man, ähm, unten in den Toiletten, in, in der, ich glaube, in der hintersten, laute Geräusche macht, hört man das wunderbar in unserem Lüftungssystem. Ach, du heilige. Scheiße. Und sie hatte sehr laute Geräusche. Die war auf Klo, Dirk. Die hat gekackt, aber wie? Ja, aber, aber woher, wie ist denn, dass die das war? Man hat es rausgehört. Also, das konnte man nicht. Hat sie gesagt, ich bin Frau Collins und jetzt geht's los? Nee, nein. Oder wie? Du hast ja das, das ist eine sehr markante. Sie stöhnt sehr markante. Ach, du scheiße. Aber, äh, ja gut. Okay, ich möchte halt ehrlich gesagt gar nicht wissen. Ja. Ich auch nicht, aber ich weiß es. Weil das schon ein ziemlich unangenehmes Thema ist, ne? Ja. Aber wie ist das nicht gehört? Du wirst sie jetzt nie wieder mit denselben Augen ansehen. Ähm, ich will mal kurz telefonieren. Ja, gut. Okay, und mit der gehst du jetzt aus? Was? Mit der gehst du jetzt aus, oder wie? Ja, ja, ich hab sie gefragt. Ja, gesagt, aber ob ich jetzt wirklich mit dir ausgehe, weiß ich noch nicht. Du bist schon so Casanova, Jens, so. Ach, Dirk, weißt du? Keine Ahnung. Du machst das schon, ne? Ich, ich, dein Liebesleben möchte ich mich nicht ein, das machst du schon alleine. Nur ich dachte halt, du wolltest von dieser Putzfrau da irgendwie, bist du was mehr, ne? Ist schon süß, ne? Ja, gut, ich, ich, ja, die, so, nette Dame, ne? Die ist schon süß, ne? Kein, aber weiß ich nicht, ob ich, ob ich vielleicht mal mit ihr ausgehen soll. Aber die sollte, eigentlich sollte ich keine Frau mit mir ausgehen. Ja, gut, dann überlassen wir den Frauen die Entscheidung, ne? Wir wollen ja was Anständiges haben, ne? Ja, ich sehe, ich soll nicht, also ohne Scheiß, ich, wieso gehe ich mit Polizisten aus? Er war, pass auf, was ist falsch mit mir, Dirk? Die Chance in der Stadt mit einem Polizisten oder einer Polizistin auszugehen, ist wahrscheinlich höher als mit jedem anderen Berufszweig. Dementsprechend, äh, meine letzte Freundin war illegal eingereist. Ja, aber, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass das nochmal passiert, schätze ich jetzt einfach mal. Also, Polizei ist ja doch schon auf den Top 3 der beliebtesten Berufe in der Stadt, würde ich einfach mal behaupten, oder? Ja, wollte ich gerade sagen, jedes Mal, wenn du irgendwie, so, wenn du so hörst, wird die Leute, die tatsächlich damals mit uns eingereist sind, da waren viele Polizisten dabei. Ja, guck mal, die Josy, ne? Die hat ja jetzt ihr Motorradladen. Apropos, du kriegst 10% Rabatt über ihr, wenn der Motorrad reparieren lässt, ne? Echt? Ja, stimmt, habe ich noch gar nicht gesagt. Ja, die Josy, auch eine Herzensgute Seele. Die ist super, ne? Ja. Megasüß. Tja. Mhm. Ja, die habe ich letztes Jahr noch rumgeführt, da in den Laden und hat mir, und dann hat mir der, wie heißt der nochmal, Herr Schmidt, ne, der Josef Schmidt, oder wie heißt der, der auch mal hier eine Weile lang sich immer sein Bierchen geholt hat, der ist ja jetzt auch bei dieser Rockergruppe in Norden, glaube ich. Ich weiß die Namen, also nicht mehr, ich weiß nur, dass jetzt von der Josy die heißen, äh, ich hab's vergessen. Ist auch egal. Ist auch egal. Das macht nix. Aber ich weiß schon, dass er da jetzt verschiedene gibt, das ist sehr interessant, auf jeden Fall. Du warst da auch, ne? Irgendwie? Drin? Nee. Oder war das das Thema mit dem, mit dem Vorstrafen, die du da hattest? Ja. Also bist du den gegenüber nicht so positiv eingestellt, oder? Was? Dass ein paar von denen mich mal umlegen wollen. Das ist ja nichts Persönliches. Okay, ja gut, ich blick da nicht mehr durch, Jens. Aber du willst mir ja eh nix mehr erzählen, deswegen. Dann lassen wir da Thema mal sein. Wie gesagt, deswegen ist mir das gerade ein bisschen unangenehm, doch ich möchte einfach so wenig wie möglich da. Okay, ja gut, wenn du das möchtest, dann lassen wir das. Ja, ich möchte doch einfach nur nicht, dass wir uns widerstreiten. Ich sag, was wenn ich... So. Der Jens ist da. Hey, Daniel, du schaffst. Ein Termin, das kostet, äh, aber... Eine Audienz, bitte, ja. Ein Stück von ihrer Seele dann auch, ne? Okay, das habe ich noch. Obwohl, nee, stimmt, da habe ich nicht mehr. Dann muss dein... Dann sind wir auch Staatsanwältin oder die... Lord, Lord, Lord. Ja, 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 nee, können wir gerne machen, ne? Wer macht der Jens denn da? Oh, oh. Ich glaube, Jens wie kuscheln. Hallo. Wie so ein Hündchen. Gut, äh, kommen wir zu dir? Kommst du zu uns? Wie kommt es zueinander? Wie machen wir es? Ja, ich kann jetzt gerne mitkommen, ne? Aber komm ich ja mal ein bisschen raus aus der Bude, ne? Ja, wir können uns auch einfach da hinten in die Lounge setzen. Ich schon wieder, ich muss da immer sitzen, wenn ich mit einem rede. Ja, dann fahren wir woanders hin. Wir fahren woanders hin. Wir haben einen vollen Transporter vor der Tür stehen. Ja, Ausflug. Antoni, du machst das hier, ne? Joa. Bis später. Bis später. So, wenn man dich so ruft da an, ne? Bis später dann, ne? Machen wir jetzt einen Ausflug. Genau, das ist hier der Sack. Okay, nein, Spaß. Wäre der Sack? Der mein Kopf muss bevor sie den Transporter steigen. Nein, 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 alles ist gut. Ich geh nach hinten auf die Ladefläche, alles so. Okay, los geht's. Ladefläche, an Gott, es will, soll man nicht mit meinem Auto einfach fahren. Ich hab vier Plätze. Können auch einfach wechseln. Ich hab ja noch welche bei der Firma stehen. Jetzt muss er aber ihre Frau auf der Ladefläche, weil ich, weil ich hier in mir eine Hosekacke wahrscheinlich. Alles gut. Das ist auch blöd sehen. Ach, ich bin's gewohnt. Herr Klussmann, ahnen Sie den Transparenz? Also fertig, Achtung, also fertig. Hä? Hey, da ist mein Spruch. Entglückung, wo sie nicht heißen, fertig. Fange jetzt die Politikerin zu kochen, oder was? Puh. Friektösel läuft. Das wäre nichts für mich der Job. Wieso hast du eigentlich den Transporter mitgenommen? Jetzt musst du Jan mich heute abholen. Weil die anderen beiden kaputt sind. Der Fallen auch? Der Fallen auch. Ja, du weißt schon, dass ich jetzt abgeholt werden muss, du heute wie ein kleines Kind. In den Transporter habe ich gar nicht mitgenommen, das war Nico. Ja, voll gemacht. Ja, ich weiß. Da vorne stehen wir. Ach so, ich dachte, der wäre so ein Pickup, wohin noch offen ist. Aber da ist ja auch gefährlich, jetzt hinten reinzugehen. Denn jetzt? Einfach gut festhalten. Das schaffe ich nicht. Ja, stehen bei Paradise. Okay. Aber du bist okay. Ich bin jetzt eigentlich da nicht. Der Fälle der Ruiner. Okay, Dankeschön. Ja, nicht dafür. Ja, dann mache ich dir die nach oben auf, ne? Da muss ich ja reinfahren. Okay, alles klar. Herr Klussmann, das ist ein Problem, wenn wir noch kurz auf den ACLS warten. Wir können in der Zeit das schon mal erzählen. Ja, ist mir wurscht. Was wollen Sie überhaupt von mir? Ja, ich weiß ja nicht, wie viel Zeit Sie haben, Herr Klussmann. Ich habe alle Zeit der Welt, ne? Oh, schön. Fangen Sie vorne an. Ja, dann fange ich einfach mal an. Ja, erstmal schönen guten Tag. Mein Name ist Daniels. Das ist Frau Daniels. Hallo, ich spreche den Telefonanruf. Daniels? Erwarten Sie mal kurz. Nee, hat sich erledigt. Erwarten Sie mal kurz. Ja, ich würde mich in der Heimstunde zurückmelden. Ist das in Ordnung? Perfekt. Danke, tschüss. Jetzt gleich einfach mal flugmodus, würde ich sagen. Das ist ja so wichtig, der Thema. Ja. Ach, du Heilige. Wo fahren wir jetzt hin? Zu Paradise gerade. Ach so, okay. Das passt nämlich auch. Herr Hadley, wissen Sie, was wir gerade erfahren haben? Ach, du Scheiße, wenn das so gut geht. Oh Gott. So. Also, da hinten geht gerade die Welt unter. Oh je. Ja, Diag. Und sonst bei dir, wie läuft es unten am Pia? Ja, momentan ja gar nicht. Also, ich warte ja noch auf alle, aber ansonsten läuft es da ganz gut, will ich sagen. Also, außer das noch zu ist. Ja, ja. Habt ihr schon einen Termin oder Baupläne eingereicht oder irgendwas? Nee, nee, nee. Das ist so, die sind, wir sind jetzt quasi ja finalisierender, ne? Die, die, die Architekten aus Deutschland, die sind ja jetzt gerade so die letzten Handgriffe am Machen. Dann gucken wir da alle nochmal drüber. Und wenn das gut ist, dann reichen wir da weiter in den Braun, ne? Und dann können die da von mir aus durchstarten, wie sie wollen. Aber können wir ja nochmal gucken in den Katalog, ob man irgendetwas übersehen haben, weil da haben sich ja jetzt doch schon das ein oder andere neue da ergeben, ne? Ja. Mit zum Beispiel Pettis Eisdiele und so, da haben wir ja noch gar nicht für rausgesucht Sache, ne? Ja, vor allen Dingen, wir hatten ja letztens hier den Katalog hier von der einen Marke, da waren ja viele Sachen nicht verfügbar. Ja. Und ich hab mir jetzt von der Konkurrenzfirma, hab ich mir da jetzt noch das Abo bestellt von dem Katalog. Ach schön, ja. Und da sind alle Sachen tatsächlich verfügbar. Die können alles liefern. Ach, klasse. Ja, dann können wir da ja auch nochmal reingucken, ne? Ja, ist halt nochmal, ich sag mal, einige Teile mehr. Ach, 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 ach. Oh, oh. Heiß und fettig, ey, da trifft ihr ganz gut, ey, da ist ihr hier ein Verfolgungsjagd oder was? Ja, wenn sie wollen, können wir da noch mal gucken, natürlich. Ja, 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 ja. Aber ich hab tatsächlich jetzt die Tage zwei Eventgenehmigungen rausgeschickt ans Depot und off-Commerce. Einmal jetzt für das Charity-Konzert am 7.2. und fürs Autorennen jetzt Ende Januar, Anfang Februar und die wurden mir jetzt beide genehmigt. Ja, weiter, 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 weiter. Charity, ähm. Charity. Also immer noch nicht diese Gala, ne? Ne, das ist nicht die Gala. Die Gala ist im Moment aktuell etwas problematisch. aus Brandschutzgründen bei der Bank tatsächlich. Ach, ach, so, ja. Genau. Wir wollten das ja in der Bank veranstalten. Das war auch erstmal alles kein Problem. Das Problem ist, das ist ein sehr altes Gebäude. Und ja, Brandschutztechnik macht da aktuell ein paar Probleme. Ja, 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 genau. Ne, weil das ist gar nicht ausgelegt darauf, dass man da so mit so vielen Leuten und alles. Und da muss man nochmal gucken. Okay, also, also jetzt fang nochmal an. Geht jetzt um das Charity-Ding da oder was? Und, und was noch? Ne, 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 es geht jetzt gerade um was ganz anderes. Ich mach einfach gerade nur Smalltalk und was sieht, bis sie da draußen fertig ist. Ja, gut, ne, gut. Dann weiß ich halt auch. Ne, was weiß ich halt auch? Das ist halt einfach nur das Autorennen. Die sind jetzt, sowohl das Charity-Ding am 7.2., wo ich euch ja an Bord hab als Caterer. Ja. Das ist genehmigt. Und das andere, was genehmigt, ist es dann Autorennen. Ja, okay. Also alles genehmigt, alles gut. Und wenn die Dame jetzt da draußen fertig ist mit Telefonieren, fang ich auch an. Aber ich möchte, dass sie dabei ist, weil das ist nämlich ihr Baby, worum es geht tatsächlich. Also, okay. Aber da draußen geht ja gerade irgendwie die Welt untergeführt. Ja, scheinbar. Ja. Sollen wir reingehen? Komm, ich mach dir, ich mach dir drinnen einen Kaffee. Ja, da bin ich ja für. Mir geht schon mal rein. Ja, bis gleich. Aber ihr wollt ja auch mal einen Parkplatz, kann halt sein. Ja, dann wäre langsam gut. Das, äh, nee. So. Ja, halt beim Alter, ihr schick. Kaffeemaschinen ist oben im Büro. Ja, dann muss ich immer mal. Ich habe jetzt vorhin meine Arbeitsverträge fertig gemacht, ne? Ja. Ganz schön viel. Korinthin-Kackerei da. Aber dann bin ich zumindest abgesichert mit ihm. Ja, setze ich ruhig kurz aufs Sofa. Ich bin sofort da. Alles klar. Ah, hier. Laptop noch schön. Wie ist das ein Casting? Ja. Ich fange jetzt an gleich an zu singen. We all in the... Nee, eher so. We all in these together. Nee, nie. Die, die, die. Schnudel, die. Und so weiter. Ich kenne das Lied nicht. So, bitteschön. Jawohl. Dankeschön. So, dann trinken wir mal ein Schlückchen, ne? Ja, und neben den Eventen fängt sie, fängt... Ich glaube, jetzt ist sie fertig. Sie sieht fertig aus. Fick so fertig. Ja, fix und fertig. Vielleicht ist aber noch heiß. Ja, der ist frisch gebrüht, ne? Aber ich schläge, ich schläge, ich schläge, ich schläge. Ja. Schön. Sie wissen gar nicht, worum es geht, ne? Nee, jetzt sag doch mal. Ich will anfangen, aber ich will nicht ohne sie anfangen. Ja, aber warum? Die guckt uns gerade nur an, oder? Ja, ich frage. Traut ihr sich nicht? Sie sagt, eine Sekunde, sie ist noch am Telefon. Okay, ach so. Ich fange jetzt einfach an. Oh Gott, ja, sonst wartet doch eben. Eine Sekunde, ich meine, die ist jetzt schon vorbei, aber... Ja, dann musst du jetzt eigentlich kommen, ich frage nochmal. Nee, Spaß. Sehr gut, sehr gut. Ach, Mann. Und du sagst, wer zufrieden mit deinen Mitarbeitern? Ja, ja, doch. Was ist denn da am neuen, der bei der Fahrradtour war, irgendwie? Ach, der war auch immer weg, nee. Aber ich muss mal ehrlich sagen, das habe ich mir eigentlich schon fast gedacht, als er angefangen hat. Auch zu mir war der super nett. Der, der, ich sage nicht, dass er unfreundlich war, das meine ich nicht, aber ich meine, sonst eher, dass er halt sehr sprunghaft war und von jetzt auf, ja, aufgleich zu viel zu viel und viel zu schnell wollte, nee. Oh, das ist mein Mitarbeiter, den muss ich ihm kurz Schlüssel geben. Ja, mach das mal. Frisch gegrillt, hat er gesagt. Ich glaube, er hat frisch gebrüht gesagt. Bin mir eigentlich fast sicher, dass er das getan hat. Cool, bist du DSDS-Gewinner. Dankeschön. We all in this together. Und so weiter, wie man das halt kennt, ne? Ich hab Bock, irgendwas Cooles zu machen, aber irgendwie tut sich da nix heute, sondern eher nur so Kleinigkeiten, die anfallen. Nach Zeit haben wir auch so bin ich aber auch heiß heiß gelaufen wie Frittenfett hier. Aber das ist, äh, die geilen Sachen kommen alle erst noch. Das ist schade, Schokolade. Das ist halt einfach so. Ich kratze auch mal die Nase. Schön. Ja, 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 ja. Wie Daniels wohl reagieren würde, wenn Knussmann auf dem Drucker sitzt, wenn er wiederkommt. Ich fang schon mal an, ne? Bin sofort da. Alex? Was ist denn dir? Nee, nix, gar nix. Nee, sach ruhig. Alles gut? Nee, ich hab, glaub ich, nur ein Fettfleck auf der Brille gerade gehabt, ne? Oh, okay. Hab ich grad mal weggemacht, dann geht das wieder gut. Ach so. Ich dachte schon, ich wäre erkältet oder so. Nee, 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 nee. Dann setz ich mich gerne ein Stückchen weiter weg, wenn du noch nicht krankwärgst. Aber mir geht's eigentlich wieder gut. Ich hab ein starkes Immunsystem, das weißt du doch. Ich hatte ja die letzten Tage immer wieder, ne, war ich ja immer wieder mal erkältet. Dann hab ich mir, da war ich beim Arzt, der hat mir ein Rezept gegeben und jetzt ist es eigentlich wieder gut. Ja, wunderbar. Manchmal musst du einfach Bonbon lutschen, dann geht die Scheiße wieder, ne? Das stimmt. Dann ist der Körper wieder da. Hm. Und so weiter und so fort. Ich glaub, jetzt geht es weiter. Ich bin langsam echt nervös. Ich weiß nicht, warum ich jetzt anfangen. Aber ich glaub, es ist jetzt fertig. Das wär übrigens echt, echt, also, das wird funktionieren, aber das wär echt gemein, wenn ihr mich einfach hier hinbringt und einfach die ganze Zeit so tut, als würdet ihr was haben. Und am Ende so bringt ihr nichts. Nee. Einfach nur, damit ich da bin. Weißt du, weil ihr sonst Langeweile habt oder so. Ein neues Geschäftskonzept. Leute fernhalten oder was. Ja. Weißt du was, ich fang jetzt an. So. Ich fang jetzt schon mal an, der Ding muss gleich weg, ne? Das stimmt aber ja nicht. Ja. Das passiert ja nicht. So, ich hab ja gesagt, wir können anfangen. So. Okay. Hallöchen. Ach, jetzt kommt sie. Guck mal, wir können anfangen. Sie kommt. Geht das hier? Oder doch nicht? Oder ich. Bist du besitzt? Bis dann. So. Wir fangen ja jetzt an, ne? So. Ich hab doch gesagt, du kannst schon anfangen. Achso, haben wir nicht gehört. Achso. Das ist natürlich schon. So, mein Name ist Daniels. Das ist meine Frau, die Frau Daniels. Hallo. Und wir gründen zusammen ein neues Unternehmen. Sie ist die Geschäftsführerin. Ich bin Cosi und zwar die Palito Bakery. Das ist eine Bäckerei, die sich auf, ich sag mal, Geschäftskunden konzentriert. Ja. Ähm, das heißt, wir planen Zulieferung von diversen Produkten. Und, ähm, genau. Da sind wir jetzt gerade dabei, ich sag mal, zu, unsere ersten Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Und da haben wir natürlich direkt an Sie gedacht, Herr Knussmann, und wollten einfach mal mit Ihnen reden. Wo denn da so bei Ihnen der Schuh drückt? Welche Produkte Sie so importieren im Bereich Backware und wo man vielleicht da eine Kooperation schaffen könnte oder, ich sag mal, Produkte für Sie herstellen könnte, die Sie aktuell noch nicht importieren können. Okay, Sekunde, ganz kurz. Also, der Laden heißt Palito Bakery. Genau. Das ist ein Spitzenname, den liebe ich. Das finde ich jetzt schon super, ne? So, aber warum bist du denn jetzt damit beteiligt? Ich dachte, das ist so ein Ding von der Frau Daniels da. Ja, ja. Das ist alles cozy und übernimmt das ganze Marketingvertriebspartner-Ding. Und ich bin dann eher so, backen Rezepte und sowas. Okay, meinst du langsam bis hier viel, Alex? Ne, ne? Ne, gut, okay. Ich will ja da auch nicht reinquatschen, ne? Wenn ihr das schafft, dann macht das, ne? Ne, wunderbar. Also, ähm, was haben wir aktuell? Brötchen brauchen wir. Da habe ich dann sogar noch einen zweiten Großkunden für dich, weil wir backen auch gleichzeitig für den, ähm, für den Genkis, ne? Für den Enschuh nach, zum Beispiel jetzt wieder 200 Brötchen. hin das können wir dann an euch einfach rausgeben weil das ist ja blöd wie sehr keine bäckerei das ist ja wie man das nur um einmal auszuhelfen zum beispiel paniermehl brauche ich in der zukunft könnte ich auch selber herstellen aber dann vielleicht könnt ihr das günstiger herstellen natürlich auch schön wir haben sonst im brot wäre natürlich eine feine sache haben wir jetzt noch nicht hätte ich gerne welche sorten an brot werden da interessant wenn schon mal das grau brot weiß brot vielleicht zum stuten da war mal so stutenkerl oder sowas anbietet so in meiner weihnachtszeit ist aber auch jetzt nur so so idee so schnappt ja genau ja ich würde ich will habe bei mir so die karte eigentlich relativ klein halten und wir haben schon sehr viele herzhafte produkte und ein paar nachspeisen also wenn ihr noch irgendeine besondere nachspeise hätte die wir noch anbieten können haben dann nehme ich dann lieber euch als in köstlich weil er küsslich der 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 schreibt da schon ziemlich nach hohen preisen mittlerweile also die bäckerei von der frau denn jetzt orientiert sich ja ich sag mal an dem new yorker backstil auch nichtsdestotrotz kann man sich natürlich ist auch mal gerade für specials was sie angeht natürlich dann auch noch mal zum beispiel an deutsche produkte orientieren dann aber was zum beispiel typisch new york ist sind halt cinnamon rolls also zimtschnecken okay und das ist zum beispiel ein produkt was hat auch sehr sehr wahrscheinlich ins portfolio kommt und das wäre vielleicht auch interessant das ist das sind so ich sag mal so teigröllchen mit zimt drin und dann mit so einem icing übergossen das ist eine art zuckerguss können sich das vorstellen das ist halt auch relativ lecker genau das ding ist halt wird 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 wir halt haben oder weil ich versuche zumindest ist hat wenn die leute zu uns kommen ich will nicht sagen dass die exklusive produkte kriegen aber wenn sie jetzt jetzt an jeder 24 7 oder dankstelle bekommt ist das blödsinn das bei mir im restaurant zu bieten nicht also genau die sachen die für restaurants und gastronomen sind werden nicht in 24 7 zur verfügung stehen und auch andersrum nicht also es wird die fans exclusives geben das heißt es ist dann nur da die produkte gibt und alles andere ist halt für die restaurants in klub und exklusiv okay ja wird man halt nachdenken kann ist dass wir halt hingehen und sagen wir machen vielleicht mal so weit macht ja auch kuchen dann kuchen und donuts wollte ich mich eigentlich raushalten damit ich mithin köstlich da nicht zu sehr konkurrieren okay okay so er dann ja so richtung der törtchen würde müssen wir mal schauen so machen oder sowas in die richtung hatte ich angedacht oder vielleicht auch croissants wurden oft an gefragt oder auch so blätterteig täschchen mit frucht drin oder sowas apfeltaschen so in die richtung also ganz grobe ideen gerade weil ich wollte erst mal sondieren was sich die gastronomen so grundsätzlich wünschen womit die arbeiten könnten und dann würde ich ans rezepte überdenken gehen weil dies mit der apfel strudel da kann man ja auch was schöne idee da kann man ja dann könnte mir dazu genau dann bereitet ihr mir quasi da war vor so ein ding wo man dann so fünf stücke draus kriegt dann nehme ich beim petino eis holen er ist ja bei mir dann ja auch am empire dann hinten naja dann kann man das auch denn so eine dreier kombination da draus machen und dann haue ich dann den apfel strudel dann da auf den tisch schnell dazu als nachtisch ich glaube das ist eine ganz schöne sache das klingt auch sehr schön ja finde ich gut ja wir hatten auch in planung also es gibt ja nur diese weiß brötchen mit also im moment in der stadt dass wir dann auch mal brötchen mit körnern also ein paar variationen wie beim brot auch zur verfügung stellen vielleicht auch ein bisschen sättigern da wir da mal schauen wollten könnte man vielleicht auch schauen dass wir ihnen im prinzip das passende produkt liefern könnten dass sie die bütterchen noch mal ein bisschen typisch deutscher gestalten könnten vielleicht ja die würde ich dann halt also das ding ist halt die bütterchen sind ja sehr beliebt nähe und viele schmieren die sich da auch gerne zu hause weil ich ehrlich gesagt für ein bisschen bekloppt halte weil das ist halt ich dachte eigentlich in amerika gibt also sind wie ich es nehmen die bütter kinder halt jetzt sagt man halt hat rezept vielleicht noch mal ein bisschen überdenkt da man da wirklich mit 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 graubrot drangehen und noch hier und da bist du verändern dann können die anderen sich dann halt die brötchen normal spielen ich weiß ich habe da ihr habt ihr denn fordern da so ein senat in der packung brötchen oder irgendwie sowas im 24 7 anzubieten wie so eine bäckerei oder das wird dann auch also in die 20 vor 7 soll endlich nur so schon fertig belegte brötchen was ich überlegt habe vielleicht so ein new york club sandwich was schon fertig belegt ist aus toastbrot oder auch so grilled cheese sandwiches was man sich dann noch in der pfanne eben heiß machen kann zu hause aber keine sachen wo man dann noch ja viel selber machen soll das soll also eigentlich to go auf die hand sein und dann wäre zum beispiel auch so ein laib graubrot etwas was nur an die gastronomen gehen würde ja wenn das schöne sache also wie gesagt paniermäh da brauchen für die schnitzel halt später definitiv auch nicht gerade wenig da habe ich jetzt zwar schon ja eine beilung wie wir das machen können aber das ist ja da muss ich dafür für immer dann ein so ein brötchen selber niederschnitzeln sage ich mal wenn ihr da irgendwie keine ahnung maschinen nachher habt ihr einfach wenn wir sicher haben dass wir da also so eine maschine dafür kann genau zu stellen ja dass wir dann da einfach dass ich große mengen dann einfach weil ich abnehmen kann ohne daher jetzt jede jede portion paniermäh selber an zufertigen das ist ja auch ein bisschen zu viel und dann unterstützen wir euch ja dann auch damit ja wie gesagt der apfelstrudel finde ich gut brötchen im allgemeinen oder brot wäre halt super ja lass mich mal überlegen ansonsten passt momentan zu dem was ich vorhabe glaube ich nichts aber ich bin da immer offen für vorschläge falls mir da noch was einfällt ja sehr gerne also also wir würden uns natürlich sehr freuen wenn wir da zusammenarbeiten könnten und wir sind als auch daran interessiert unser sortiment oder auch unser angebot immer wieder dann anzupassen also ja da kommt man dann zusammen wenn noch was einfällt dann haben wir uns eben darum und wir würden sie dann auch dahingehend entlasten dass sie dann nicht mit denen also backen dauert ja auch immer sehr lange dass sich dann auf das fokussieren können was sie dann ja auch hauptsächlich machen wollen wenn sie da jetzt irgendwie sechs sieben stunden in der küche stehen und nur brötchen backen ist das ja auch nicht das was sie so wirklich das richtig ausmacht richtig ja ist immer ein bisschen stressig gerade auch die mädt brötchen und so die gehen ja doch ganz gut bei uns und dann da jedes mal irgendwie muss ich immer ein mitarbeiter für eine halbe stunde abstellen der dann einen haufen brötchen backt hat ist ja dann kann man da besser bei euch beziehen hat stimmt schon habe ich das richtige stimmt ja das geht ja alles viel fixer dann bei uns richtig richtig deswegen dann finde ich gut für ihr freut mich auf jeden fall hat er die ua jetzt schon alle daco gegeben oder wie sieht das aus jetzt also das schriftliche schon morgen sind wir dann da für die handelslizenz also wir haben quasi die genehmigung das unternehmen ach so also wie bei mir jetzt sondern haben wir auch immer alles eingeleitet mit dem mit genau gerade noch gekommen ist vielleicht wenn sie mal irgendwie den frühstücksbuffet oder so anbieten sollten der restaurant dann könnte man vielleicht auch schon was man da ein paar variationen rein bringt was ist dann ich sag mal nicht so sonst in der stadt gibt absolut absolut das frühstück dann noch etwas exklusiver gestaltet bin ich absolut für ich versuche ja schon seit ein paar monaten irgendwie mittagstisch oder frühstückstisch irgendwie einzubringen aber das ding ist sei der bedarf ist einfach noch nicht so wirklich da gewesen bisher dementsprechend ja finde ich eine wunderbare idee muss man halt gucken wie sich das dann am ende wieder dann ankommen ob sich das lohnt dann müssen wir dann einfach noch mal genauer schauen wenn ich dann auch die lizenz habe die örtlichkeit und auch mal ein paar rezepte ausprobieren konnte was wir dann genau was sie gebrauchen können und wo wir dann was finden wo wir zusammenarbeiten können aber das denke ich das kriegen wir hin ja schön das freut mich sehr ja jetzt die glückte auf jeden fall danke schön da würde ich viel erfolg damit ja wenn ich das rdp system habe dann glaube ich dann auch wirklich dass das funktioniert ja spitze spitze ja das war jetzt aber ein kleiner kampf habe ich somit hier kriegt nebenbei das war ja schon eine weile in der thema ja ja es hat jetzt auch lange gedauert dass sie eine rückmeldung bekommen hat aber ja das lange wert wird irgendwann gut oder sowieso aber da können sie ja auch in die tun da kann ich ja kann ich ja ario von sie in verschiedenen also der hat man hat ja nicht so lange zeit hast du gesagt das hat nur gesagt damit du kommst du hast du da ist so gewesen wenn wir dann noch mal fahren und ich weiß ja dann fahren wir also es ist noch nicht ausgebaut natürlich muss alles renoviert werden alles gut da bin ich mal gespannt was ihr davor hat dann machen wir klein aber noch eben was probieren macht das kriege sind denn auch mit ihren ganzen telefonaten dann dahin ich muss noch kurz jemand zurück ok ja dann auf geht's jawohl ganz viele leute sind sie geht da voll drin auf ja auch das auch mal so ein bisschen als ausgleich definitiv die ganze justiz kram ist auch eher auf dauer eintöne ich glaube ich wenn man dann so eine alleine schauen ja 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 die ladefläche muss das ist jetzt fertig danke ganz viele leute sind halt total unkreativ okay jetzt ist es weg ich kann es nicht mehr lesen ich weiß was er dort diskutiert kaputt repariert also ich sage sagen sie mir nicht dass ich nicht gut bin nein ich gehe ich auch so nicht nach vorne das ist einfach gut ja dann gehen sie mal feiern herr hat wir reden morgen darüber was das war mit er weiter bis dahin oh man das server kommt ja ich meine gebieten das kann ich gar nicht voran wobei es möglich ist das leute wie ich kontrolliere einmal auf der mitarbeiter das auto korrekt hinstellt ja macht er sehr gut so dann fahren wir jetzt einmal zu palito bakery ja schön ich finde in einem klassen da kann man ja gut merken ist gut die bäckerei ist in welchem stadtteil ist jetzt auch die frau holen wir dann die sagen bei ihnen ab oder liefern sie aber da muss ja man natürlich auch mit einberechnen das wird alles geliefert weil das ist halt schon ein weg ja als typ von mir schlagen sie da ruhig auch auf die preise auf ne denken sie daran dass sie die den später auf immer für bezahlen müssen weil da ist ja jetzt keine unerhebliche strecke die wir da jetzt ja das hatte ich auch schon in meinem konzept alles so mit eingetragen also schon wird alles aufgeschlagen auf die verkaufspreise dass die öl auch so abgenickt ok wunderbar abgesehen davon haben wir die schreckt ja sowieso mehrmals täglich ja aber nicht halt mit waren also wenn ich überlege wie viel spritig dafür in futter raus knallen muss wenn ich dann so eine strecke fahren oder wie langsam wird auch dauert es alles arbeitszeit ist ja jetzt kein sportwagen geworden haben das mitbekommen der spritig ist teurer das war ja was sie auch noch nicht ja ich hab jetzt sonst sage ich immer so 50 dollar die tankfüllung jetzt bin ich bei 78 dollar gewesen also da kann ich da könnte mich ja drüber auflegen über sowas nicht gut alles wird teurer ja gerade spielt spritte habe ich da habe ich noch eine pucke aus deutschland mitgebracht weiß warum ach die meiner da auch die die scheiße ständig teurer er kann mir auch jetzt mal drüber auflegen spritte ich weiß auch nicht soll ich soll ich soll deshalb wollte ich mir ein elektroauto ja ja das wurde ja auch nicht gemacht es wird zu teuer ich habe jetzt habe mir jetzt so den käfer mal im diese diese käfer verschnitt ich weiß sie heißt ich käfer hier ich weiß hat aber der sieht so aus wie die wie alten schönen vg verdane aus deutschland damals den habe ich mir mal jetzt so für mich so ausgeguckt näher aber den kaufe ich mir dann wahrscheinlich auch jetzt in der lahn läuft also da brauche ich jetzt noch keine über keine ausgaben nachdenken auch schön und jemand spreche muss ich mal muss ich mal gucken aber die elektro waren habe ich in der fahrschule da war ich auch ganz hin und weg muss ich sagen ja da habe ich auch mit gefahren die fand ich gut da nicht schon ganz andere gefühle gar nicht die endgeschwindigkeit ist entscheidend ich finde die beschleunigung ist beschleunigung ist halt so enorm für mich war dann mehr die lautstärke weise sondern ich so nicht die nicht vorhanden ja da ist so du fährst damit und du denkst du so fahren wir schon eigentlich so ich höre gar nicht so denn ich sei der war eine wunderbare sache da ist für mich so der haupt warum fahren sie eigentlich nicht wie ich sehe das da vorne die ganze zeit also ich habe nicht eingegeben ich weiß ja wo ich hin muss also ich bin bis irritieren ich sehe die ganze blickwinkel ja ich war immer irgendwas eingespeichert wie ich sie fahre das navi ist noch von gestern eingespeichert glaube ich ja schauen wie das alles so geht ja ich drücke die doch aber ich glaube das wird schon gut ankommen ich hoffe kommt halt auch darauf an wie die anderen gastronomen das so annehmen es kann natürlich auch sein dass sie sagen nee wir möchten alles selber machen ja ja morgen 19 30 hat der leon zeit 19 30 war der heute da wie ich habe mit herr sky telefoniert ich habe mit herrn archer telefoniert gesagt ich schreibe es auf und nervt den herrn weber morgen ja und ich habe das geld telefoniert weil ich weiß dass der was entscheiden kann und deswegen hat er den termin direkt eingetragen ja ich habe mit herrn archer telefoniert dann dachte ich die fragen mich immer noch was da wollte ich auch mal was zurückbekommen der herr arscher ganz ehrlich der ist wirklich immer richtig kritisiert nein ich habe arscher gesagt habe ich habe ihr wau gehört ja ich gesagt nicht der arscher wie arscher nein ich habe arscher gesagt ich weiß er doch auch herr arscher herr arscher ist doch klar also übrigens den herr arscher da habe ich eh gefressen jetzt haben sie arscher gesagt habe ich nicht gesagt ich habe ja also arscher und arscher ist schon ein unterschied nee ich sehe mich der unterschied der kerl ist ein arscher der heißt so nicht so ist mir scheißegal ist doch egal jedenfalls der kerl denn da würde ich aufpassen der ist manchmal ein bisschen knitterig der ist nicht nur knitterig der der erzählt auch dinge die er nachher nicht macht und so also ich würde mich immer ein anderer finden und er hat mich richtig mal geschrieben der hat auch mitten in meinem in meinem konzept vorstellung hat er hat er mich dazu sauer gemacht weil ich ein bisschen zu laut geredet habe und habe ich dann versucht ein bisschen mit humor zu überspielen meint er ja mit mit der ironie lassen wir nächstes mal ja knussmann ist so alles klar ich habe den seit dem ein bisschen gefressen mitten in meinem konzept springt er da rein ich denke mir so weißt du anstatt einfach den scheiß nicht mal anzuhören die ich dazu sagen habe okay das gelände kenne ich aber schon hier ist ja paradise entertainment so und wenn man jetzt hier einmal um paradise entertainment rum fährt mit mit führung hier dann ist ja dann wird es das gebäude ach man sie ja sogar nicht vorne noch sind ja eine tür rein oder wird ja ja gucke mal schön genau und dann wird der blaue sound die machen wir dann auch noch mal weg dann machen wir mal kleines törchen hin dann kann man direkt aufs gelände drauf direkt schön nebeneinander und klasse gut wenn man da ist sich um beides kümmern ach ja ich jetzt mal wenn ich hier stehe merke ich das hat hier von den rennen da die 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 backstage war ja genau ja aber das jetzt ganz klar ja super ansonsten die feuerwehr haben sie jetzt irgendwie wieder dicht gemacht wie ja die autos sind jetzt wieder weg hier das gibt es doch nicht ja habe nur eine mitteilung denn jetzt wir müssen die mitteilen feuerwehr wird vorerst auf eis gelegt hier ist ja nur eine bäckerei oder ist ja auch dicht denn die schon lange dicht also mehreren jahren wir nehmen ist ja das hell aus was ich habe das kennen sie auch nicht oder gar nicht ich war jetzt die letztens einmal für 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 die lieferung an den 924 sieben die hier aufgemacht haben ja der ist von bruno von meinem mit genau genau ja hier ist hier ist das ach so ja ja doch schön aus ja aber doch der hannes händler heißt das nicht hell wie 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 ging der dunkel ja die haben die firma ist hellhaus aber ich glaube die ausreklame falsch geschrieben aber ein tippfehler dran so hin aus ja ist in händen schriftet weiß ich nicht hähnchen der henne weil sie sagen wir einfach mal hähnchen ich weiß hier nicht das hähnchen haus sehr gut was kann man da lecker essen ich weiß es nicht schön aber da weiß ich auch mal wo das ist palito bin ich sehr selten tatsächlich hier rechts ist er droht das romano recycling hier auf die rechte ach da kommen die müll das alle ja genau ist ja doch mehr als ich dachte immer der romano ist ins ausland geflogen wie ist abgehauen oder was ja der scheiß am stecken gehabt oder wie weiß ich nicht keine ahnung aber der ist nicht mehr in los santos da hat er mich angerufen hat gesagt ich möchte mich mit ihnen treffen der daniels dann habe ich erstmal nichts mehr gehört und am nächsten habe ich dann gehört ja der ist hat den flieger genommen ins ausland gibt es noch nicht nur ausgereist das ist hier die tankstelle ja genau hier wir letztens ihn geliefert gibt es noch ein paar leute war zwei bei der hier der der skinner der neue der sheriff wir hatten nicht jetzt hier aus sein laden ach ja 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 stimmt etwa woanders sei gut ich habe mal wieder runter wunderbar ja ja schön viel viel erfolg dafür dankeschön und wenn sie nur mit großkunden arbeiten dann ist der standort auch im prinzip ja wohl schneller das ist doch schnuckelig oder da ist auf jeden fall schön haben sie doch nicht so weit wenn es wenn sie ihren mann vermisst in der wobei er wieder wahrscheinlich eine backe kleben wie ich den kennt nein denn jetzt sei alles gut mir war halt auch wichtig nicht so nah am pd zu sein weil dann ist es doch einfacher zu sagen ja ich bin gerade in paletten ich kann jetzt nicht vorbeikommen ja das stimmt mal gucken ob die rechnung auf geht ja die werden wahrscheinlich dürfen aber nur ich sagen wo ihr laden ist ja dann haben wir nicht so bisschen puffer sonst kommt da wieder ein polizei auto was sie einsammelt das kennen wir alles schon passiert gott ist ja 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 einmal habe ich es gesehen ein bisschen merkwürdig alle sehr gut aber wenn es halt gebraut werde näher wird sogar machen sie hat wie gesagt ich darf es nicht sagen aber ich sage es einfach sie gut er jetzt noch mal gefördert nein wie ich dachte geht immer höher mit solchen heute informationen anfangen habe ich ja eh nix von aber ist auch schön ist das ist doch klasse mensch wird wird bisher den jetzt leitende oberstaatsanwälten jetzt gibt es nur noch einen höher aber den habe ich abgelehnt und nur ein höher ist ein super leitende oberstaatsanwältin oder generalstaatsanwalt aber generell abgelehnt ach so das haben wir wollten sie ja auch anbieten ja so aber dann hätte ich das mit der bäckerei alles nicht mehr geschafft und dann war mir das wichtiger das stimmt und vielleicht stellen sie dann für den post mal jemand ein der der die ein bisschen unterschützen kann ja ich hoffe das mal gucken das wird wahrscheinlich wieder einer vom festland werden oder eine wohl sein einigen dafür oder wird oder bleibt er dann da schon also ich denke mal dass dann einer sich hier bewirbt und dann hier auch bleibt aber genau es wird jetzt keiner werden der schon in der staatsanwaltschaft arbeitet denke ich nicht schlecht nicht schlechter glückwunsch normalen oder läuft ja tipptopp bei ihnen ja mal schauen ich bin mal gespannt wie das jetzt noch weitergeht mit der bäckerei irgendwas muss da noch kommen also ich bin dann noch ein bisschen ich ahne übel es läuft so rund aber jetzt mal jetzt mal ganz blöde nehmen wir jetzt mal an du kriegst spitz das einer deiner kunden in der bäckerei scheiße am stecken hast darfst du das dann verwenden als staatsanwältin also jetzt nicht ich ne ich frage ich für mich mal an genau für freunde also theoretisch alles was ich sehe wo ich denke da ist eine strafbare handel handlung muss sich melden ja also ich hatte dann nachher noch mehr arbeit die aufruf gibt eine ausnahme ja die wahrscheinlich schwert hochzeit wahrscheinlich wenn du das ja dann habe ich einen ganz großen gewissenskonflikt und müsste wahrscheinlich kündigen aber ich baue ja nicht scheiße deswegen ja ich hoffe das ist ja und druck mit mir ja interessante aber wenn jeder da muss er aufpassen hatte die dann jetzt nicht die die größen flauben da als kunden holt sonst hast du ja noch mehr zu tun das ist ja totaler bullshit dann ja das stimmt aber mal gucken ich wie gesagt ich bin auch echt gespannt wie viele gastronomen da wirklich kooperieren wollen kann ich noch gar nicht einschätzen deshalb müssen wir mit allen mal irgendwie quatschen und gucken das mal abklopfen wie das interesse da ist also ich finde die idee halt mit den anderen brotsorten und vielleicht auch die anderen brötchen fürs frühstück genial und das mit dem bild mit dem mit dem nachtisch mit dem mit dem blätterteig und das finde ich auch richtig gut ja finde ich auch ja vor allem wenn man da auch fertig wieder mit einbinden kann ja das ding ist halt wirklich ja was ich für jeden gastronomen irgendwie auch so ein in anführungsstrichen exklusives rezept hätte was nicht jeder gastronom bekommt zum beispiel jetzt mal ganz doof gesagt little italy bekommt baguettes sie bekommen jetzt von mir aus den apfelstrudel und al dente bekommt dann keine ahnung sabata also so irgendwie dass das ja schon was individuelles und das auch was besonderes dann wir ja nur das könnte ein bisschen schwierig werden wenn du dann wenn du dann jetzt dann hast du ja am ende für jeden unternehmen da so ein ach so der denn jetzt telefoniert oder ja genau das das geht halt nur wenn nicht so viele gastronomen zusammenarbeiten wollen aber wenn zum beispiel 45 baguettes wollen dann kriegen halt 45 baguettes auch mit so kleinen ausgewählten produkten dann auch noch machen muss ich mal schauen ja im prinzip kannst du die sachen ja wie die gastronomen also ich denke mal wenn wir jetzt mal jemand union grain zum beispiel denken da habe ich jetzt ein gerufen letzter gesagt ich möchte gerne dass die vielleicht mal irgendwie rotkohl irgendwie anbauen oder so ich möchte gerne bei dem man da kümmern die sich darum so weit sie halt auch dann halt da sind aber hat man dann den rotkohl dann auch von anderen so andere hat auch kaufen können wenn wenn es denn nötig ist weil ich meine jetzt apfelstrudel könnte im prinzip auch jeder hier verkaufen ist ja die frage ob er den der geschäftsmodell passt denn das hat jeder für sich denken dann ja dann muss ich mal ich muss also es kommt halt alles drauf an wie dann die nachfrage so ist und wie gut man auch mit in gastronomen zusammenarbeiten kann das ist ja auch immer ein faktor ob das dann funktioniert oder ob das nicht funktioniert ja also wenn sie da fragen haben dann kommen sie gerne zu mir also ich habe da ja mittlerweile doch relativ viel erfahrung gesammelt auch mit anderen gastronomen oder wenn sie welche kontakte bauen zu irgendwem dann dann zum beispiel herr schula wie gesagt da rufen sie auf jeden fall mal an der brauche auf jeden fall regelmäßig brötchen ja dann dann geben wir quasi die die großbestellung ab das ist für uns eigentlich auch mehr lästig und machen das auch nur um da haben wir ein bisschen mit zu helfen am ende ja ja vielen dank auf jeden fall ja kein vielen dank wunderbar dann würde ich einfach mal sagen oder soll man noch mal nummern austauschen das wäre gut ja ja was meine nummer ist die 949 den jetzt jetzt gott sei dank habe ich ihre nummer endlich ich dachte dass wir ein chat du hast wirklich die nummer von rachel nicht nein nee ich habe auch die von war nicht also meine ist fünf 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 sechs vier vier sechs drei eins ok doch mal für ihn für ihn für ihn für noch sechs vier 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 sechs drei eins 6 3 1 1 rachel daniels wir waren jetzt noch mal balit palito die bäckerei staatsanwaltschaft so kennt ja die bäckerei staatsanwaltschaft ne da ist in schrägstrich zwischen schrägstrich so ne dann weil dann falls ich das suche dann ich aber normalerweise weiß ich ja wie die geißene gut dann danke für die lustige fahr da bin ich mal ein bisschen rausgekommene ja wir haben zu danken ach so weil dann meine nummer meine nummer sekunde ich rufgut ist einfach an ich habe ein flug ja ist ich ja einfach einmal anklingeln ich habe den flug modus drin gittert ja das geht dann habe ich irgendwann wenn ich wieder gucken anrufen von abwesenheit okay gut ich habe eins zwei drei vier so ich glaube ich habe sechs mal jetzt angewiesen weil ich das war alles klar sonst er denn jetzt hat ja auch meine nummer dann holt sich aber nicht von ihm dann wünsche ich noch schöner abend wenn man sich aber anrufen bis sehen und morgen dann kam man solche man hinstellen ab 20 uhr alle klar wunderbar dann bis morgen vielleicht oder auch so so essen von supermerken sollte weniger satt machen in dem als richtige gerichte tun sie auch schon tun sie auch schon deswegen gibt es diese exklusiv gerichte deswegen also jetzt nicht nur deswegen aber wenn wir jetzt zum beispiel reibekuchen verkaufen die man weniger satt als die currywurst die wir verkaufen ist halt einfach so das schon macht schon sehr wir haben heute glaube ich dreimal die chance gehabt unsere telefonnummer zu sagen und alle waren schneller als ich nicht als als ob sie als ob sich das schon rumgesprochen hat wenn ihr den knussmann die nummer gibt es dann fang schneller an als er dann bist du dann bist du doch relativ schnell durch aber ich gucke noch mal eben ich bin mir gar nicht sicher weil der typ hat so ein bruch gemacht vorhin ich bin mir gar nicht sicher ob wir hier da wunderbar ja weil er klingt auch schön ich weiß jetzt gar nicht was eure diskussion da war im chat mit mit den ganzen kreativität und mitarbeiter und weiter kann da kann ich leider gar nicht auf eingehen weil ich die so schnell ich leben konnte ich finde es eher so lange oder so rühren wie sie dann ja muss läuft geht geht oh schön ja der daniels der meinte er hätte er bräuchte morgen immer mit der pumpe da eine karte bahn ja ist mir bewusst wer da am ende macht wenn wenn er euch ja entscheidet ich sehe schon weg oder sei da sei da noch zu dreht nirgendwo ist er hat feierabend gemacht ist ja auch vernünftig ist ja nichts los na gut ja mal gucken wer morgen da ist und fährt einer von uns da hoch ja 120 uhr machen sie wohl irgendwie auf hat er gesagt ja ich weiß so ja was steht noch an heute dein mann habe ich noch nicht erreicht ne ja ich auch nicht ich dachte wie er sich freigenommen wicker wicker da nicht gestellt oder so ich rufe nochmal an aber ich glaube das wird schon ne naja naja dann müssen wir morgen mal angehen ne ich gehe noch mal kurz nach hinten ging darum dass dennels und du super viel rp auf den server bringt aber was aber vielleicht nicht genug angenommen wird weil die spieler irgendwie zu faul sind das finde ich sieben das gastro rp stark einschränken ja 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 ist halt leider wirklich so ich weiß halt auch nicht also ich hab da keinen überblick was jetzt am beliebtesten ist quasi ob die leute dann tatsächlich am liebsten kreis rp machen ne oder irgendwas erleben wollen und dann essen einfach nur für die so ein so ein schlimmes übel ist ne also wir können jetzt auch nicht alle über einen kampfstern wird ja doch schon relativ gut angenommen auf dem server warte mal überstrecke äh bist du morgen eigentlich da klar bin ich morgen da da also sagen wir mal so ne wenn 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 ich nochmal kopfschmerzen kriegen sollte versuche ich bestmöglich bescheid zu sagen das kann gut passieren der nächsten zeit ne aber ich soweit ich kann bin ich morgen da ne ok dann ist gut ich sollte dich noch an die currysoose erinnern ja da mach ich das super noch weit warte ich guck mal ob wir noch ich glaube mädbrötchen können wir schmieren warte mal mein gott ne ok hast du es im hals ja ich habe ein bisschen im hals heute ne ja also nicht halt schmerz sondern eher so blockaden wenn man das mal auf eine appetitliche art und weise ausdrücken möchte ne ok ja ne ich glaub nur äh ding ding bumm ja weil sag mal haben wir nicht vor ein paar tage noch von cypress eine riesenlieferung gekriegt wo sind die ganzen bratwürstchen hin sind die auch in der pumpe verschwunden oder was ähm in der pumpe sind 30 bratwürstchen und 18 currywürste was haben wir so gut verkauft wir haben ein bisschen was rausgehauen ja die zebra wusste ja auch noch hier für den weiß ne ja ja auch noch nicht hier wurtchen haben wir ganz viele ich rufe den weiß machen vielleicht will er ja mal seine wurst abholen ist ja blödsinnig jetzt ja das ding ist halt wir reden hier immer noch über ein video spiel ne und bei einem video spiel versucht natürlich jeder bestmöglich irgendwie das das geilste zu erreichen für manche leute ist es halt einfach ich will dieses auto haben und das schnellste auto auf dem ganzen server und der beste sein im fahren oder ich weiß nicht wie die ziele von den einzelnen charakteren sind und da ist dann natürlich essen gehen oder irgendwas für die einfach nur zeitverschwendung klar ne und das ist im prinzip eigentlich muss der server die die spieler an die hand nehmen ne deswegen gibt es ja sowas wie hunger und durst gefühl damit sowas auch genutzt wird und sowas ausgespielt werden kann aber es ist halt am ende dann und genau deswegen ist wahrscheinlich auch diese 24 7 einschränkung eingetreten ähm dass du den spielern nicht noch einfachere möglichkeiten gibst superschnell satt zu werden ich meine am ende ändert eine kurze haltbarkeit also eine kurze regierung wie soll man das nennen am besten ne hungergefühl ne das hunger dass das hungergefühl gestillt wird dass du das runterstellst bei dingen die du nicht in der gastronomie kaufst ändert im prinzip aber auch nichts daran dass du einfach nur im 24 7 einfach doppelt so viel kaufst als du vorhattest so dass das ist dann quasi das resultat daraus das wird am ende auch nicht helfen ne aber sicher nehmen viele das leute das gastro rp an aber wenn es heißt da können mehrere hundert leute gleichzeitig annehmen und restaurants gehen pleite ist schade offensichtlich braucht es nicht viele kunden um sich zu halten wie man am wurstkartell gesehen hat ja wie gesagt wir haben im pd eine gute lage und irgendwie auch keine gute lage zwiespalt ne ja ja hast du eigentlich schon im hr denn jetzt diese 1000 dollar gegeben die ich dir an gedrückt habe oh stimmt ja du hast du hast ja das ist eine gute seite er hat das vergessen und ich auch ja gut jetzt? ja ich bin der knutzmann ne achso hallo Herr knutzmann ähm kannst du noch mal eben mir deine kontonummer schicken damit ich dir mal die 1000 dollar da überweisen kann die ich hier noch am konto hab ja klar kann ich dir schicken im moment ich fahr eben zum automaten alles klar danke dir schreibe aber per sms ne 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 warte ich bestehe schon vom automaten dann kannst du direkt abtippen ja da muss ich mir das jetzt irgendwo aufschmieren du blöd mann na gut dann warte ja dann sag ja Moment ich lauf grad durch die tür zum automat also jetzt überlege ich grad privatkonto oder firmenkonto was ist das nochmal für geld ich hab keine ahnung für privatkonto so also das ist die äh 4 4 4 und 90 ja 6 ja und 30 ja 6 ja und 70 ja 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 94 36 und 36 ja 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 ich weiß nicht wofür das war gut das schutzgeld genau alles klar tschüss blöd man tschüssi naja dachte er mich ja können mich trollen aber so soweit bringt mich nicht aus der fassung bringen wir nicht weil ich hab die scheiße erfunden ich hab die scheiße erfunden ja so brauchst du mir was mir nicht ich bin ja jedes mal drauf vorbereitet hahaha okay ähm das habe ich auf das konto das heißt überweisen konto nummer 94 36 36 1 und 90 1000 mark ähm hier bitte dein geld keine ahnung warum ich dir das überweisen sollte Punkt liebe grüße Dirk Knussmann so der schüler wird hochmüte ich denke er kann muss man seiner königsdisziplin schlagen da lade ich nur laut oder löch in jensee hallöchen jens die ich schreibe einfach ein romane verwendungszwege so dass wir erledigt wunderbar kannst du deine nächste streichen habe ich überwiesen perfekt ich war mal auf dem server da haben die das 24 7 essen so unattraktiv gemacht super schnelles hungergefühl das ist einem schlecht geworden aber gastro echt wichtig ja das ding ist halt vielleicht ist auch einfach der fehler dass die 24 7 spieler betrieben sind ne weil da hast da hast du definitiv jetzt das problem dass du halt den spielern die die 24 7 läden ausspielen halt auch ähm irgendeinen vorteil haben müssen damit die leute die 24 7 läden nutzen sonst macht es keinen sinn das auszuspielen und ich glaube da liegt der hund einfach begraben dadurch dass du alles bespielt haben willst ne es ist und mir fällt in der tat auch nichts besseres ein als das was die sowieso schon machen ähm weil wie gesagt wir haben ja damals zusammengesessen und irgendwas überlegt und am Ende war das dann halt die beste lösung dass man 24 7 läden und gastros miteinander verknüpft in denen die die 24 7 nicht produzieren dürfen aber die gastros dürfen denen quasi drei äh drei gerichte beziehungsweise damals war es bei uns ja nur die reibekuchen ähm verkaufen exklusiv damit unterstützt du die gastros ne indem sie Geld verdienen und halt die 24 7 weil die was zu verkaufen haben aber ja ist halt die frage also du müsstest entweder die 24 7 läden alle ach ich weiß das nicht ist schwierig sehr sehr schwierig so ähm wir brauchen mal wieder 100 Soße dafür brauche ich 12 18 20 mal Tomate dann brauche ich 40 mal Currypulver und 40 mal Ketchup Kassierer RP ist ja auch witzig ja nur nur da aber ist halt nur witzig wenn du dann halt am ende auch ähm jemand da ist den du kassieren kannst wenn da keiner mehr hinkommt weil die wissen das Essen ist einfach scheiße es ist halt wirklich schwer und genau das sind halt Themen die werden wir wahrscheinlich morgen also nicht wir jetzt sondern wir als ähm Leute die hier äh Geschäftsführer spielen auf dem Server dazu gibt es da morgen ein kleines Meeting und da bin ich mal gespannt ähm wie das abläuft weil da sind halt schon einige dabei die sehr frustriert sind ne am ende verstehe ich aber auch die Serverleitung dass man da irgendwie eine Lösung für finden muss es ist kompliziert sagen wir es mal so so 8 und Topf 20 Ketchup 20 Pulver und so ja okay haushaltsübliche Mengen 24 7 einführen du kannst dir aber da trotzdem nehmen wir mal an du machst jetzt zwei Packungen Reibekuchen und du sagst okay die Reibekuchen die geben mir halt jetzt nicht so viel kaufe ich mir einfach 10 das geht ja das geht ja schon ne man müsste das Produktportfolio einschränken in den 24 7 die müssten sich eventuell ein ein Exklusivteil aussuchen dürfen was sie haben in der Kette und gut Gastrobeliefert dann die 24 7 und der Rest ist halt bei denen Gastrobetrieben aber wie willst du die Regale dann füllen ne wenn die jetzt von uns nur die Reibekuchen kriegen dann hast du ein ganzes Regal nur voll Reibekuchen das ist auch bescheuert ne ich freue mich auf die Buchprüfung Herr Knussmann warum haben sie 1000 Dollar überwiesen war das der wirtschaftliche Grund ne das war ja mein Privatkonto Privatkonto hat da ja gar nichts mit zu tun ähm leider ist das Kind halt mittlerweile in den Brunnen gefallen du kannst den 24 7 besitzen jetzt nicht einfach deren Unternehmen wegnehmen und wirklich viel besser für die Gastro kann man es nicht machen weil die 24 7 sich nicht benachteiligen ja also weil ich mir vorstellen kann was eine ganz schöne Sache wäre ist wenn die 24 7 mal so ein paar Items an die Hand kriegen aber dann selbst dann kommen die Leute halt nur einmal ne so was wie zum Beispiel die Sippo Feuerzeuge die wir hier haben die haben zwar keinen Nutzen aber ist natürlich schön kann man sich mal holen ne ich finde wie gesagt Geschenk Geschenke hat man halt fast nicht äh die man halt mal verschenken kann irgendwas was cooles das fehlt halt einfach aber das ist dann auch nur ich geh mal dahin und kauf irgendwas und am Ende hat dann irgendwie irgendwann jeder alles in seiner Tasche ich hoffe echt da findet man eine Lösung ohne irgendjemand auszubremsen ich rede Thematik aber ich schätze man muss das Bewusstsein bei den Spielern schärfen dass sie halt Interesse an den Restaurants kriegen einfach des APs wegen ja ja es ist es ist es ist halt in der Verantwortung von allen von der Serverleitung von den Spielern von den Gastros von den 24 7 man muss da eine Lösung finden wo alle mit glücklich sind und ähm ich meine wir sind hier ein Hardcore AP Server meiner Meinung nach darf man da verlangen dass die Spieler es auch mal ausspielen dass sie einfach mal essen gehen weil sie da Bock drauf haben und nicht weil da Hunger drauf auf dem Tacho steht ne deswegen keine Ahnung aber das kannst du halt auch nicht kontrollieren und man sieht das halt einfach nur wenn die Gastro ähm Sachen nicht laufen einfach ja schöne Geschenkkürbe die man ausparken kann genau da kann man dann mal den Gastros dann wieder Sachen kaufen wie gesagt aber es sind halt alles nur so Pille Pupsachen das sind ist jetzt kein Geschäftsmodell was hauptsächlich funktioniert ne wieso macht der Server es nicht so Zigaretten kann man nur rauchen mit einem Feuerzeug und die Feuerzeuge gehen leer nach bestimmten Benutzung sagen wir es mal so wir sind ja jetzt hier noch in der Alpha bald in der Beta es ist ja ähm es geht jetzt hier Schritt für Schritt weiter und es sind halt viele andere Dinge die halt funktionieren müssen die müssen halt auch an so Dinge denken wie das Crime und Polizei ausgeglichen ist ne das nicht dass die Polizei irgendwann zu stark ist und Crime niederknüppelt und dann hast du Crime-RP gekillt genau dasselbe umgekehrt hat Crime nicht zu stark wird und die Polizei niederknüppelt du musst immer noch dran denken dass das CVRP da ist die ganzen Unternehmen die sich bilden auch dass es auch funktioniert wird zum Beispiel eine Flugschule braucht Flugzeuge die funktionieren die brauchen Mapping das funktioniert das sind halt sehr viele Aspekte die man halt beachten muss und äh dafür ist der Support einfach nicht würde ich jetzt mal einfach brauchen ich weiß das nicht safe aber es ist halt eine Herausforderung so ein Server zu betreiben ne und genau deswegen reden wir halt morgen miteinander ähm um eine Lösung zu befinden weil am Ende kann jeder kreativ werden jeder einzelne Spieler auf diesem Server kann kreativ werden und Vorschläge machen weil manchmal ist es auch einfach menschlich Dinge nicht zu wissen ne und ähm wir haben jetzt das Glück hier mit Knussmann und der ganzen Geschichte dass wir sehr gut durchgeplant sind und sehr sehr gute Connections haben und sehr gut angenommen wurden von Anfang also nicht von Anfang an wir hatten auch schon unsere Tiefphasen aber ich bin froh dass ich nie mich darauf gestützt habe dass mein Einkommen auf 24-7 verkäufen oder irgendwelche Produkte die ich an Cypress verkaufe dass es darauf basiert sondern tatsächlich auf das Miteinander und das war ja auch immer schon die Grundlage von unserem RP wir machen kein RP um Geld zu verdienen sondern um RP zu machen wisst ihr? und ich glaube das ist der Hintergrundgedanke den allen gerade so ein bisschen fehlt aber die auch gleichzeitig alle wieder wollen weil viele vermuten dann wenn ich viel Geld verdiene habe ich auch viel RP aber das ist ja überhaupt nicht der Fall das stimmt ja gar nicht das ist nicht wahr und ich bin halt fast hier täglich da das stimmt schon ja und dann solche Sachen wie bei Unioncrain jetzt die werden mir nicht passiert wie gesagt ich habe halt immer versucht meine Aufgabenbereiche gut aufzuteilen dass ich halt sage wenn ich mal nicht da bin dass der LAN trotzdem läuft weil dann kann ich mir hier noch so einen Arsch aufreißen dann ist innerhalb von einer Woche das Unternehmen RIP wenn ich hier nicht sage wie es läuft so wir haben jetzt 150 mal Currysoße das sollte reichen gut ich habe trockene das hätte ich auch nicht gesagt ich lass mal sagen aber ich habe trockene Füße die Haut an meinen Füßen ist so trocken dass sie anfängt zu jucken und das nervt mich unfassbar ich würde am liebsten gerade ein Milchbad nehmen nicht dass ich das jetzt schon mal gemacht hätte aber ich denke mir gerade so irgendwas ich will irgendeine Flüssigkeit an meiner Haut haben die die Haut wieder gesund macht ach das ist doch du merkw bei den Spielern gibt es ja auch kein Argument da kommen die Leute und andere beschweren sich über die Preise haben dann aber drei Autos und Motorrad jeder kann sich das auch leisten es gibt auch genug Auswahl warum also jeden Tag in den Supermarkt in dem keiner steht ich fände es da toll wenn wirklich dieses Gefühl vom Stammtisch aufkommt Lieblingsbeispiel ist hier der Geburtstagsbesuch im Al Dente wo man sich einfach mal getroffen und gut gegessen hat ganz genau ganz genau dieser Meinung bin ich halt auch und deswegen biete ich den Leuten die Chance aus es kann sein dass keine Sau unser Restaurant und die Bar und alle dem Pier den ganzen Pier nicht nutzen es kann gut sein ich hoffe aber einfach dass wenn die Leute das sehen dass die von alleine auf die Idee kommen dass sie da Bock drauf kriegen verstehst du? was machen wir heute? ach komm lass mal zum Pier gehen geile Aussicht geiles Essen können wir ein bisschen chillen treffen wir andere Leute weißt du genau so weswegen vorher hast du ja immer eigentlich nur am Würfelpark da irgendwie sicher Leute getroffen und ich möchte halt einfach noch einen weiteren Standpunkt Standort ne nicht weil ich viel Geld verdienen will in game ist mir scheißegal ganz ehrlich ich wüsste gar nicht weil ich mit dem Geld anfangen soll wenn Dirk jetzt seinen Käfer kriegt das ward dann das ward wenn Dirk seinen Käfer hat der hat alles wir können noch irgendwie gucken dass wir auf ein auf ein Haus oder so was hinsparen oder so dass der Dirk da mal irgendwie eine schönere Butze kriegt aber ganz ehrlich wofür? der Charakter ist darauf ausgelegt eigentlich eigentlich spiel ich hier einen Event Charakter der eigentlich nur da ist damit das Unternehmen läuft aber es ist halt wirklich keine Ahnung wofür gehen wir dann aus? ich habe ihr müsst ja mal überlegen ich zahle mir kein Gehalt aus aber ich habe trotzdem gerade 6.000 irgendwas Dollar auf dem Konto nur durch Anwesenheit das ist nur Sozialhilfe die ich kriege deswegen keine Ahnung was ich mit dem Geld machen soll hier mal ein Saufen da mal irgendwie irgendwas unternehmen und das ward schon ne? vielleicht noch ein Boot ja ok das Boot das habe ich jetzt schon mehrmals angeschaut das stimmt schon ich hoffe so sehr dass das Restaurant anläuft da steckt jetzt so viel Input und so vielen von so vielen Leuten drin und die Idee ist so geil ich drücke die Daumen Dankeschön ich glaube aber schon dass das gut angenommen wird weil ganz ehrlich alleine dadurch dass sie sich darüber aufregen können dass sie es nicht haben dafür kommen die Leute alleine schon dahin und alles was drüber ist ne? und im positiven um sich da mal anzugucken weil schon geil aussieht oder weil es groß ist oder weil alle davon reden oder so es gibt halt viele Gründe warum man am Ende zu dem Peer kommt und vielleicht auch einfach weil es der Peer ist weil es einfach eine geile Aussicht ist geiler Sonnenuntergang und so weiter es gibt halt so viele Möglichkeiten wieso die Leute zu uns kommen deswegen glaube ich schon dass das funktioniert wie wird man überhaupt Geschäftsführer auf dem Server indem man eine gute Idee hat die gute Idee auch gebraucht wird auf dem Server also nur eine gute Idee heißt nicht am Ende dass er am Ende auch zum Beispiel ich halte aktuell für eine sehr gute Idee dass wir hier so langsam mal eine Fleischereien Metzger auf dem Server holen bei dem man auch lokal Fleisch kaufen kann das ist eine sehr gute Idee damit haben sich auch schon einige beworben das Problem ist scheinbar irgendwelche Spiel Funktionen die da fehlen selten von einem Krimi-Dinner-Abend oder als Eventreihe gestaltet das habe ich auch schon alles im Konzept stehen das haben wir alles vor naja dort läuft jetzt bei uns so langsam an ich meine ich bin ja jetzt seit 8 Monaten auf dem Server und habe meinen Laden hier und jetzt expandieren wir Krimi-Dinner habe ich aber nur dahingehend geplant dass wir Schauspieler engagieren vom Kabarett okay aber das Kammeri hat ja glaube ich jetzt zu also zu der Jens meinte da ist er der Besitzer gewechselt und keine Ahnung ich hatte halt damit gerechnet das halt wirklich irgendwie der Theater regelmäßig irgendwelche Aufführungen hat aber scheinbar ist das nicht der Fall du kannst ja keine Rinder beim Bauer einfach kaufen oder so ja das ist halt wie gesagt das Problem wenn du Fleisch verkaufst musst du es irgendwie herstellen und im Prinzip wir wissen alle wo Fleisch herkommt ja von den Fleischtieren vom Fleischbaum ne aber du kannst ja jetzt hier nicht ausspielen dass du da irgendwelche Rinderschlachtest oder so das ist A unfassbar unangebracht B funktioniert das überhaupt gar nicht wie willst du das machen weil es gibt im Spiel halt diese Kühe die sich nicht bewegen können die dann nur da stehen wie wir sie auf dem Foto mal hatten wo wir bei Wilson waren und C keine Ahnung keine Ahnung das ist es nämlich einfach du kannst eine geile Idee haben ne wie eine Kegelbahn aber wenn es dann spieltechnisch nicht umsetzbar ist oder nicht ins RP passt oder in diese ganze Wirtschaftsgeschichte dann ist das natürlich blöd aber zum Beispiel Rachel mit ihrer Bäckerei die passt da sehr gut rein aber auch jetzt erst ich glaube früher wäre das auch ein bisschen schwierig gewesen man muss halt auch gucken dass man nicht am Ende mehr Geschäfte als Spieler hat weil irgendjemand muss die Scheiße auch kaufen ne aber du kannst dir hochwertiges Fleisch importieren lassen ja wie gesagt ich spiele hier auf dem Server seit 8 Monaten einen Wurstverkäufer wo ich Fleisch herkriege weiß ich aber natürlich möchte man lieber lokale Fleischsachen haben als importierten Blödsinn ich habe dir mal einen Fleischprop in den Discord geschickt für den Kühlraum das gucken wir wann anders wie gesagt da sind wir ja noch dran Bäcker wollte noch schon viele werden ja ja genau aber jetzt ist meiner Meinung nach auch langsamer also selbst ich saß gerade da und habe überlegt so scheiße alter scheiße also das ist alles eine richtig gute Idee was die Rachel da hatte aber niemand spielt während der Frühstückszeit du kannst du kannst du könnt wir könnten das wäre kein Problem wir könnten morgens ein Frühstücksbuffet machen das wäre kein Problem es ist aber einfach keiner da der das möchte es sind vielleicht keine Ahnung lasset mal 20 Spiele auf dem Server sein die morgens da sind die werden dann aber wahrscheinlich vielleicht Komma einer oder zwei Komma zu so einem Frühstücksbuffet da müssen welche da müssen Leute von uns da sein also entweder ich oder irgendwelche anderen Spieler die das Ding dann betreiben und gerade bei dem bei diesem großen Gebäude was wir nachher haben brauchst du dann halt auch wieder einen der aufpasst und einen der ausführt am Ende Frühstück gleich früher nachmittag ja kann man mal überlegen irgendwann aber darum geht es halt Brötchen ja Brot ja als andere klar macht Sinn mehrere Brötchensorten zu machen macht es aber Sinn die auch anzubieten werden die genutzt da hat es dann alle Dinge da muss auch der Supporter am Ende dann sagen okay vielleicht ist es noch nicht an einer Zeit ne fahre auch jeden Morgen mit dem Bus mal eine Runde auf dem Server Respekt da habe ich richtig fetten Respekt vor ohne Scheiß also sowieso vor dem ganzen Busunternehmen habe ich auch schon ich weiß nicht ob ich dir das jetzt explizit gesagt habe aber ähm ich habe großen Respekt davor einfach nur die ganze Zeit im Kreis zu fahren ohne dass irgendjemand einsteigt heftig deswegen äh Chapeau Chapeau ich denke dass die Kombi von Bar und Restaurant gut ankommen ich glaube auch mit Pattys Eisdiele dabei wie gesagt die werden die Leute werden am Anfang alleine nur deswegen schon kommen um sich das mal anzugucken wie das aussieht ne und mit dem mit dem was wir da gerade zusammengebaut haben es wird sehr interessant Hallöchen diese Jessica so was mache ich denn jetzt noch ich glaube solange können wir Feierabend machen weil das ist natürlich wieder der Nachteil am Chef sein ne irgendwann hast du nichts mehr zu tun machst Feierabend oder ja wir haben natürlich die Abrechnung schon gemacht und ja alles überwiesen ja ich weiß jetzt auch noch nicht so kannst was ich noch machen soll ne heute ist tote Hose irgendwie naja wäre ein trinken gehen ja irgendwie aus wenn ihr Lust habt können wir gerne machen ne ja warum nicht so schön ich mach mal einmal noch einen Anruf hier einen Tako Libro Kollegen da da können wir auch mal hingehen da war ich noch nie essen ja dann lass mal dahin wo ich hat denn äh in Vespucci sagt er und man würde es sehen wenn man hinfährt ja gut das sieht man würde ich einfach mal sagen dass das bei allen so ist ne man würde es sehen wenn man hinfährt ich fand die Beschreibung auch wundervoll also ja gut er hat mir das so gesagt also hier runter dann links da hinten die Straße und dann siehst du es wenn du hinfährst du scheiße du scheiße zu wissen wo dann ist du fair ist einfach weil jetzt davon ich möchte bitte nicht werden ja gut dann also ihr habt jetzt den heiligen auftrag auf venture zu gucken während ich mich umziehen gehe jawohl ja lass uns mal gucken ja das ist ja jetzt mit dem neuen zeit ziemlich einfach ja da ist die technik ach ja wir haben ja seit ne genau tako libra ist doch auch schon drin klickt man drauf und bumm sieht man sofort wo es ist tako libra sieht man wenn man hinfährt das stimmt ach gucke mal steht genauso da drin ne man sieht es wenn man drauf hinfährt das tako libra ist ein mexikanisch brasilianisches restaurant im herzen von vespucci von klein snacks bis zu deftigen malzahn ist alles dabei welche fast komplett aus regionalen sutanen drei kommt gerne vorbei oder ruft unter der 888 222 an und das besser dann ja okay ich finde ich dass der coo geschrieben hat noch nie so geiles essen gehabt wie dort einfach ein traum warum ja warum auch nicht stimmt schon ey was haben die eigentlich bei uns geschrieben steht da schon was stimmt steht irgendwas bei uns zwei es schmeckt wie eine wonne der zeit schmeichelhaft und gemäßigt im abgang dafür neun von zehn eckers und g6 ja der hatte ich schon öfters gegessen der 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 hört sich auch ein bisschen deutsch an ach der war der den habe ich glaube ich schon mal bedienen ben hart bewertung 1 bis 10 ein schlechtes impfee haben wir jetzt nicht so restaurant kritiker in der stadt oder was scheinbar parkplatzmöglichkeiten 5 da kann ich doch nichts für dann ist hier das police department verdammte scheiße person hat 10 umgebung 6 ja da hat er recht sauberkeit aussehen da können wir auch was für preis leistungsverhältnis 8 ok ja auswahlmöglichkeiten 8 ja gut ok das will sich alle der ok dann haben wir bisher das richtig gemacht mit dem was wir anfang an verfügung hat dann nicht nicht schlecht erspricht weiter was steht dann bei bei tako libra eigentlich dafür macht es doch wirklich immer fuß zu drücken bei patty sind auch schon drei bewertungen und auch wieder ben hart bei patty ja genau das gleiche der hat sogar sehr gut bekommen oh nur die umgebung hat nicht so hat nicht so gut ihm nicht so gut gefallen den ben hart hat er bei es gibt es den besten crap der stadt aber das ist schön aber jetzt hier laut laut sei es hat aber hier der tako libra schon wieder zu ne aber ich rufe drauf ich rufe den kämmer an der vorhin war ne das stimmt ja jetzt man zu sieben jaco da ist er ja ja hallo ich hier ist noch mal die knussmann vom wurstkartell ja hallo ich ihn also ich habe zwei sachen ich habe vor ihm mit der frau berry telefoniert die haben dann auf einen zettel mit dem mit den union train die sind schon dran am arbeiten also dann haben wir einen zettel und da wird sich wo da ist wohl was in der mache deswegen einfach einfach abwarten dann hoffen wir mal dass da sich was ändert dran und br wir würden gerne einmal zu ihnen essen kommen haben sie noch geöffnet jetzt ja wir haben noch geöffnet natürlich ok ja die kollegen meine schon wenn man wenn man hinfährt dann weiß man wo das ist oder so hat die gesagt ja das ist richtig also ich habe hier so eine kleine wegbeschreibung gegeben ich habe halt gesagt dass wir hier kommen also wenn ihr vor dem pd steht links richtung was putschi glaub ich weiß was das ist dann könnt ihr nur noch links fahren also die gibt es ja die t-kreuzung dann links dann fahren die unter und dann seht ihr eigentlich schon eine menschenmenge hier stehen also hier stehen schon gerade ein bisschen ach das sind schon leute ok ja gut wir finden das schon wir haben auch diese zeit da da ist ja auch so eine karte mal gucken ob das reicht aber genau weil wir waren jetzt alle noch nicht da haben wir gerade alle festgestellt das ist ja total bescheuert ich bin seit acht monaten hier in der stadt und war noch nicht einmal bei ihnen essen ne das muss man jetzt mal ändern ich bin seit zwei monaten in der stadt und war das erste mal heute beim wurstkartell ja dann machen wir dann haben wir doch sie haben nichts gegessen nein da habe ich leider keinen hunger dabei ich komme morgen vorbei und hole mir eine schöne müssen wir nehmen Currywurst mitbringen ja genau das habe ich doch den tag auf der gokart bahn da gegessen doch doch stimmt ok dann haben wir an unseren futter schon ok dann bin ich beleidigt ne achso den bratapfel was war das mit wandernreis habe ich auch gegessen ok dann haben wir alles richtig gemacht ne aber sind natürlich jederzeit angeheb ich kann ihn auch gerne mal mitbringen wenn sie wollen aber ich glaube sie haben selber essen da ne ja stimmt ja ne gut alles klar dann kommen sie gerne vorbei ich bin hier wunderbar damit später ne tschüssi ja alles klar ja er hat mir nochmal eine weg beschreibung gegeben aber ich habe das schon wieder vergessen wir werden das schon finden so der rucksack muss noch raus so der rucksack muss noch raus kann losgehen ne ich hole mal geld und hin aber dann haben wir ат Taschengeld fürs taggolibre zu justified så das brauchen wir heute meint man sagt kommen immer 100 meter für nicht so wird schon reichen nächste bitte dann los hat sich jetzt doch wieder für deinen alten look entschieden antonio ja ich krieg halt bei der boutique keine anderen anzüge naja ich meine so allgemein du hast ja eine zeitlang hat sich ja legerer geknallt gekleidet aus gründen ja ich bin halt einfach anzugträger ich fühle mich daran wohl ich glaube du musst du musst fahren weil ich glaube mein auto meint schon wieder früher feierabend zu machen wieder urlaub ja ich weiß auch nicht du brauchst so eine ki in dem auto das ist von selbst auf wieder zurück fährt da habe ich doch schon funktioniert noch nicht ja wir will nicht das ist das problem an diesen intelligenzen da sprichst du mit einer armbanduhr und sagt seine armbanduhr auto kommt zurück ich glaube das funktioniert nicht so wie du denkst ja das ist genau die irreführung der manchmal guck mal im fernsehen weit und denkt dann will ich auch aber dann funktioniert hat gar nicht weißt du bist du selber also ok ja ja so ist er sich etwas zu fein mit mir zu fahren ich vermute jetzt einfach mal er möchte glaube ich was ist denn hier mit deiner tür immer was soll denn mit meiner tür sein nix 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 dann ist gut geht's hier gut dirk ja 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 du würdest mir sagen wenn irgendwas ist oder ja natürlich also jetzt mal angenommen du bist von von dem von dem von irgendeinem dämon besitzen würde es mir das auch sagen oder sofort oder dein auto auch okay gut dann 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 habe ich nichts gesagt hast du komische tagträume ach ja wer träumt er nicht gerne nicht sagen wir mal so so takulibu müsste jetzt irgendwo hier sein da vorne glaube ich also da war doch links pack ich einfach mal hinter den granger ja eine ganz normale fahrt mit einem ganz normalen auto alle jeden sein aber den granger habt ihr den gesehen oder nicht den haben wir gesehen ja gut dann habe ich vielleicht was mit den augen oder so ja ich habe aber auch ach so dann habe ich okay dann okay dann habe ich sehr stark abgebremst immer so eigentlich gar nicht okay naja gut dann ist das wie gesagt ganz normale fahren mit ganz normalen auto wie man das so kennt so hallöchen erst mal da sind wir wir haben hunger mitgebracht und geld sehr gut das ist super ich kann euch ja mal sagen was wir so haben ja wir haben burritos wir haben tacos jeweils mit tun oder mit rinderhack es ist eine teigtasche gefüllt mit käse jalapeño warum haben wir das gemacht ich habe so einen hunger und ich liebe das essen oh mein gott wir haben steaks also rinderfilet parodi kejos und käsebällchen käse nachos und nachos normal wir haben auch halt veggie menü also halt käse dir mit einem getränk guacamole und salat mix haben wir ein burrito menü und ein taco menü also ich würde einmal so ein burrito menü nehmen und so eine käsebällchen da burrito menü und käsebällchen alles klar dann nehme ich ein taco menü und oh mein gott habe ich da jetzt bock drauf die käsebällchen dazu nehmen ja es gibt burrito laden wie gesagt habe ich schon mal drüber geredet und die käse nachos der andere herr ich nehme das gleich wie dirk das ist sehr lecker nachmacher nachmacher du musst was eigenes nehmen zum probieren ne der burrito laden er hat schon zu das ist das problem ne damit wir probieren können bei dir ach ja ne ne so läuft das nicht hier alles klar mach ich euch fertig ja dankeschön dankeschön was wollt ihr denn zu dem menü für ein getränk haben wir haben pola limonade und sprung oder bier ich nehme ein bierchen ich nehme cola ich nehme auch eine cola gebe ich mir jetzt die kante ne mit einem bier mit einem bier ja das stimmt ja der armbi ist noch jung immer ja das stimmt du hast auch immer noch einen rum zu hause wir haben noch einen rum ihr wollt mich schon wieder abfüllen kann das sein aber diesmal seid ihr auch getrunken als klar mach ich euch fertig ja dankeschön dankeschön ihr könnt euch gerne da hinsetzen oder zu die gruppe da gesehen und wie ihr nachdem ihr lust und laune habt da wir bleiben ja kurz hier stehen erstmal alles die klar ich guck mal drauf da steht sogar die karte an der wand aber seht ihr hier takulibre haben noch nicht mal ein mapping bekommen deswegen die preise sind aber nicht aktuell ne ne leider nicht ne glaube ich auch nicht aber haben die auch einen in den foodtruck oder äh weiß ich nicht glaube nicht oder akulibre waren waren also ähm als ich mich damals beworben hatte ähm musste ich mich bei einer frau melden aber er sagt äh glaube ich er ist nur cosy oder ja er ist ja er ist ja jetzt ich fühle mich schon ein bisschen schlechten wenn ich jetzt weil ich werde wieder im pier kriegen und die haben noch nicht mal die tür auf geschlossen bekommen ne ach das ist doch scheiße ja es aber mit einem hellhaus auch so da oben die bar sitzen auch alle draußen ja gut ich vielleicht darf ich mir da jetzt nicht so viel gedanken machen so ich versuche halt immer so auf andere zu leichter einfach auf drauf an vielleicht haben wir aber nicht genug geld gab noch haben wir gesagt ja jetzt ein kredit ist doof geht ja auch naja kann auch sein dass das michael olsen hier zu viel haben wollte führen wir haben gesagt nachnehmen oder es ging wieder durch tausend hände weißt du dass wir da wieder als er einer macht das eine woche hat dann keinen bock mehr und dann macht der nächste und so weiter kann auch sein habt ihr beide eigentlich schon das neue fd gesehen ja das sieht nicht schlecht aus wo ist denn da hat also ich war mir vorhin mit antennas oben mit palito und da sagt er nee weil er sagte die haben die ganzen ganzen fahrzeuge da wieder abgezogen dann sind die wohl umgezogen oder ja die sind umgezogen und zwar da habe ich heute essen hingeliefert weil mich ja schon auch so möchte ich dachte schon die sind wenn man mal auf der karten app guckt hinter meckill olsen also hinter deren standort auf der seite so haben sie es mir erklärt dann meinte ich so ja okay und jetzt erklären sie mir bitte wo sie sind wo ihr standort ist das wusste ich nämlich nicht ja gut aber meckill olsen finde ich auch nicht das weiß ich auch grob aber ja jetzt aber wie oft geht man da schon hin so dass diese die sind ja auch selber kaum da will ich einfach mal behaupten deswegen ja ich weiß nicht ich bin ich habe da groß respekt vor muss ich ganz ehrlich sagen ich habe ja genauso angefangen aber am gewissen punkt würde ich einfach auch weiß ich nicht wie lange machen die hat denn also er sagt er seit zwei monaten hier und wir können ja gleich mal fragen wie es so neu ich will ihn da jetzt auch nicht so nahe treten hat irgendwie so von oben herab kommt weiß weil ich meine ich möchte ich möchte also ich finde halt schade einfach dass die halt nicht über acht hat ich schwierig zu sagen deswegen ich glaube ich muss auch mal öfter woanders essen gehen ich glaube das ist das ist so ein scheiß jetzt macht man halt so selten wenn wir auf haben aber auch alle anderen auf arbeiten schlafen gehen und wieder arbeiten das ist ja bei mir als ich gesagt du hast ab und zu mal so 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 ein sauf wochenende gehabt wir hatten jeden freitag kegel abend da habe ich bin ich mit mann ist ja schon weil er mir in der stadt ist mit angeblich sagt der max ist ja in russland und sucht den juri aber ich glaube da kann er bis an sein lebensende suchen weil der juri ist hier aber auf die idee sollte eigentlich mal von irgendwann von alleine kommt vielleicht und in russland in dem einer der größten länder der welt jemand zu finden ist glaube ich auch sehr unwahrscheinlich aber gut ich lasse mal ich finde ich kann die idee erreichen aber mann ist mit dem schaffer der jetzt der taxi unternehmen der leitung mit mail modell von da war den waren wir halt immer auf achse am freitag immer und ja das letzte mal das war halt sehr nüchtern muss ich sagen für uns alle weil wir ehrlich gesagt auch nicht mehr so ganz wusste wo wir hin sollen sondern das ist jetzt ja was anderes wenn wir zum beispiel die kneipe oben da kann man sich mal mit denen in der kneipe setzt mal ein trinken müssen quatschen aber das hat auch immer irgendwie darauf basiert dass wir irgendwo hingefahren sind ein bisschen spaß hatte damit man was anderes sieht ich glaube das wird auch bei uns oben in der kneipe nicht so wirklich funktionieren aber egal wer glaube ich zu nahe arbeit stimmt wohl ja das ist man dann sieht man halt trotzdem dasselbe und der helmut ist auch jemand immer jemand der möchte immer direkt was machen der möchte immer ganz ausgefallene sache machen und dann wird er auch sehr schnell sehr schnell lang also nicht langweilig aber abgenervt kann ich euch wohl verstehen wenn er wenn er da mal die saue auslassen will und dann findest du halt nichts wurde das machen kannst du dich halt auch jemand hast ja auch alles gemacht hier in der stadt nennen und haben wir ja zusammen was der kuss war das war das war ganz fies vorhin war das ja er meinte hier kommen wir um armutsmahn und auf einmal hatte ich da seine lippen auf den bund und ich denke mir jetzt los hier natürlich nicht der hat sogar gesagt er nicht geduscht hat an den tag das war sogar mit der bitte aber ich kenne wie ich bin und ich erkenne jetzt schon dabei ist guter voll von mir da der kommende umarmung zum abschluss wie schon nicht schaden und zack hatte ich da eine naja gut hat so machen muss jetzt aber wieder aufpassen naja wie gesagt tut mir dann so ein bisschen leid immer wenn ich dazu sehen wie die sich hier die mühe geben ich weiß nicht ganz ja mal vorsichtig gleich anfangen vielleicht ist ja was in der planung der beweis kann ja sein mussten mal ganz gut stören mit hun oder mit rind für werte die tako tako ich mit hohen bitte mit hohen alles klar heute anstatt einen salat mich lieber guacamole oder salat ich nehme ruhe kam hole ja so ist ja bei allen dabei gewesen im menü oder weit jahre ich also es gibt mir nie entweder salat oder guacamole dann nehme ich auch die guacamole nicht ja ich probiere okay alles die klar guck mal wie viel gedanken die sich machen und wenn ihr da selber drin gesteckt hast dann denkst du so ich will helfen ich kenne dich zwar nicht aber man scheiße ich bin viel zu zu hilfsbereit und gütig ich meine wir denken jetzt erst mal den petit das ist ja schon mal der erste die wir da bis genau so ein loch ziehen ja eben da war ich auch schon machen das ist echt lecker aber ich finde es halt fast nicht mehr also ich habe so selten leute irgendwie am strand joggen sehen und auch wenn sie da joggen ist das halt immer noch so in so einer ecke anerkannte dann sieht man auch nicht sofort wenn da einer steht das ist auch ein blöd jetzt eine riesen leuchtreklame so wie vier meter mal sechs meter ja oder man macht man macht ne gasten das einfach so eine gastro gastro wie nennt man das zusammenschluss und immer diskutiert wird kate ein gastro kate ja ne also ich habe sowieso schon öfter versucht dann zu leiden dass man sich so einmal im monat vielleicht mit einem gastronom einmal trifft ach was denn jetzt da ist ja heute in arsch da man sich so einmal mit mit den gastronom schiffs mal trifft und so über aktuelles rede wie man sich helfen kann wenn zum beispiel ein herrn vom taco libra habe ich noch nie gesehen den ganzen monaten wo ich hier bin hallöchen hallo mein name ist denn jetzt hör auf damit ich kann nicht mehr hören dann hast du jetzt schon mal gesagt worüber möchtest du sprechen alles gut wird was macht ihr hier verfolgt ihr mich nein wir fangen ja so ach ja stimmt ja ihr seid ja noch auf tour dass wir gerade noch mal gesagt jetzt gerade als deswegen darf ich den anderen hat eigentlich sagen oder ist der heim also die beine eröffnende bäckerei ne ja cool ja so dann habe ich das jetzt unsere brötchen bestellen richtig und wir haben auch schon über apfelstrudel geredet habe ich so eine idee gehabt aber dann brauchen wir zum beispiel dann können wir den herrn ich genau den herrn vom genkis der der schule kann er noch zu denen dann gehen warum wir das nicht mehr machen jetzt auch jetzt nicht die großartige sei aber dann kannst du da drüben mit den herren reden ja und die machten firma ausflug ja ich wollte noch nie im bett ist nur so früh bei uns lief es heute nicht so gut und dann haben wir jetzt gesagt hat man immer ach quatsch hat allgemein das gefühl dass heute die stadt irgendwie so ein bisschen da ist irgendwie ja ich weiß auch nicht sonst bin ich samstag ja auch immer habe ich auch mal frei gemacht aber normalerweise ist samstag halligalli aber heute ist echt ruhig wir waren gerade im all denn das gewesen komplett leer vielleicht sind sie alle am saufen jetzt das yellowjack das ist schon ziemlich beliebt geworden jetzt angeht ja da waren gestern war ich da da waren 20 30 waren da nicht schlecht nicht schlecht war gut voll da war ich auch noch nicht ja ist halt so eine so ein bisschen schmierig aber es ist halt so eine sandy shore bar es ist halt so ein bisschen aber trotzdem ist super personal da kann gut was trinken müssen wir die mal fragen ob die ein katerfrühstück wollen deswegen im hellhaus ist hat anscheinend zu weil die die barkeeperin habe ich gerade da hinten in der gruppe gesehen und daher ist anscheinend das hellhaus heute nicht aber bestimmt sind alle wieder einen barkeeper oder das weiß ich nicht aber die die sind eigentlich ist sie so barkeeperin und der chef ist da ich glaube mehr haben die auch gerade noch gar nicht die haben wie gesagt die sitzen auch draußen die haben draußen ein paar sitzmöglichkeiten arbeitet nicht der hannister ich habe ja wenn du wenn du einen tag probearbeiten arbeiten nennen möchtest dann ja also ist da der ist da hingegangen hat den job angenommen bis da ein tag gewesen und am nächsten tag ist er nach russland geflogen scheinbar ich gehe mal nicht mehr davon aus dass er da noch eingestellt ist aber gut ich kenne auch den laden nicht so gut vielleicht sehen die das anders als ich weiß ich auch nicht so schön wenn man sich auf mitarbeiter verlassen kann haben wir oder deswegen bin ich umso dankbarer dass ihr gerade da seid weil mit dem damit hat nämlich alles angefangen und mittlerweile sind wir doch gott sei dank ein bisschen professioneller geworden was dann geht nicht immer groß geträumt aber wenig gemacht dafür das ist das problem ja wir kriegen immer ganz viel lob aus allen ecken schön wir haben gerade auch noch mal die bewertung unter unserem zeitsprofil gesehen ja ja mitarbeiter haben zehn von zehn punkte aber parkplätze sind wohl nicht so toll aber da ist jetzt so ein möchte gern bewertet der bei jedem woher was ist so eine richtige bewertungsrang antonio ich glaube du hast das noch nicht ganz verstanden der ist ersten möchte gern bewertet wenn er uns schlecht bewertet verstehst du das jetzt gerade ja es ist ein gourmet er hat uns gute punkte gegeben dafür da musst du schon differenzieren irgendwo da ist es schmeckt wie eine wonne der zeit schmeichelhaft und gemäßigt im abgang dafür neun von zehn wieso nicht fest zehn von zehn oder elf von zehn er das ist das ist ganz normale kritiker gehabe das gibt keine zehn von zehn bei kritikern die neun von zehn ist sie zehn vor zehn weil bei einer zehn von zehn würden die zugeben dazu der beste überhaupt gefunden haben preis leistung acht richtig also preis leistung für die in ordnung geschnitten als wir wissen ja wohl der günstigste gastronomien ganz los handels ja aber wenn er zum beispiel jetzt mit brötchen gegessen hat das ist schon nicht ganz günstig wenn er dann auf die gesamtheit arbeitet schon ja die preise sehen sowieso noch mal ganz anders aus wenn wir diese bescheuerten pd rabatter nicht mehr brauchen gott geht mal geht mal bei sites auf wirst du die auf sein lente warum schrocken so ihnen ideen hatte aber wirklich richtig gute schmecken ja das ist der glücklichste smiley der ganzen welt kummer hier der walter weiter weiß auch schon da immer wieder gerne leckeres essen tolle mitarbeiter kann ich nur strengst empfiehlt bei uns hat er noch nichts geschrieben ja ja der hat auf jeden fall mit seine adjektive aber das ist ganz schön frech hat er bei uns noch nicht so da geschrieben und wo sie mal sagen ja er will wohl wirklich ein bisschen was aus maul oder ja ob er das jetzt so meint weiß ich nicht aber so jawohl aber nicht doch wie das bisschen gedauert hat hier ein problem dafür ist schön frisch definitiv schön heiß doch so gebe ich ihnen erst mal in ihr einmal dahin burrito dankeschön die guacamole und die käsebällchen ja wunderbar vielen vielen dank dass sie lecker aus danke dann einmal noch mal das burrito menü ich will das in echt auch schreibe ich in hunger sie haben wir dann den taco mit huhn wo kamole den salatmix erst beim takumenü dabei und die cola ja vielen dank gerne gerne dann wünschen die käse nachschossen ach so ja die sind ja die sind sofort unterwegs danke boah sieht doch lecker aus hier legt mir eine foto also ist das erste mal dass ich jetzt so ein burrito esse wenn ich gleich irgendwie irgendwo drauf allergisch spielen dann müsst ihr mich retten okay das war nicht so schlimm ist es glaube ich nicht ich weiß nicht was da drin ist aber das sieht immer so lecker aus ich will das jetzt einfach mal ich weiß jetzt einfach ja komm los geht's ich probiere mal eine mole die leute aber ein futter über wo ich wollte sogar doppel schmeckt hier scheiße noch mal hätte ich einfach nicht schmecken können ich glaube du kriegst gleich ein futt käse ein bisschen bisschen oder fahren wir haben sie wenig was zu essen mitgenommen die schweine unterstützt die lokalitäten gibt es doch nicht muss die kurka mode drauf kippen dann schmeckt schon besser weiß so dass schon so lecker aber du hast doch takus oder nicht habt dann burrito ja und auch jetzt scheiße ist die helfe auf dem boden kacke das muss man halt üben so lecker ist dabei trägt da nicht rein dann lichter hier war das war immer ein stück trinken ach jetzt ist er reingetreten wo ich gar ein bisschen kurka mode auf dem boden gefallen als ich gediebt habe aber soll ich eine neue machen nein nein ich habe ja das ist nur so ein troppel aber jetzt haben wir das schuh da tut mir leid sag mal antonio hey sag mal wie trinkst du den ganz anders erinnert mich daran wie helmut die currywurst ist also ich will jetzt kein rezept wissen aber können sie grob beschreiben so burrito trainiert ist ja das ist ja köstlich habe ich noch nie gegessen ein hackfleisch tortiere halt und salatmix und daneben hat die seit lecker lecker weil ich weiß nicht ob sie wissen aber ich war ja seit monaten ihren foodtrag durch die gegend wo burrito und die leute wollte immer burrito essen und ich so gehören haben wir nicht machen hier gibt es immer burritos genau hat es auch sehr sehr lecker das schmecken spätsel dankeschön gerne eigentlich auch den laden ausbauen ja wir sind schon dabei aber mcgillen olsen ist halt da ein bisschen speziell ja ja wir hatten glaube ich vor monat angefragt okay wir hatten dann nur noch mal kurz anrufen und gefragt und dann kam später so eine ich sag mal eine halbfresche e-mail von wegen wir sollen die nicht anrufen und nerven die kommen schon auf uns zu wenn die zeit haben meine alles gut kann ich ja verstehen aber okay man kann es ja ruhig ein bisschen netter sagen wenn man kann sagen so weiß ich nicht wir kümmern uns drum wir sind sie sind in bearbeitung oder was weiß ich ja 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 sind da jetzt schon jetzt ist der zweite monat ach du heil der letzten e mail haben wir jetzt hier übernommen vor zwei monaten oder weit nee ich bin ich bin nur co favio der laden hier gehört samuel gas hier und der ist der den laden jetzt stolzig sind knapp sieben monaten sieben monaten sieben monaten nicht offen oder weit bin na ja also in four bühle so wenn ich das richtig aufgefasst habe was er mir erzählt hat war dass er halt erst mitarbeiter war jemand anderes hat das hier gemacht und derjenige ist dann irgendwann wohl ausgereist oder weg geflogen oder was weiß ich dann hat samuel kurzfristig übernommen der ist jetzt dann sei glaube ich lass mich lügen glaube aber auch erst seit drei oder vier monaten richtig geschäftsführer hier jetzt war halt langsam so weiß jetzt langsam auch sehr anläuft es hat die überlegung dass wir da auf jeden fall drin ausbauen damit wir abends auch wenn wir zum beispiel bestellungen fertig machen unsere ruhe haben also ja natürlich ist ja kein vergleich die war halt eine zeit lang ziemlich viel chaos unten sage ich mal so viel polizei und sagt und da kann man halt dann da drinnen seine ruhe kann man tür abschließend kann man die bestellung machen und wenn dann regulär offen ist dann macht man tür auf und dann können alle reinkommen ich drücke ihnen die daumen wir machen das auf jeden fall wunderbar ist sehr sehr lecker gewesen gerade dann lassen sich da nicht entmutigen wenn das mal ein bisschen was länger dauert ja deswegen ich gebe halt mein bestes ja das merkt man wenn sie was brauchen rufen sie immer an mach ich habe tatsächlich vorhin und wilson telefonieren musste feststellen dass die zwiebeln bei wilson einfach 20 cent billiger sind also werden wir jetzt absolut auch zu wilson und schneller und schneller auch sie würden auch ja und schneller tatsächlich habe gestern bestellung abgegeben dann hat er mich vorhin so vor einer halbstunde stunde angerufen habe ich gefragt wie sieht es aus dass du knoblauch und zwiebeln ja klar habe ich auch wollte ich preise wissen hat er mir gleich fertig gemacht gleich umgebracht also top sein das wird ja speziell das macht ja immer so er ich habe ein bisschen verwirrt aber ich wusste gar nicht hätte julien gehen auch knoblauch hat weil er gesagt hat ist er zum knoblauch raus naja das ist jetzt kein thema mehr also wir brauchen hat ja gerade eh nicht aber das hätte also mit julien gehen da muss man müssen wir mal gucken was wir da machen ich hoffe dass sich da irgendwie wieder ein pendelt irgendwie schön ja irgendwo eine zeitlang waren ja sehr gut und jetzt lassen sie extrem danach ja dann wie gesagt wenn wenn sie was brauchen melden sie sich gerne bei uns wir haben immer eine offene tür für alle hier vielen dank wenn ihr könnt euch auch gerne bei uns melden kommt rum essen oder sehr gerne hier kommen wir zu euch definitiv essen so sehr gerne ja wir sind ja gerade sowieso an ein zwei sachen dran ne vielleicht komme ich dann noch mal auf sie zu ja und bis dann ist eigentlich was ist was bietet ihr so an habe ich recht verstanden deutsche ja ja genau deutsche küche hauptsächlich in verschiedenen variationen momentan nicht unser hauptaugenmerk er auf ja auf ihm die spezialitäten sage ich jetzt mal von der von der bratwurst über eine currywurst mit brötchen bütterkennen frikadellen halt so genau da geht es vielleicht ein bisschen bis gehen mehr zu in naher zukunft und sind dann auch viel auf events zu machen catering mit unserem futter dann und ja das ist so unser jetzt halt impidi ist halt unser unser standort weil wir da die cafeteria betreiben ist aber auch nicht schlecht oder ein pd ich meine da kommt bestimmt jeder officer am tag bestimmt dreimal essen oder so lecker ich dachte ich auch damals ja ich dachte ich habe den juli letzten jahres angenommen und dachte mir jetzt jetzt geht's los hier aber bis wir das ding an laufen hat denn das hat gedauert das glaube ich aber dass der schade also wenn ich auf es da wäre ich glaube sie hat mich jeden tag gesehen die officers die sind die sind immer sehr sprunghaft und schnell wieder weg ne das bedeutet im prinzip wir brauchen manchmal einfach zu lange für die da rennen die lieber in 24 7 holen sich da schon was fertig ist oder so und wir brauchen schon nicht lang deswegen also ich meine ich habe letztens auch so ein käse der gemacht so und die dauern hat wirklich nicht lange und dann meint er so wie lange dauert es noch mal nicht so ist sofort fertig so das war nicht mal eine minute meine klar die sind auf abruf kann ich ja auch alles verstehen so aber dann vielleicht entweder wirklich in der pause kommen oder eben eben naja wie gesagt also polizei das ist noch mal ganz andere ich meine die kommen auch sehr gerne und oft aber nicht alle viele ignorieren uns einfach ordnen deswegen ist hat auch manchmal ein bisschen sehr undankbar da oben ist aber wie gesagt wenn man jemand wenn man verdient sich ja so jetzt auch kein goldes nähschen davon ist einfach nur so lange die die betriebskosten immer wieder drin sind und man man leute einstellen kann und man spaß bei der arbeit hat ist das so für mich so sieht es aus wenn ich das schönste einfach ne also lang wirklich man spaß bei der arbeit hat finde ich reicht das auch ja ja ganz genau meine klar man will sich schon irgendwo da gerne was verdient dran neues auto oder weiß ich habe küchenutelsilien oder sowas nach waren sie mal ab das ist wenn der land ja ausgebaut ist dann wollen die leute alle mal gucken kommen ja ja das spricht und das ist einfach nur eine frage der zeit schätze ich einfach mal ne ja definitiv das kommt noch alles wunderbar ich hätte gerne leben und klar ich bin sofort wieder da die leckern käse bällchen biodeck wenn das zu frittierte oder wie ist dieser saß wenn sich so auch immer sicher gar nicht alles auf jeden Fall sehr lecker ist und teig drum käse drin wobei muss ja frittiert sein und teig wenn wir nicht auf einen ofen legen die laufen ja aus die dinger ist auch anbraten so zumindest haben sie schon mal mit dem hekel olsen gesprochen darüber schon mal viel zu tun ich habe mit den angst jetzt wie wenn ihr wenn ich unseren laden da umbauen aber vielleicht kommen die schneller voran wenn sie baupläne schon haben wir keine frechen e-mails bekommen von denen ja ja gut ich habe mich mit dem fanbik habe ich mich schon gut in der haare gehabt aber am telefon am telefon war das war der abend wo wir da wo ich da am pier aus saß deswegen aber ich glaube nicht dass da die probleme gibt weil wir ein großteil der arbeit ja im prinzip schon fast fertig haben aber ich glaube bei bei tako lieber hier müssen wir wahrscheinlich wieder bei null anfangen wenn wir jetzt auch mal interessieren wo er immerhin rennen haben die hinten doch irgendwie ein räumchen oder wir müssen ja irgendwo ein kleines lager haben er muss ja sein kann es ja nicht man kann es ja nicht ungekühlt einfach neben den grill stellen oder so schmeckt jetzt auch nicht also schmeckt schon frisch statt ist ja jetzt ja auch nicht von vorgestern alle die müssen ja auch irgendwie irgendwo müssen sie ja anscheinend auch diese diese teig sind teig irgendwo backen oder so ne naja genau für die tortillas und so aber ich weiß noch als beim genkis und grill vor der tür stand das war auch immer da muss man mal los rennen und auch das war meiner zeit denn damals na gut aber gibt es ja nicht ist ja jetzt nicht so dass man natürlich natürlich wir sind hier die schlechte sachen ist ja super gemacht trotzdem ja wunderbar einmal die limonade noch noch dankeschön gerne gerne tja so mein gott war auf jeden fall sehr sehr köstlich wo ich bin ja schon wieder an hier jetzt mal auf wenn immer wenn ich mich anfange zu sagen einfach lecker ist da du hier beschmerzen und schwein ich trink doch nur ganz ruhig also wo ich ist anders freund ich kann auch ein strohhalm holen ja ich glaube wir müssen mal so ein schnabeltästchen mitnehmen wie der trinkt wir müssen dir besser zeigen wie man ordentlich ist und trinkt der kleine antonio weißer als einziger von uns den anzug an aber trinkt wie so ein kleinkind ja ich weiß nicht so war so war noch was nehmen oder so war ich weiß auch nicht was süßes wir haben jetzt habe ich nicht gehört ich auch nicht das ist karamell pudding ansonsten von jellos das sind so wenn ich hatte ich auf dem weihnachtsmarkt ja richtig genau die sind gut dann nehme ich werde ich seit das sind so kleine quarkbällchen mit so ein bisschen puderzucker oder generell bisschen zucker um drauf auch ja die nehme ich auch die nehme ich auch ja alles klar dreimal und dann wäre ich hier wirklich nehmen ja alles klar ist das so ähnlich das hört sich fast an wie in deutschland dieses schmalzgebäck meiner mutter die macht die macht immer so zu silvester und zu karneval macht die immer noch eine füttkiss muss das kennt ihr nicht die nunne füttkiss habe ich auch schon überlegt ob wir die mitnehmen in einer amerika aber so mal gucken das sind ja auch so quarkbällchen die werden halt in fett gebraten nicht gebraten werden halt im fett so ausgepackt fällig gemacht ihr backen ist das ja dann im fett dann im prinzip und dann machst du auch puderzucker drüber und ab dafür und dann kannst du so weg schnabulieren zwischendurch ja ich hätte jetzt gedacht die haben vielleicht schon aus oh ja das habe ich auch schon mal gegessen auf die kirmes die tors haben sie glaube ich im 24 7 ja immer müssen ja auch hier stimmt ja gut aber sie sind aber leckersten wenn sie schön heiß noch sind schön warm noch schön luftig fluffig kalt sind sein so ein bisschen bissig er dadurch war deswegen also die aber da klang ja doch auch gewesen die dinger jetzt unruhelo und namen die muss ja erstmal merken sind ausländische namen ja das ist mir klar aber das war das ist jetzt nicht so ein kriegt auch nicht alle jeder also so ein ja so ein burrito oder tako da kann man sich ja noch so noch merken aber ich habe schon wieder vergessen wie die heißen die quarkbällchen und juelos puno belos bun juelos bun juelos ja ja schön ja im endeffekt ist wahrscheinlich alles das gleiche so jetzt auch nicht so jetzt auch nicht der teig ist wahrscheinlich so puno elos oder und jellos genau misst fast ja ich gebe meine beste das ist nicht komplizierter name um sicher zu merken so ja wie sie noch dankeschön einmal das bier genkis ist das eigentlich japanisch ja glaube ich asiatisch oder der ob die jetzt nur japanisch mal weil das keine kann jetzt alles kann jetzt wirklich die asiatische bücher sein im gesamten die sehen ja wirklich aus wie die wie die nonne fütkes kämpfe noch eine fütkes was meine mutter meine oma die sich so aus und familienrezept näher aus deutschland jetzt gibt es dann über zu silvester und zu karneval hat ich so etwas ähnliches wie heißt das noch eine fütkes noch eine fütkes andere haben wird auch jetzt so bully boys geht und so genannt aber ich glaube das sagt ihm wahrscheinlich dann auch nichts nicht mehr auch nichts mehr ich hoffe ich schmecken ja ich probiere mal ich probiere mal probieren die augen fett gebacken weiß ich gar nicht genau die chef der chef hat ein bisschen vorgemacht muss ich immer fragen aber ich glaube die werden so auch so ein frett fett frittiert ja das ist bei uns ist das so aber ich schmeckt das ist ähnlich das ist so du machst jetzt so eine teigmasse fände ich ne oder nimmst den heißen top mit heißen fett oder öl oder was auch immer und dann knallt sie dann so so löffelweise rein dann hast du dann diese kleinen kühlchen daraus ich schätze mal prinzip ist dasselbe glaube ich nicht interessant das freut mich dass es schmeckt ich finde die richtig gut ja gut dann brauchen wir aber jetzt die 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 noch gefüttert hat na 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 los cento so wenn ihr das so weit schon anbietet ist ja blödsinn dann weiß ich nicht also ich persönlich habe damit durchsagen kein problem oder sogar sein vielleicht ist auch ein bisschen was anderes ich weiß es nicht genau ich habe es leider noch nie erst nicht kennen und jährlich oder man vielleicht heißen ja die schmecken jetzt die schmecken nicht komplett anders aber ähnlich der wird schwer und ich bin ja immer so jemand der sagt okay das ist ja blödsinn wenn wir jetzt dann zweimal dann selber anbieten das ist ja serviert würde ich jetzt anfangen wie macht ja kennst du da gibt es kein vergleich zum tacos in der deutschen küche sehr lecker auf jeden fall sehr lecker hier freuen wir dann auch mal essen die dicke meinte die die churros gibt es in 24 7 ist das von ihnen richtig die sind auch von uns ja auch die torte und die empanadas torte wort das war das mexikanisches brot mit avocadoy und ich meine sie ja richtig genau ach so ok schön schön ja doch die habe ich auch schon gegessen sind auch sehr lecker also halt so mexikanisches sandwich mit avocado und ein halt auch schön noch sehr lecker kann ich auch nur empfehlen ja ich war lieber zum gastronomien als die 24 7 da bin ich sehr gut wirklich also freut mich sehr aber ist auch schon lange überfällig hier gewesen muss ich mal sagen immer nur den namen gehört aber wusste jetzt auch wieder wohl wohl wo sie hier ihren sitz habe noch was zu anbieten und ich habe so viel gearbeitet die letzten monate aber dann kann man sich das jetzt auch mal können hier ne so sieht es aus freut mich wirklich ja ja nie war sehr lecker was kriegen sie denn dafür überhaupt wo jetzt mal ein bisschen zusammenrechnen ja mal immer ich hätte euch eigentlich auch mal einladen können habe ich jetzt nicht genug wir verdienen doch alle ganz okay da toll ja ich habe jetzt verstanden nein nicht nur bei dir direkte kritik hier nicht bezahlen muss er selber tragen kritik am gehaltssystem wir werden bei 120 dollar das für alle oder bis einzeln insgesamt ja es sind 40 von jedem ja passen wir mal auf hier dort sind die 40 von mir jetzt habe ich sie eben geht gibt es einfach weiter ja ich gebe es einfach mal weiter die 20 dollar wenn man meinen der mann arbeitet im service ne vielen vielen dank wirklich vielen dank so deine zehn dollar weitergegeben dann halten sie uns auf dem laufen ja dann hoffen wir mal dass wir uns ja bestimmt bald wieder näher sich mit wahrscheinlich ein burrito hunger kriegen wir oder die anderen mal probieren ja gerne ich komme auf jeden fall mal eine frikadelle rum ja das ist auch ein wort da ist so ein wort er war ja morgen zum beispiel immer wieder auf der kartbahn mit unserem futter dann haben wir uns sehr gut ich weiß jetzt allerdings noch nicht wer von uns jetzt morgen da steht naja aber irgendeiner wird schon da stehen dirk fährt ja ganz gut ich musste mal herausfordern jetzt wollen sie alle mich raus weil eine seien ich kann mal endlich gefunden und schon wollte mir das wieder absprechen ohne mich jetzt groß zu loben aber ich habe wann waren das jetzt vor paar tagen hat die tat man erst aufgemacht und habe dann so zwei rennen mitgemacht und ich habe wirklich jeden zweimal überholt also überrunde überrunde sogar aber nitroglycerin einspritzung gehabt oder wie jetzt lag bestimmt daran an die currywurst die ich davor gegessen ja das wird sein das ist ungefähr tatsächlich derselbe effekt am ende das stimmt wenn sie genug feuer und haben unter dem hintern haben dann dann fliegen sie dann das war ja super dann lasst du nächstes mal doppelt nachwürzen die currywurst dann fliegen sie richtig dann überrunde ich alle fünf mal ja dann legt sich keiner mit ihnen an wahrscheinlich dann gibt es eine rutschspur hinterher alles klar sollen wir dann wieder alles war schönen abend wünsche ich auch eine schöne feierabend danke und bis zum nächsten mal also du fährst ja selber wo jetzt sind wir zum pd ich würde jetzt nach hause oder oder wollte mal oder ich weiß nicht sagen ich meine wir sind jetzt voll gefressen wir können die einfach noch also voll muss jetzt aber wir können uns ja mal darauf einigen das war mal so zwischendurch mal zu anderen auch hinfahren und da mal probieren hat es eine ganz schöne sache natürlich ist doch der profi in autofahrt ein bisschen mehr als so frikadelle da wieder raus da können sie aber mit rechnen da ist jetzt bescheiden dass immer ganz im ernst aber würde ich vorschlagen dass man da mal vorbeifährt weil ich da noch nie war aber muss ja nicht können wir uns aber für später vornehmen genau dann gucken wir mal wir machen jetzt feierabend oder morgen ist dann wieder ihr habt euch schon irgendwie abgesprochen wir morgen zu dem event werden soll ich das machen nee das ist das spontan entscheiden ja wir kommen ja auch daran wenn morgen kommt jens kommt ja spontan mal ne vielleicht kommt juri auch noch mal ich weiß ja nicht ja juri eventuell je nachdem ich hoffe dass ich pünktlich 19 uhr wieder aus dem bett kommen aber muss ich mal gucken ja alles klar dann antonio ich wünsche dir schönen abend die auch noch und dann bis morgen bis morgen dann fahren wir jetzt mit diesem ganz normalen auto ganz normal nach hause ich weiß ich habe nie was gegenteiliges behauptet okay ich muss nicht mehr ins pd wenn man kennt ja noch hast du hast du bist du mit dem gewühls ausgekommen sogar noch weit über nee ich habe vorhin alles verbraucht aber wir brauchen ja gerade nichts wir haben kartoffelsalat gemacht wir haben mit brötchen es macht das tut ja einfach nur so damit er einfach früh genug bescheid sagt wenn du merkst so gott oh gott entweder ich bin dann da sagt jo ich bin da weil jetzt in der nächsten zeit weiß ich halt nicht ob da noch irgendetwas passiert kann auch von heute auf morgen wie alle wieder ändern das weiß ich nicht aber fakt ist auf jeden fall hat ich für euch da jetzt auch nicht im stich lassen nicht so wir hatten ja heute thema julian grain zu genügen ja und das will ich euch definitiv nicht antun dass er danach steht auch nicht mehr wie es wovor und hinten ist das funktioniert ja eine rechnung sind bezahlt alle rechnungen sind geschickt alles ist produziert die pumpe ist bestückt also alles gut alles klar spitze wir kommen schon zurecht nur mit dem gewürz muss man halt manchmal gucken wenn du nicht da bist ja dann ist das einzige einfach in zukunft in deine bude ein jetzt wieder bloß kann welche zu hause liegen habe und klauen wir das unterm kopfkissen weg nicht dass die leute da wirklich kommen und mir das da klauen er bleibt uns schön unter uns meinst du es ist so wertvoll führen ja weil sie nicht also ich meine das wird ich keine ahnung gerade auch wenn das restaurant jetzt eröffnet also ich will da jetzt keinem unterstellen aber wenn der neid dann da irgendwie sich in einem überlegen so woran das liegt und nachher denken so da muss halt an den gerichten liegen und nachher wollen die an unsere gerichte daran weiß ja gut es ist los santos also die leute sind hier nicht besonders schlau ja aber das ist ja das meine ich ja nicht besonders schlau und aggressiv ist eine gefährliche kombi ich habe jetzt auch für das neue gebäude habe ich ein safe bestellt wo wir denn so weit einschließen können dann haben wir dann habe ich dann nur die nummer für und dann gebe ich euch dann nach bedarf raus ach guck mal mein autor hat sich aber nett hingestellt schön toll ach gott irgendwann die die kiste der tat okay geht ja ich wünsche eine gute nacht bis morgen ne ja schlaf gut danke du auch tschüssi also wegen dem pop meyer das ja dann komm ich morgen mal ne so ja die taktik hat also nicht funktioniert es you can see schade schade popade herkommen reicht jetzt auch wenn es mir auch mittlerweile ganz erleben ist mir mittlerweile auch völlig egal wo die karre landet genau aus dem grund bin ja eigentlich vor kein teures auto zu haben wo ich so ewig drauf stell dir mal vor ihr macht genau das hat viele auf dem server jetzt tatsächlich machen und arbeiten nur daraufhin geiles auto zu fahren und dann hast du so eine scheiße mit dem auto oder tausend fahrräder die einfach den boden pflastern ich also noch nicht so egal so da würde ich sagen wir können sich jetzt noch ein kleines bierchen naja da ja noch mitgenommen und macht den fernseher an war auf jeden fall ohne dass viel passiert ist sehr interessant heute muss ich sagen ich weiß wie es euch gefällt aber ich würde sagen wir stellen uns mal hier hin und groß dann mal eine runde direkt trinkt das bierchen und wir sehen uns am morgen wieder in einer weiteren runde geht ja bitte bedenkt was ich euch gesagt habe ja dass ich spontan die nächste zeit vielleicht mal ob jetzt auf längere zeit auf kurze zeit mal ausfalle das ist das liegt im in der chance des möglichen ich möchte aber im besten fall dass das nicht passiert weil wenn das passiert hat hat einen grund und das möchte ich im besten fall dass es nicht so ist ich habe das vergessen dir zu geben ich habe den verbandskassen für dein auto besorgt ja kann es mir morgen auch geben und so auch wieder ein auto weg ist dann braucht sich auch nicht verbinden ja was muss halt drin liegen wenn du mal kontrolliert wissen ach ja schlimm ist der 16 jahre gut okay dann denkt einfach morgen mit dran haben wir morgen also wie gesagt leider gottes ist da der spaß leider dann bei mir vorbei gibt ja manche dinge die kann man da klar ist kein drumherum kommen im leben was soll man sagen ich wünsche euch was wir sehen uns morgen wieder hoffentlich wenn ich wisse bescheid nehmen wir dann nicht übel nicht mehr nicht kommen der knussel der geht weiter irgendwann nur wann weil sie nicht aber morgen vielleicht aber auch nicht aber war sehr wahrscheinlich tschüss